Liebe Freunde, hier ist euer Steinball. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum Finale von Game of Court. Und schön, dass ihr zuschaut bei der Bank, der Eisernen Bank von Anjou. Die hoffentlich auch heute eine wieder gewichtige Rolle spielt. Vielleicht sogar die wichtigste Rolle, wenn es darum geht, die Geschicke der Welt zu beeinflussen. Aber wir wollen sie eigentlich gar nicht richtig beeinflussen. Es soll alles nur irgendwie laufen und wir wollen unser Geld verdienen. Nicht, dass wir eine Agenda halten, die haben wir nämlich tatsächlich nicht. Die Agenda ist, Gewinne für die Banken zu machen. Gut Leute, wir gehen mal rein ins Spiel, um uns noch ein paar Sachen wie gesagt anzuschauen, die ich mit euch noch vorbesprechen möchte. Ich will auch kurz rekapitulieren, was passiert ist. Das ist der Stand der Dinge. Also, wir sind offiziell Herzog von Anjou, aber eigentlich sind wir Monsieur le Direkteur der Eisernen Bank von Anjou. Wir haben unsere Ziele das letzte Mal voll erreicht. Das erste Ziel war, dass wir selbst in eine Lage kommen, dass wir so viel Land besitzen, dass wir ordentlich Profit daraus schlagen. Ihr seht es, wir sind jetzt in Friedenszeiten bei plus 26 Dukaten im Monat. Das ist schon sehr, sehr gut. Es ließe sich vielleicht sogar noch ein bisschen steigern, wobei wir auch noch Ausgaben haben. Aber wir sollten auf jeden Fall so in diesem über 20 sollte schon Standard bei uns sein. Das Problem ist immer, wenn es einen Geschäftsführerwechsel gibt, dann ist natürlich der Erbe nicht ganz so stark. Wir haben drei Söhne. Die Tochter ist gestorben. Die beiden ältesten Söhne sind enterbt worden, weil ich gesagt habe, die Bank wird nicht mehr geteilt. Es kann nur einen Direktor geben und das ist der talentierteste, ganz im bürgerlichen Sinne, CTS-Leistungsprinzip. Und das ist Rabin. Ich weiß nicht, sagt man im Französischen, sagt man ja nicht Robin, oder? Robin ist ohne E, ich weiß nicht. Rabin? Keine Ahnung. Er ist 18. Leider ist er ein bisschen feige, aber gerecht und schüchtern. Also naja, ist nicht ganz so talentiert, aber hat immerhin jetzt auch schon einen Verwaltungswert von 20. Also da kann man aufbauen, würde ich sagen. Er geht idiotischerweise auf Pflicht. Das finde ich nicht so gut. Ich hoffe, er geht hier auf Reichtum oder so. Das heißt, er will in den Administrator-Bereich machen. Das finde ich doof, aber können wir ihn leider nicht von abbringen. So. Ansonsten gibt es, ja, also das haben wir gemacht. Das Zweite, was letztes Mal war, was wichtig war, dass endlich hier unser Bündnispartner aus dem Hause Retel, König Roland, König von Frankreich geworden ist. Das hat die Sache sehr entspannt. Dadurch ist jetzt, haben wir eine starke Schutzmacht, muss man auch dazu sagen, und können uns um unsere Geschäfte kümmern. Wir haben dem König auch gesagt, dass wir natürlich im Notfall mit Truppen an seiner Seite stehen, aber ansonsten ist das, die Soldaten sind nicht unser Geschäft. Insofern werden wir jetzt, habe ich auch nicht vor, jetzt aktiv wirkliche Kriege zu führen, aber eine Sache kam gestern in der Nachbesprechung noch auf. Wir werden formal, das werde ich mit dem König auch absprechen, in Kriege des Königs eintreten, weil wir dann immer noch 10% Kriegssteuern erheben können. Das ist natürlich wiederum gut fürs Geschäft. Außerdem können wir vielleicht einen guten Belagerer mitschicken, der uns dann das eine oder andere Artefakt auch noch mitholt. Das ist noch eine sehr gute Idee gewesen, das werde ich durchziehen. So, ja, ob ich nun wirklich ein Belagerungsheer mitschicke? Ich würde sagen, wir schicken eher ein paar Bauern mit einem Belagerungsanführer mit, das genügt. Das andere ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu mühsam, weil ich müsste dann erst das gesamte Kriegsvolk ausheben, dann die Belagerer abspalten, den Rest wieder und so weiter. Das ist, was ich meine, darauf habe ich irgendwie keinen Bock. So, grundsätzlich irgendwie in den Chats von den anderen irgendwie was zu schreiben, was die anderen machen, ist natürlich absolut übel. Ich würde die Moderatoren bitten, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das auch zu unterbinden, sobald das auftritt. Ich grüße an dieser Stelle erstmal die Moderatoren, die anwesend sind. Schön, De La Vigo ist da von Anfang an, das freut mich sehr. Und Mr. Seraphim ebenso wie schon gestern und vorgestern von Anfang an dabei. Vielen, 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 vielen Dank. So, also achtet da auch ein bisschen drauf. So, dann, das ist das, was passiert ist. Okay, jetzt gibt es eine wichtige Sache. Also, wir haben offene Kredite, beim englischen König allerdings nur 150. Das ist die Frage, wie kann das überhaupt vernünftig mit Zinsen ausgeglichen werden, weil man Geschenke vermutlich an uns auch nur in 150er Höhe schenken kann. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht kann der König von England irgendwie noch ein kleines Artefakt mitschicken oder so. Müssen wir mal gucken. Kassieren, das ist letztes Mal sehr zuverlässig zurückgezahlt. Wir haben extrem hohe offene Kredite beim König Bartholomeus von Galicien, gespielt durch Günther Shadow. Der schuldet uns 1300 Goldstücke. Es hat ihm wohl das Königreich gerettet, dieses Geld. Aber da ist natürlich die Frage, wie kann er das zurückzahlen und wird er das zurückzahlen? Das wird noch interessant werden. Und, und das ist so ein bisschen ein renitenter Fall, hier unten, wie sehe ich das? Ich glaube hier Pimperlonien, Herzog Karius von Pimperlonien. Der schuldet uns davon schon sehr lange, 150 Goldstücke. Und diese beiden, das ist ein ziemlich perfides Ehepaar. Herzog Tedbert von Gorgonzola und Pimperlonien, die hacken zusammen irgendwas aus. Sie haben schon verkündet, dass sie Le Direkteur entführen wollen. Das führt dazu, dass wir stärker auf unsere Sicherheit achten müssen. Wir werden wohl sowas wie Leibwächter anstellen müssen. Leider kosten die Geld, aber das muss wohl sein. Ja, es waren 115 Goldstücke, aber natürlich gibt es einen Zinssatz. Und insofern sind aus den 115 dann auch irgendwann 150 geworden. Er muss uns auch 150 geben, weil das, glaube ich, die Geschenkhöhe derzeit ist. Dann habe ich nochmal nachgeschaut. Lohnt es sich eigentlich jetzt noch zu investieren? Also irgendwas auszubauen? Wir werden vermutlich so bis 1150 spielen. Also noch so 37, also 30 Jahre würde ich sagen. 25 bis 30 Jahre. Das heißt, alles, was wir investieren, muss spätestens nach 20 Jahren sich rentieren. Und tatsächlich ist da so gut wie nichts mehr rentabel, was wir jetzt noch bauen können. Denn außer in zwei Provinzen lohnt sich noch hier Felder und, naja, ihr wisst das, wie das heißt hier, Höfe und Felder. Weil da gibt es plus 0,5. Das ist das Einzige, was noch sinnvoll ist. Kostet nur 105. Das rentiert sich relativ schnell. Alles andere macht keinen Sinn mehr. Ja, es gibt hier noch, das werden wir wiederbekommen, das Erobert, der König von Frankreich. Es gibt hier noch Ö. Das könnten wir uns vom Heiligen Römischen Reich nochmal zurückholen. Aber ansonsten sieht alles gut aus. Ja, mehr gibt es erstmal dazu nicht zu sagen. Das ist die Gesamtsituation. Es ist halt so schade, dass es einfach nichts bringt, spielerisch so richtig verführer zu sein. Es gibt vieles, was nichts bringt. Ja, ich wünsche mir da echt, dass sie da spielmechanisch noch irgendwie was nachliefern, dass das halt mehr bringt, außer einfach nur dem Gag, der natürlich auch gut ist. Ja, dass du halt sowas anerkennen kannst, so nach dem Motto. Das ging ja auch, dass man einfach sagen kann, quasi, ey, ihr seht aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Ihr müsst der Sohn des Königs von Blah sein oder so. Ja, dass man den dann adoptieren kann, zum Beispiel in die eigene Dynastie. Richtig. Weil dann könntest du halt irgendwie in irgendwelche Königshäuser halt dann irgendwelche Vogeleier reinlegen und dann sagst du irgendwann einfach so, ach so, das ist übrigens mein Kind und ich adoptiere ihn hiermit, das wäre halt geil. Du, ich hab das ja, das war einer der ersten Playstyles, die ich mal so just for fun probiert habe und seitdem nie wieder, weil ich gemerkt habe, du kannst damit halt nichts machen. Es ist völlig sinnlos. Ja. Und weißt du, das Problem ist, der Gag verfliegt halt irgendwann, ne? Also ich meine, ich hab den auch schon mal im Stream gebracht. Irgendwann mal ist halt der Witz durch mit dem Rumgefögle. Wow, danke, dass du meine komplette Existenz einfach niederschmett hast. Ja, ich weiß nicht. Es sticht jetzt schon ein bisschen viel in deine Richtung. Doch, es sticht jetzt schon ein bisschen viel in deine Richtung. Zuerst gegen Mörb, ja, nee, gegen Jules, also Mörb schon, jetzt wird's langsam kritisch. Ja, weißt du, ich bin auch inzwischen schon alt, ne? Ich bin 72. Ich verstehe, ja. Und ich werde halt nicht altersmilde, im Gegenteil. Ich bin im Alter jetzt einfach noch ungeduldiger geworden. Desto der Umspiegel ist angestiegen im Alter, ja. Drei Stück aus der alten Garde, oder? Mit 72 Jahren. Frankreich, Kastilien und ich glaube, der Herzog von Metz müsste noch leben in dem Alter von 72. Lothringen, Lothringen. Für die Ehre der Vöglerin hier. Ich habe gerade meinen Chat gefragt, wer findet, dass Vögel langweilig wird. Es gibt keine Antwort mit Ja, ich. Alle Antworten sind Nein, wird nie langweilig. Na, danke schön. Yay. Also wir reden von Vögeln, oder? Habe ich die Diskussion? Ist die Umfrage auch repräsentativ? Ich habe das Gespräch jetzt nicht hundertprozentig mitgestimmt. Verstehe ich das richtig, dass ihr eine Initiative wollt, dass sich Vögeln wieder mehr lohnt in Zika 3? Ja, den Umweltschutz. Ah ja, okay. Also ich fand ja Ornithologie schon immer langweilig, auch im Studium. So, wenn ihr das jetzt zu Ende beschrieben habt. Der Mörb ist sehr viel lieb, aber er ist nicht gut zu vögeln. Ich wollte kurz noch die Entschuldigung hören. Ja, Steinwall, also deine Frau ist ja gestorben, nee, deine Tochter ist ja gestorben gestern. Ja. Er hat ja meine Tochter geheiratet und daraufhin ist ganz mysteriöserweise irgendwie fünf Minuten später meine Tochter tot gewesen und ich dachte natürlich, dass deine Schergen im Spiel waren und du meine Tochter aus Rache getötet hast. Sie ist im Kindbett gestorben, es tut mir leid. Ah, genau. Es tut mir leid. Aber erst mal Briefe schreiben, ist das ganz wichtig. Ja, es tut mir leid, das schwebende Schwert des Damokloss wird abgezogen von deinem Haupt. Man kann immer besser nach Entschuldigung bitten. Und was ist mit der Entführungsdrohung? Hängt die Dame zusammen oder ist das noch eine andere Geschichte? Nee, aber du musst mir halt mal ein paar Töchter wieder zum Verheiraten geben, weil ich habe mit allen geschlafen und habe auch ein paar geschwängert, aber es wäre halt schon einfach absolut angebracht, wenn du deine Töchter nicht so nah bei dir halten würdest. Ja, leider habe ich. Ich habe gar keine Töchter. Du wirst Töchter kriegen und sie werden meine sein. Ich habe gerade eine Tochter bekommen, aber sie ist im Allsäugling gerade gestorben wieder. Siehst du, es wird Zeit für frisches Blut. Reines Blut. Mein Blut. Nun ja. Ich werde sicher, als habe ich mal einen Leibwächter anstellen. Aber Jean-Jacques, wunderschöner Name, Jean-Jacques braucht halt auch noch eine Frau, ne? Jean-Jacques? Jean-Jacques? Er hat eine Frau. Nee, Jean-Jacques ist unverheiratet. Das Baby, das Kind? Ach so, du meinst den Enkel. Steinwall hat Jean-Jacques. Den Enkel. Der Enkel von Jean-Jacques ist auch Jean-Jacques. Ja, natürlich. Der ist ja auch erst null. Es gibt zwei Jean-Jacques? Ja, also ich habe es noch nicht mal selbstbestimmt, aber mein Sohn hat seinen Enkel nach mir benannt. Ich finde, so gehört sich das auch. Sehr löblich. Ja, ist sehr respektvoll. Gut erzogen, ja. In der Tat. Nur ganz, ganz kurz. Ranger, wärst du bereit, für eine entsprechende Bezahlung meine Tochter Brigantia zu ermorden? Ermorden? Ja, ich kann sie betrunken machen. Das ist der einzige Meta-Gameplay-Move, den ich jetzt mache, weil, wie gesagt, so viele Events, die meine Charaktere einfach sinnlos töten. Ich gehe ansonsten GG heute noch, ne? Wie bitte? Du teilst doch nur dein Land. Merp. Ich habe zwei Charaktere erfolgreich mit Alkohol über den Jordan gebracht. Das schaffe ich bestimmt mit der auch. Also sag mir einfach, was es kostet und du ermordest sie einfach und dann sind wir Meta-Best-Friends-Forever. Ich brauche Geld und ich habe es dir auch angeboten. Ach was, Merp. Du wirst 100. Wenn du Geld brauchst, die Bank von Anjou steht zur Verfügung. Du kannst das nicht mit deinem Kind. Der kann das nicht. Du hast recht. Scheiße. Ja. Ja, ich habe... Ja, Mann. Warum bin ich denn so klein? Ach so, weil ihr meine Erbfolge gestört habt. Deswegen, genau. Ich war es nicht. Günni war es. Apropos Kinder und Erben, wollte ich übrigens mal darauf hinweisen, dass mein zukünftiger... Also wenn mein Sohn an die Macht kommt, dessen Erbe ist tatsächlich ein Riese. Wie auch immer das zustande kam. Nicht von den Zwergen aus dem Süden. Das sicherlich nicht. Ich verbitte es mir, die ganze Zeit nur Zwerg oder Asterix genannt zu werden. Vielleicht von drei. Zwerg oder Asterix. Hat jemand Günner schon heute gesehen? Also ich glaube, er ist noch nicht dran. Er wollte kommen, aber das wird wie immer sein. Günner hat halt Familie und Kinder. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, frage ich ja. Er zieht ja auch immer noch gerade um. Also der kommt nach. Nee, warte mal. Ohne Günner fangen wir hier nicht an. Der schuldet mir 1300. Nicht, dass... Scheinwein. Ich werde das noch mit Günner klären. Aber ich werde versuchen, mit Günner einen Deal zu machen, dass ich die Schulden übernehme. Dafür wird er mein Vasal, sobald ich Kaiser bin. Hat der davon ja gesagt? Klingt gut. Du weißt ja, ich habe ja AAA-Rating. Absolut, ja. Der Eis an den Bank gefällt das. Umhörb sagt einfach, ist jetzt mein Vasal. Ich wollte übrigens den König von Frankreich als mein Vasal nehmen. Ich übernehme auch die Schulden von ihm. Naja, wenn du den Mord gemacht hast. Nee, das wird nicht reichen. Nee, Ranger, was ist dein Preis für den Mord? Uh. 300 Gold? Ja, damit kann ich mir viel Bier holen. Das reicht mir schon. Wir müssen schon wieder... Aber er muss klappen. Ja, lass mich den erstmal versuchen. Und dann kann ich immer noch... Nee, ich schicke dir jetzt schon mal 150. Und wenn es klappt, kriegst du nochmal 150. Das ist nochmal ein Deal. Hab ich... Gute Lockköder. Ja, das ist so schlecht, dass die KI auch mal vor. Das gefällt mir, der Vorschlag so. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wenn dieses Inführungskomplot hier kommt. Hallo, Günner, grüß dich. Ah! Oh, hi, guten Abend. Ich bin gleich soweit. Kleine Sekunde noch, bitte. Alles gut. Man muss nur häufig genug den Namen erwähnen, dann kommt er. Ich habe eine kurze Bitte, bevor wir loslegen. Wenn du meinen Namen dreimal vor einem Spiegel sagst, dann komme ich in der Nacht zu dir. Hey, ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Meine Herzogin freut sich. Ein bedrohliches Versprechen, Ernie. Dann kann man noch was sagen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, eine kurze Bitte, bevor wir loslegen. Ich fände es ganz cool, wenn jeder der Anwesenden jetzt vielleicht vor dem Finale, zumindest, wenn er es offiziell verkünden darf und kann, kurz mal sagt, was jetzt noch vielleicht seine Ziele wären. Falls sie nicht dann natürlich geheim sind, dann sollte man es nicht sagen. Das fände ich ganz nett. Die gläubigen Christen rüsteten sich zum Kreuzzug und große Armeen machten sich auf ins Heilige Land. Gold und Stahl sollten das Land Christi befreien. Während dieser Vorbereitungen waren die Vassallen des Königs von Frankreich mal wieder entsetzt über ihren Lehnsherrn. Nicht nur, dass er Frankreich zerfalten ließ und unchristliche Praktiken als Sodomit ausübte, nein, er schloss sich auch nicht dem Kreuzzug an. Nicht einmal Gold wollte er senden. So entschloss sich das Haus Rätel, dem endlich ein Ende zu bereiten. Roland Rätel versammelte alle Vassallen Frankreichs hinter sich und marschierte selbstbewusst mit diesen im Rücken in den königlichen Thronsaal. Er stellte den König vor vollendete Tatsachen, nämlich dass dieser abgeschätzt sei. Vor Schierer, stärker überwältigt, dankte der König ab und Roland Rätel wurde zum neuen König Frankreichs gekrönt. Daraufhin gab es nicht etwa ein großes Fest, nein. Er redete unter seinen treuesten Wegbegleiter Gerard de Portemonnaie und hob sofort die gesamte französische Armee aus, um Richtung Heiliges Land zu segeln. Unter seiner Führung sollte man wieder stolz über Frankreich sprechen. Indes wurden harte und blutige Schlachten gegen die Ungläubigen geschlagen. Die Schlacht von Bayer Petra lief von September bis Oktober zwei Monate lang im Jahre des Herrn 1098 und ging als großer Sieg der Christenheit in die Geschichte ein. Utrecht von Bebanburg, König von England, zeigte den größten Einsatz und schließlich wurde durch gemeinsame Anstrengung das christliche Königreich Jerusalem geschaffen. Die begünstigte Wulfruhe von England wurde allerdings kurz nach ihrer Krönung ermordet, sodass die zweijährige um Freda ihre Herrschaft über Jerusalem begann. Zufrieden fuhren all die Kreuzfahrer wieder nach Hause. In Spanien sorgte König Rodrigo bis ins hohe Alter für große Erfolge in der Reconquista. Ganz Spanien ist unter christlicher Herrschaft. Ganz Spanien? Nein. Ein von unbeugsamen Muslimen gehaltener Ort namens Al-Jazeera leistet immer noch erbitterten Widerstand. Außerdem spricht man auf der Insel Mallorca von einem besonderen Trank, der den muslimischen Kämpfern unfassbare Stärke verleiht. König Rodrigo hat so viel im Namen Gottes geleistet, doch scheint seine komplette Familie weiterhin von Gott hart geprüft zu werden. Sein ältester Sohn wurde entstellt und starb. Seine zweite Tochter holte Gott ebenfalls zu sich. Und sein zweiter Sohn starb in den besten Jahren während einer Schlacht gegen das christliche Königreich Jerusalem. Somit ist aktuell Brigantia, die Törichte, Thronerbin. Eine entstellte, einbeinige, einäugige, unzüchtige und verschwenderische Dame. Wird Rodrigo also noch vor seinem Ableben den Traum eines Kaiserreichs von Spanien erfüllen können? Währenddessen überschlugen sich die Ereignisse im Heiligen Römischen Reich. Prinz Nex von der Schweiz erschuf ein beeindruckendes Schweizer Königreich, zu dem kurzzeitig die Hälfte Italiens gehörte. Doch er wollte mehr. Er ließ sich, wie manche sagen würden, mit dem Teufel ein und wie andere sagen würden, mit einem Prediger eines lange überfälligen reformierten Glaubens. Der Herzog von Metz half dabei, dass Nex zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt wurde. Es war vereinbart, dass durch den neuen Kaiser das gesamte Heilige Römische Reich die Religion als neuen Glauben annimmt. Er stieg ganz nach oben, nur um dann wieder zu fallen. Am 24. August, Anno Domini 1117, wurde Nex aus dem Hause Kärnten zum Kaiser gewählt. Er herrschte bis zum 16. September 1117 und damit ganze 24 Tage. Durch falsche Mundpropaganda ging er allerdings als 8 Tage Kaiser in die Geschichte ein. Der Kaiser wurde durch einen seit Jahren auf dem Bürgerkrieg abgesetzt und die mächtige Schweiz in der Schweiz geteilt. Trotz der Rückschläge im Heiligen Römischen Reich und seines Schweizer Unterstützers gründete der Herzog von Metz die Religion als neue Glaubensrichtung. Grundsätze sind wehrhafte Pilgerreisen, Hedonismus und fleischliche Erhabenheit. Der Inzest ist unbeschränkt erlaubt, Perversionen verpönt aber nicht verboten. Außerdem dürfen Priester heiraten und es wird das Laienpriestertum eingeführt. Tugenden sind zum Beispiel Lüsternheit und Unersättlichkeit. König Roland von Frankreich plant ein Einigungsgespräch mit Camelot zur Britannienfrage. Allerdings sieht sein Sohn Reichert diese ganzen friedfertigen Gespräche eher als Schwäche an und wünscht sich schon lange, dass sein Vater den Thron endlich für ihn frei macht. Das könnte nochmal zu großen Konflikten in ganz Europa führen. Könnte daran Europa noch zerbrechen oder geht es aus all den Wirren der letzten Jahre gestärkt hervor? Wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht im großen Finale von Game of Cords. Wie er einfach England auslässt. Wie er einfach den Asterix auslässt. Ich fand's gut. Also ich fand's gut. Ich fand's auch gut. Wollen wir vielleicht, bevor das nochmal genauer ins Detail geht, Steinwallens Vorschlag als nächstes aufgreifen, sodass einfach jeder nochmal, am besten von oben nach unten im Discord, nochmal so ein bisschen seine Ziele zeigt, die er jetzt noch in den verbleibenden Stunden im Finale eventuell für seine Dynastie, für seine Familie, für seinen Charakter erreichen möchte. Dann dürfte natürlich Coppelius sehr gerne beginnen. Das ist natürlich wunderbar, weil als Erster hat man natürlich am meisten Zeit von allen. Und das heißt, für die nächsten fünf Stunden werde ich euch jetzt vollquatschen, wie es mit der Religion aussieht. Dank Steinwallens. Natürlich nicht. Jeder Plan ist ganz einfach. Der gefallene Herzog, der nunmehr wieder ein Graf ist, soll natürlich zurück zu seiner Größe finden. Allerdings ist die Frage, welchen Kampf gewinnt er eher? Der Kampf um den Herzogstitel oder der Kampf in seinem Alter noch, oder dieses Ende, dieses Ziel des Herzogstitels noch zu erleben, weil mittlerweile ist der Graf auch schon 74 Jahre alt. Mal schauen, wie lange er es noch macht. Und es wurde schon angesprochen, er hat einen Glauben gegründet, in dem er selbst als sündig gilt. Das heißt, es ist ohnehin vielleicht nicht allzu schlecht, wenn er bald abtreten würde, um für seine Tochter den Platz frei zu machen. Es ist ja alles gleichberechtigt. Und das große Ziel ist natürlich, die Religion zu verbreiten. Und ihr könnt euch schon sicher sein, dass es heute noch das eine oder andere Vier-Augen-Gespräch geben wird zu Konvertierungsgründen. Aber die Tochter Kolgate übrigens ist noch katholisch. Sehe ich auch gerade, ja. Das wird sofort gehen, das natürlich. Meine Güte. Ungut. Ungut. So gut steht es also um deine Religion. Wird sofort enterbt. Wird sofort enterbt. Gut, ich bin fertig. Dann bin, glaube ich, ich dran. Ja, ich bin aus dem Norden Frankreichs geflüchtet. Und in den Süden habe Zuflucht bei Teddy gefunden. Sie hat die Grafschaft, das Herzogtum Pimperlonien ausgerufen. Da wird viel gepimpert. Da lebe ich jetzt gerade. Und irgendjemand, irgendein komischer Typ da oben, der sich die Bank nennt, sagt, ich schuldige noch 150 Gold. Aber das ergibt alles keinen Sinn. Und ja, das ist bisher der Stand. Also dein Lebensziel ist es, das Gold noch zurückzuzahlen. Das kann ich nur gutheißen. Gucken wir mal. Ein sehr gutes Lebensziel. Dann mache ich mal weiter mit der Familie Retel. Die ja ursprünglich aus, oder zuletzt wenigstens, bevor das alles hier begann, aus dem Heiligen Römischen Reich, aus den fränkischen Gebieten dort, lange Zeit sich aufgehalten hat. Hat das jetzt mittlerweile als Königsdynastie von Frankreich sich zum Ziel gemacht, die Kulturen fränkisch, französisch wieder zu einer neuen Kultur, hochfränkisch zu vereinen. Sodass das Erbe Karls des Großen langfristig durch die Familie Retel wieder auferstehen kann aus dem Feuer. Wahrscheinlich will da der Sohn von Roland, Prinz Reichert, deutlich mehr und hat noch größere Ambitionen als sein Vater, der da ein wenig genügsamer ist. Mit einigen Zielreichungen der Kultur, Zusammenführung in Frankreich selbst und einer Stabilisierung. Aber wenn Reichert an der Macht ist, als hinterlistig, ehrgeizig, ein starker Stratege, dann kann es sein, dass dort nochmal große Ambitionen eines alten Karolingischen Reichs hervorkommen werden, die dann sein Ziel sind. Aber ob es soweit kommt, das wird sich dann noch zeigen. Ja, ich sage gerne auch noch was dazu. Ich muss erst mal gerade noch meinen Stream, den Ton von meinem Mikrofon anmachen. So, der Hintergrund ist, ich habe heute eine etwas komplizierte Betreuungssituation zu Hause, weil ihr erinnert euch vielleicht, ich habe noch kein Internet in meiner neuen Bude. Bin jetzt also in der alten und passe gerade auf meinen Jüngsten noch so nebenher ein bisschen auf, weil meine Frau mit dem Ältesten auf dem Kindergeburtstag ist. Der absolute Kracher heute. Ja, also ich wurde ja vertreten im letzten Stream und ich orientiere mich jetzt gerade so ein bisschen neu. Also das Königreich Galicien ist jetzt erstmal so erhalten geblieben und ich bin melancholisch. Insofern ist sowieso alles nur vergänglich und wofür mache ich das hier eigentlich alles? Also ja, muss ich mal gucken, was ich hier jetzt, was ich jetzt hier draus mache. Als erstes Mal muss ich sagen, dass ich bin noch etwas überrascht darüber, wie ein so tugendhafter Katholikvertreter der katholischen Krone zu einer Ehe mit seiner eigenen Nichte gekommen ist. Vor diesem Hintergrund musste ich auch als erstes Mal den Papst darum ersuchen, diese gotteslästerliche Ehe wieder aufzulösen. Ja, müssen wir mal schauen. Das kann ich dir erklären, aber das machen wir nachher. Das machen wir alles nachher. Wir haben gerade einen Bürgerkrieg, den wir jetzt hoffentlich gleich gewinnen werden. Und dann habe ich gehört, ich habe noch einen Ausstand bei der Eisernen Bank. Auf welche Höhe? Achso, über die Höhe wurdest du noch nicht informiert? Ja, soll ich das öffentlich jetzt hier sagen? Kann ich ihn nicht mehr? Ich glaube, er wollte wissen, auf welche Höhe beläuft sich der Schuldenstand, glaube ich. So ist es genau. Irgendwie bin ich gerade rausgeregelt worden von meinem Mikrofon wahrscheinlich selbst. Soll ich das öffentlich oder wollen wir es lieber unter vier Augen? Also die Eisernen Bank von Anjou ist bekannt für ihre Diskretion. Das könnte ja hier und da auch ein bisschen unangenehm werden. Ja, dann behandeln wir das wie Mathematik, am besten diskret. Ja, sehr gut. Bist du fertig? Dann mache ich mal weiter. Ich bin ja in der gleichen Situation wie Günner und wurde in den letzten Stunden des letzten Streams vertreten, wie ich das bisher gesehen habe, aber gut vertreten. König Uhtred ist mittlerweile leider von uns gegangen und ich bin jetzt König Uhtred der Zweite. Ich muss mich natürlich mit meinen Vasallen ein bisschen besprechen jetzt erstmal. Ich habe gesehen, dass ein großer Teil von Irland von uns erobert wurde. Wir müssen das nochmal bereden, wie wir jetzt weitermachen, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht versucht werden könnte, das Kaiserreich Britannien noch zu gründen, vor Ende des heutigen Streams. Aber natürlich nur, wenn meine Vasallen da ebenfalls oder keine entgegensetzten Pläne oder Absprachen mit meiner Vertretung getroffen haben. Ja, dann mache ich mal weiter. Also meine Situation ist nach wie vor die, dass ich immer noch als El Cid versuche, das hispanische Reich wiederherzustellen. Genau genommen eigentlich nur die christliche Einigkeit auf der iberischen Halbinsel. Und das wird langsam aber sicher knapp, denn dem alten Herren geht es schon schlecht. Ich habe zwar schon einige Boni, um das Ganze auszugleichen, aber wir kämpfen immer noch darum, das jetzt hier endlich in die Tat umzusetzen. Selbst wenn ich das schaffen sollte, hat das Schicksal nach wie vor einfach keine Gnade mit meinem Haus. Denn wir erinnern uns, mein Sohn, der Erste, der starb quasi in der Schlacht, nachdem ihm schon der Aussatz erreicht hatte. Seine Tochter, die momentan leider nicht matrilinear verheiratet ist, ist die aktuelle Haupterbin und muss entfernt werden. Ich hoffe, dass sie vielleicht auch von alleine schon stirbt, denn sie ist gebrechlich und sie hatte ursprünglich mal Krebs. Das Leiden in dieser Familie nimmt einfach kein Ende. Denn meine anderen beiden Kinder, die gesund waren, die wurden beide ebenfalls getötet durch die Entporkommlinge aus dem Geschlechte Igel, die tatsächlich das Königreich Jerusalem übernommen haben. Das habe ich nämlich jetzt rausgefunden. Wir haben alles übernommen. Dass die es waren, die meine beiden gesunden Kinder ermordet haben. Also es war nicht Edo P, aber es war die Saat von Edo P. Gut, auf der anderen Seite, wer ist nicht die Saat von Edo P? Wollte ich gerade sagen. Also das heißt nicht. Er kann nur froh sein, dass ich nachsichtig bin. Aber auf jeden Fall ist die Sache einfach die, ich kämpfe hier gerade um das Überleben meiner Dynastie und es ist nicht mal so, dass ich es herausgefordert hätte. Und ich werde einfach mal schauen, ob ich das hinbekomme. Wenn ich das hinbekomme, ja, dann gucke ich mal, was da noch passiert. Ich habe noch ein paar Pläne mit Günner, die werde ich mit ihm noch besprechen. Ich habe dann noch ein wachsames Auge auf die Ketzereien in Europa, aber das hängt dann total davon ab, wer am Ende Hispanien regieren wird. Du bist fertig, nehme ich an. Also, nachdem ich kurz Kaiser war und dann relativ schnell nicht mehr, bin ich eigentlich darauf aus, tatsächlich meinen Vater doch nochmal auf den Kaisertron zu riefen. Einfach, weil ich den Gedanken witzig finde, anstelle, dass ich das als Sohn jetzt übernehme, sondern dass er das kriegt und werde das versuchen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich finde den Gedanken ganz gut. Ich bin auch ein gerechter Typ. Das heißt, der Kaisertron gehört meinem Vater. Da wollen wir hin. Fertig. Dann übernehme ich mal. Schönen guten Tag, ich bin Herzogin O'Linde. Mein Ziel heute ist relativ einfach. Wir wollen mal Richtung Holland schauen, was wir da so machen können und auch vielleicht mal Richtung Königreich schauen. Allerdings, im Namen meiner Familie, mein Vater, mein Großvater, Gott habe sie selig, die alten Trunkenbolde, möchte ich mich vielleicht mal in anderen Bereichen investierend betüchtigen. Es tut mir leid, ich bin nicht sonderlich gebildet. Dazu würde ich vielleicht später gerne einmal mit der Eisernen Bank ganz diskret und mit dem König von Frankreich sprechen. Natürlich, wie es sich für eine Dame gehört, mit meiner Leibwache dabei. Man weiß ja nie, was sie so im Schilde führen. Das sind meine Ziele und wenn ich es überleben mag, werde ich schon mal älter als alle anderen aus meiner Dynastie. Ende. Dann übernehme ich Herzog Ragnar und wie mein König schon richtig gemacht hat, haben wir die Invasion Irlands gestartet. Kurz, wir heißt komplett, dass Ragnar ganz Irland in wenigen Jahren Invasiore, invasorisch eingenommen hat, sich auch feierlich zu den Herzog von Connage gemacht hat, von Ulster und zur Feierlichkeit auch als Herzog von Meth seine Tochter Crystal genannt hat. Das Ziel ist natürlich das restliche Irland, die Insel Christen und alle... ...haben wollte, vielleicht ein wen zu erweitern. Ich glaube, wir haben nur die Hälfte mitgekriegt, oder? Da waren gerade ein Auslöser, ja. Sind leider untergegangen. Ich meine die Hälfte, nur ein Drittel oder so. Ja, Crystal, deine Tochter hieß Crystal aufgrund von, ja... Von meinem Herz, von mir, und wir haben ganz Irland eingenommen. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen vernünftig, wundert mich gerade. Aber wie gesagt, ganz Irland wurde von Ragnar eingenommen. Und natürlich haben wir auch unsere Saar schon in Jerusalem, worüber ich auch herrsche, und mein Sohn und Spielererbe, der in Schleswig ist und dort auch als Herzog unterwegs ist. Ja, Monsieur le Directeur Jean-Jacques de Portemonnaie hat genauso wie sein Vater und wie es sein Sohn handhaben wird natürlich keinerlei eigene Ziele, sondern er unterstützt die Ziele aller anderen Anwesenden. Dafür ist die eiserne Bank von Anjou da. Aber natürlich wird darauf geachtet, dass am Ende auch zurückgezahlt wird. Und das wird ein Thema werden, denn es gibt einige ausstehende Kreditschulden noch. Aber ansonsten freuen wir uns zu hören, wie viele Ambitionen hier im Raume diskutiert werden. Wir freuen uns, diese finanzieren zu können. Vielen Dank. Ja, also, im frisch gegründeten Königreich Kimmelot drängt der Sohn Uta, 20 Jahre jung, Richtung Thron. Er ist ein eigenwilliger, tapferer und gieriger Mann und erbt den Anspruch auf Frankreich. Ich denke, die Zukunft wird zeigen, was daraus entsteht. Okay, ja, ich bin fünf Jahre alt. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit so reden. Ich habe noch keine Eingeschafften. Nachdem ich gestern den ganzen Tag, Jahre, Jahrzehnte damit verbracht habe, Edo aus der Tyrannei Frankreichs zu befreien und aus den erpresserischen Machenschaften von Steinwallen, habe ich mein Herzogtum abgegeben. Pimperlonien wird nun von Herzog Gaius regiert. Und wir versuchen tatsächlich, uns heute Boulouse noch zu holen und Aquitanien zu erobern, wenn Frankreich seine schmierigen Finger aus unserem Land lassen könnte. Ansonsten, meine Erbfolge wurde nicht gesichert. Ich musste tatsächlich gestern alles meinem Halbbruder Ronald Waschlapp überschreiben. Da Günni mich in eine matrilineare Ehe mit seiner Tochter reingezwängt hat, die ich nicht wahrgenommen habe und meine gesamte Erbfolge im Haus des Kaffees lag. Das war ein großer Konflikt. Und wir saugen gerade an den religiösen Zilsten von Coppelius, um seiner Inzestreligion beizutreten. Weil ihr mir alle eure Töchter nicht geben wollt, werde ich meine eigenen nehmen. Das war's. Sehr schön. Spannende Ziele von jedem. Gut. Dann verteilen wir uns. Genau, dann verteilen wir uns. Das möge losgehen. Auf in die Kutsche. Das Finale von Demonstration. Go, go. Ranger, gehen wir mal in Deep Lines? Jo. Ach so, Ranger ist eh da unten. Alles klar. Ich bin so bereit. Jürgen, Gott muss der wahre Glauben mit euch sein. Ist jemand motiviert? Behaupte mich wieder eine halbe Stunde Vortrag, bitte. Ich. Dann können wir alles einrichten. Kein Problem. Konvertiere einfach, dann gebe ich Ruhe. Ich tue es jetzt schon, ich tue es jetzt schon. Chat, ich werde, wir haben grundsätzlich ein Problem mit Ansprache. Also ich werde deinen Glauben durchboxen, wenn mein Vater es nochmal auf den Thron schafft, beziehungsweise ich dann vielleicht. Deswegen finanziere ich jetzt einen Ruf. Das erwarte ich mir schon, ehrlich gesagt. Also die Abmachung gilt noch, wenn wir es irgendwie nochmal geregelt kriegen. Das wäre natürlich schön. Das wird der Bürgermeister von Cherbourg werden. Auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen zurückliegen, ja. Mein Vater lebt noch, theoretisch kann er ja noch auf mich einreden, selbst wenn ich zum Kaiser gewählt werde, oder? Dann hat deine Familie nicht unerheblich Anteil daran gehabt, von daher. Mhm, so schaut es nämlich aus. Ja. Was ist mit Edo? Sollen wir den auch noch zu uns holen? Ne, der ist ja doch in Aquitanien. Der ist jetzt ja in Aquitanien. Der war überall mal. Der war kurze Zeit, glaube ich, auch in England. Stimmt, Chat, da stehen ja die Aquitanier. Okay, wir können dem König helfen. Dass ich euch immer so ganz leicht abgehakt, also nicht abgehakt, so in schlechterer Qualität irgendwie höre. Ich weiß nicht, woran das liegt bei mir im Discord. Äh, Sonntagabend. Ich glaube, das ist echt, was daran liegt. Ah, der Tag des Heiren, ja. Ich finde das immer verrückt. Alle anderen in Ruder-Qualität, oder? Ja. Bei mir hat sich nichts verändert. Bei Rino ist es zum Beispiel vorher auch so gewesen, dass ich nur die Hälfte gehört. Chat, und wegen der ganzen Androhungen gönnen wir uns ein Leibwächter. Es war auch relativ teuer, aber ich denke, das sollten wir tun. 0,6. Ende am Abend ist Discord, ähm, ja, anscheinend zu, zu sehr belastet, ja. Ist ja auch logisch. König von Frankreich, König Roland. Ja, ich bin ganz ohr. Ich bin ganz ohr, ja, ein wenig, ein wenig alt. Ich höre schon schlechter, aber, äh, was kann ich nicht sagen? Ich kann nur lauter reden! König! Was habt ihr gesagt? Hallo! Was? Hallo! Ja? Ja! Ja? Hören Sie mich? Ja? Ähm, ich würde gerne mal mit Ihnen so unter, hier, Sie haben mit meinem Vater, hatten Sie ja schon gut was zu tun, ne? Ähm, ich würde da gerne mal mit Ihnen um Intensiv reden, wissen Sie? Aber jetzt, auch wenn ich eine hübsche Dame bin, natürlich nicht verführt, ist ja klar, ne? Das würde mir, ich bin 72 Jahre alt und ich habe erst sehr, sehr teuer eine neue Ehefrau, aus Portugal erworben. Ich bin noch Willi, was? Ne, aber darüber, wie gesagt, will ich gar nicht mit Ihnen reden, ähm, wollen wir mal so irgendwie, äh, unter Vier Augen? Die Kutscher, die Kutscher mögen sich darum kümmern, gerne, unter Vier Augen, ja. Ja, bringen Sie mich mal, ne, aber bitte wie eine Dame anfassen. Wird er jetzt angefasst wie eine Dame, oder? Ich hoffe nicht. Es ist das Sprachorgan des Vaters, offensichtlich. Jetzt ist der König hier weg, ne? Ja. Dann warte ich einfach hier mal und bleibbar bei euch, wenn's okay ist. Kein Problem. Ansonsten könnte ich die Zeit einmal kurz nutzen und einmal kurz mit, äh, Steinbein sprechen. Also mit dem, mit der eisernen Bank. Ja, gerne. Äh, unter Vier Augen? Ja, gerne. Dann müssen wir uns selber kutschieren. Äh, ich zieh dich runter. Okay, vielen Dank. So. Also, ähm, einmal kurz off-roll. Geht's bei mir, also, out of character. Ähm, geht um die Verhandlung, die wir gestern geführt hatten. Und zwar, ähm, mir ist da ein bisschen was zu Ohren gekommen und da ein paar Nachrichten an mir rangegangen. Äh, zugeflogen quasi. Ähm, dass das nicht so gut ist. Was, äh, natürlich sehr verwirrend war, was ich da von mir her gebrabbelt habe. Ähm, um das mal kurz zu erklären, vielleicht, falls das, äh, notwendig ist. Ich hab halt einen Trunkenbold gespielt, äh, der halt erstens die Sprache nicht kann in Frankreich und zweitens halt Grund seiner Alkohol-Excess mit dem guten Ranger, ähm, schon die ein oder andere Gehirnzelle weniger hatte. Und deswegen, äh, nur noch Gebrabbel und verschobene Sätze hingekriegt hat und so dermaßen krude geredet hat, dass es halt sehr schwer war, für euch das zu folgen. Ich hätte es am Ende, glaube ich, nochmal auflösen sollen und dann ganz klipp und klar nochmal out of character, äh, die Bedingungen nochmal, ähm, erklären. Weil ich glaube, ich hab's mir nachher mal angeguckt, aus eurer Sicht, ganz schön große Fragezeichen gehabt. Und das, äh, tut mir ein bisschen leid, das war, glaube ich, äh, ein bisschen zu Matsch an der Stelle. Ja, alles gut, kein Problem. Äh, 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 ich hab da jetzt, also ja, für mich ist die Sache, also liegt die, äh, politische Entscheidung darüber auch in den Händen des Königs. Äh, also im Endeffekt gibt's jetzt für mich gar nicht so viel Redebedarf. Aber die Zuschauer haben das vielleicht jetzt nochmal wahrgenommen, darum ging's vielleicht auch nochmal. Ich, ich wollte mich nur nochmal erklären, nicht, dass... Du bist in Wirklichkeit nicht so ein Idiot, wie du dargestellt hast, das wolltest du nochmal deutlich machen. Ja, genau, ich wollte nicht, dass du glaubst, ich bin vollkommen plemplem im Hirn und, äh... Nein, das würde ich niemals glauben. Genau, mit dem Geil, das muss ich gleich eh nochmal sprechen, dann will ich das auch nochmal erwähnen an der Stelle. Alles gut. Aber dann, dann schieb ich dich wieder zurück. Jo, schieb mich zurück, danke. Also in erster Linie seh ich da gerade... So, die Armee könnte ich auch wieder auslösen. Naja, eigentlich müsste nicht der... Der Conrad Richenzazohn... Oh, nun ist Prinz Nex, der Schläfer, wieder derjenige, der an erster Stelle steht. Mhm, das ist gut. Ich hoffe, das bleibt so. Das hoffe ich auch. Also ich bin die Kurfürsten bereits davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist, um endlich Ruhe und Stabilität in diesem Reich hineinzubringen. Ist ja furchtbar, wie wir ständig Kriege führen hier. So stelle ich mir das vor. Aber ich werde keine unehrenhaften... Ähm... Ich werde nichts unehrenhaftes tun. Okay, Shad, ich gucke mal, ob wir hier noch ein bisschen Geld machen können. Hier 100, das lohnt sich richtig. So, jetzt mag mich der Klerus ein bisschen mehr, dass auch die Bischöfe, die Kurfürstenbischöfe, gewählt sind, mich zu wählen. Chat, wo haben wir jetzt eine Domäne her... Zusätze hergekommen? Wo ist das jetzt gewesen? Aha, die von Akitanien ist jetzt zurück. Ähm... Kann man... Äh... Wie hart ist der Abzug von einer Domäne mehr? Ähm... Ist das... Das kostet doch auch Steuereinnahmen, nicht wahr? Ich werde mal überlegen, ob ich die behalte, weil wir kulturell... Dem in sechs Jahren bei Landfügten sind, da bekommen wir ein Domänen-Limit. Lohnt nicht zu halten? 20 Prozent. Okay, das ist sau viel, ja. Ja, ja, ich... Klar, ich kann das meinem Sohn geben oder irgendeinem anderen meinen Sohn geben. Hm... Ja, okay, schade. Aber... Das kann... Unser Sohn wird ja eh erben, dann kann der 11 behalten. Äh, das ist kein Problem. Wir warten noch mal dieses eine Jahr ab. Wir nutzen das mal so ein bisschen aus. 10. Mai 1124. Äh, ändert mich mal bitte dran. Wobei, wir kriegen da eh im Moment nichts raus, wer will Kontrolle 0 haben, ne? Ich glaube, das bringt nichts. Da zu warten. Ja, bringt die eh jetzt im Moment 0. Dann können wir jetzt auch das abgeben. Ich will aber meinem Sohn... Ja... Ja, doch, geben wir es dem Sohn. Dem Haupterben, das fällt ja eh alles an und zurück. Soll er sich darum kümmern. Ähm, Kontrolle arbeiten wir dran. Da ist unser guter Ratsmarschall dabei. Wir sind gerade in Maine, wie ich es ausspreche. Das ist kein Problem. So, ich gucke mal, gibt es noch irgendwas? Ja, es gibt noch eine Kleinigkeit, die man machen könnte. Und zwar haben wir ganz interessante Gäste. Da könnte man einen unserer Nichten mit einem Gast verheirten. Hier mit einem ganz guten Ritter. Das machen wir mal. Hier, Perrin. Na? Machen wir mal und machen auch eine matrilineare Ehe daraus. Dann bleibt er auch bei uns als Ritter, oder? Müsste eigentlich so sein. So, ist die Frage. Artefakte. Lohnt es? Was meint ihr? Wir sind ja leider... Also, wir sind ja bewusst kein König. Deswegen kriegen wir keine inspirierten Leute. Lohnt es sich, Artefakte zu machen? Die sind ja doch relativ teuer. Ja, 100 mindestens. Plus irgendwelche Dinge, die da noch dazukommen. Ich glaube, das ist kein so gutes Geschäft, oder? Wir können noch 10 aus ihm rausdrücken. Ist doch gut. So, 2640. Perfekt. Naja, genau. Der Markt ist nicht da. Und für uns selbst springt da wenig bei rum. Das einzige Artefakt, was wirklich interessant ist, aber wir haben keinen Anspruch mehr darauf. war das, was wir mal hatten. Mit den Verwaltungs-EP. Ich will aber, ich will jetzt diese Strategie weiterfahren bei den Kriegen des Königs von Frankreich. Äh? Was ist das denn? Wieso? Ach so. Die sind Verteidiger. Da können wir, glaube ich, nicht teilnehmen, nicht wahr? Doch, können wir. Nee, können wir nicht. Nee, nee, alles klar. Das Blöde ist, die Teilnehmer an Kriegen, das ist ja eigentlich ein wichtiger Plan von uns, bringt immer Anspannung. Anspannung ist ein echtes Problem für uns. Gut, also die machen da irgendeinen Krieg, das ist okay. Wir müssen erstmal kurz unsere Sachen wieder klären. Ähm, oh, das ist wichtig. Anspannung abarbeiten, das müssen wir immer nutzen, sobald es möglich ist. Kriegen wir zwar schweißiger Gestank. Äh, was? Ruckelt bei euch das Spiel zufällig auch so? Nö, bei mir ist gut. Nö, alles gut. Läuft bei dir vielleicht im Hintergrund noch was, dass die CPU ausgelassen ist? Ähm. Nein, auch noch für sich nicht. Nein, wir sind schon Regeln. Schon passen. Was wir noch machen könnten, Schatz, zur Optimierung ist, ich glaube, wir haben genug Prestige jetzt. Wir können auf die absolute Lehns-Advote gehen. Äh, wir haben schon wieder einen neuen Kaiser. Oh, und das bringt uns nochmal Plus 35 Prozent. Ich will gar nicht wissen, wie viele Druckmitglieder es mal auf den Kaiser lasten und wer überhaupt noch Steuern zahlt. Diese Zustände in diesem Kaiserreich. Ah ja. Und tragbar. Unglaublich. Ich glaube, da muss ein bisschen was Geordnetes einmal durchgreifen. Eine gewisse Reformation durchgreifen. Und das kann nur auf Basis unseres Glaubens passieren. Nun, mir ist es egal, wie die Zustände stabilisiert werden. Aber sie müssen stabilisiert werden. Hauptsache Kaiser. Hauptsache Macht und Ruhe. Macht und Ruhe. Nein, ich kann auch nicht. Wir haben eine so hohe Lebensautorität. Ich kann auch keine Kriege führen. Intern. Genau so ist es, ja. Ich bin völlig blockiert. Ja. Ich habe schon eine Fraktion schon, ich habe es versucht zu reduzieren. Das ging ja nach hinten los. Ja. Ich habe eine, ich habe auf drei Grafschaften in der Umgebung, habe ich, habe ich Ansprüche, aber ich kann halt nix so was durchsetzen oder halt irgendwie was machen, weil es halt immer gegen den Kaiser geht. Ich möchte eigentlich einen offenen Krieg gegen Italien führen, weil ich werde meine Geschwister nicht ermorden, weil ich selbst ein gerechter und tapferer Herrscher bin. Das ist überhaupt nicht meine Natur natürlich. Aber eine offene Schlacht, eine offene gerechte Schlacht ist durchaus machbar. Aber die kann ich ja nicht führen, weil die Lebensautorität auf drei ist. Ja. Ich kümmere mich einmal darum, dass der Kaiser vielleicht... Oh, warte kurz. Eine Fraktion, die nix auf den... Mein Vater wird von einigen Leuten unterstützt, um ihn auf den Thron zu bringen. Das hätte er verdient. Ich kann dann halt nur nichts machen. Das ist... Ja. Das bringt unsere Sache nicht unbedingt uns einen Schritt näher. Wir haben ja gar kein Kutsche anwesend, da muss ich ja selber... Ach, selber arbeiten, das ist so anstrengend. Schrecklich. Hängt ja nicht vorhandenen Kutsche. Aber ich sehe... Okay, ich sehe gerade, der König von Galicien ist alleine im Thronsaal und auch nicht zu sprechen. Ich spreche da jetzt bei. Hm. Nun gut. Dann kann ich noch nicht die Schuldenfrage klären. Aber ich kann mal nach England gehen, weil da gibt es auch noch offene Schulden. Eheiges Bündnis. Zu dritt als Dreigestörend in Britannien zu herrschen. Entschuldige, ich hoffe, ich wollte nicht spionieren. Klingt auf jeden Fall gut. Ich habe nur eine Anfrage an den König von England. Es gibt noch eine kleine offene Schuld zu begleichen. Ja. Wie hoch war diese noch gleich? Die liegt bei 100... Ja, eigentlich bei 200. Also 150 war das Kreditgeschäft. Das Problem ist, dass man keine 200 als Geschenk an mich überweisen kann. Insofern die Frage, ich würde mich mit 150, also der reinen Kreditsumme begnügen, plus vielleicht einem kleinen wertlosen Artefakt oder so, um zumindest die Zinsen... Natürlich, natürlich. Ich kann natürlich für die Kosten aufkommen, im Gegenzug zum englischen König, wenn er das Geld braucht. Und dafür kann der englische König mir eins an der Excalibur-Schwetter geben. Okay. Dann überweise ich die fällige Summe. Ja, allerdings, wie gesagt, aus rein technischen Gründen, bräuchte ich noch einen kleinen Zuschlag als Zinsen. Ja, ich gebe dir noch ein Artefakt oben drauf. Wunderbar. Ja. Als gut gemeinte... Dann danke ich. Gibt es einen Wunsch? Von der Seite des Königs von Frankreichs gibt es tatsächlich einen Wunsch, und zwar wünscht er eine Unterredung. Ja, ich habe ihn erst mal versext. Ich glaube, dann soll er erst mal hierhin kommen und fragen, ob ich Zeit habe und mich nicht wie ein Hund hin und her steuern. Dazu bin ich ja jetzt hier. Ich gehe mal wieder, ne? Jo. Vielen Dank. Truhe der Pendragon-Dynastie. Okay, alles klar. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Geschäft. Wissen Sie, ich bin leider gerade noch nicht bereit dazu. Ich habe nämlich mit dem König von Frankreich über was gesprochen. Aber daran kann ich Sie gerne teilhaben lassen. Das ist vielleicht nicht so wichtig. Ne, das ist wichtiger als Ihr Krieg. Sind wir doch mal ehrlich. Das ist wichtiger. Ich habe mir exklusiv nämlich die Lizenz erworben bei dem König von Frankreich. und da möchte ich nicht angeben, dass ich nun in meinem Bereich Champagner herstellen darf. Dieser Champagner, das ist der Van Haren von Hennegau Champagner, durch mein Opa und durch mein Vater erprobt, wie man in Angelsachsenland dort oben im Norden sagt. Und den verkaufe ich ab jetzt. Ja. Würde denn eine kleine Finanzspritze helfen, damit ihr euren Alkohol besser produzieren könnt und dafür als Austausch helft ihr uns, meinen Vater auf den Thron zu bringen? Halt, Finanzspritzen. Da gibt es andere Doktoren, die diese Spritzen setzen. Bitte hier keine. Nun, es geht darum, einen Anspruch zu erkaufen, nicht Geld zu benötigen, um Söldner oder dergleichen anzuhalten. Also ich bin bislang noch nicht so angetan davon, am Kriege teilzunehmen, da ich vielleicht selber etwas... Was? Lassen Sie uns nochmal darüber sprechen, werter König von Schwein. Sie wollen Ihren Vater auf den Thron setzen. Zum Kaiser. Richtig. Meinen Sie nicht, da haben Sie ein bisschen wenig Truppen für. Die Unabhängigkeit, Fraktion, das ist genug Truppen. Oder Truppen. Wenn wir über Unabhängigkeit sprechen, reden Sie davon, dass Sie sich vom König, vom Kaiser lossagen wollen. Nein. Vielen Dank für diese Ausführung. Ich werde die Gespräche nun abbrechen. Jawohl. Es ist besser für uns alle. Ich glaube auch. Könnt ihr euch vorstellen, auf meine alten Tage mit 74 Jahren, dass ich noch 5 Minuten auf den König von Camelot warten muss? Das könnten meine letzten 5 Minuten sein. Ja, die sind da irgendwie sehr komisch drauf. Also ich war da eben gerade wegen Kreditgeschäften. Da staut sich was oder da baut sich was auf. So ein bisschen Frust. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hoffe nicht, dass jetzt die Verhandlungen um die Britannien das zum Siedelpunkt bringen. Ich hatte immer die Hoffnung, eigentlich eine friedfertige Einigung zu erbringen. Ein Kompromiss, der für beide Seiten gut ist. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Weil ich möchte in Frieden die Geschäfte der Bank weiter treiben. Und aus diesem Grund muss ich auch mal nach Spanien reisen. Dort hat sich ein neues Reich gegründet. Oh, es wurde geschafft. Mein guter Freund hat es geschafft. In sein Lebenszeichen. Da müssen wir auch gratulieren. Kutscher, könnte ich oder vielleicht auch der König, ich weiß nicht. Gerne mitnehmen, ja. Nach Spanien bitte. Gerne auch nach Spanien mitnehmen. Volle Kutscher. Gerne auch nach Spanien. Also einmal die eiserne Bank. Den König von Frankreich. Vorsichtig bitte im hohen Alter. So. Wir müssen in den Krieg. Du wirst angegriffen, oder wie? Wir werden angegriffen, mein Freund. Wie, was? Warum denn jetzt schon wieder? Stand ich nicht. Oh nein, ich kann nicht in den... Oh mein Gott. Wird der Kaiser Zeit für eine Unterredung von Franzosen aus dem Norden und den Deutschen? Ja, holt mich. Ich bin gerade eben am sterben, aber gerne. Dann möge der Kutscher uns vielleicht in privatere Gemälde bringen, dass Aquitanien unter Aquitanien sein kann. Nein, natürlich. Du kannst sie nicht angreifen, weil sie dein Lehnzehr ist. Außer hast du den Anspruch schon durchgeboxt? Der Herzog von Metz fehlt noch meines Wissens. Der Herzog von Metz wollte, glaube ich, auch noch hierher kommen. Aber ich glaube, wir alle sind hierher gekommen, um zu gratulieren. Ich vor allem, meinem besten Freund, der eben schon 74 Jahre alt wurde wie ich. Ihr habt es geschafft, mein Freund. Zu Lebzeiten. Ihr habt das Kaiserreich gegründet. Meine herzlichsten Glückwünsche aus Frankreich. Ich, äh, ja, äh, danke euch, danke euch. Ich bin gerade eben bloß noch hier gerade im Hardcore am... Ein paar Sachen klicken. Vielen lieben Dank. Äh, ja, also ich spüre schon das Alter, ähm, der Sensenmann grüßt mich schon jeden Morgen. Ich hoffe tatsächlich, dass Günner das jetzt hier noch annimmt, damit ich das noch machen kann. Ganz im Ernst, wenn er das nicht macht, dann... Dann geht der gesamte Plan in die Binsen. Günner ist gerade wieder nach Spanien zurückgekehrt. Wenn es so dringend ist, können wir unsere Sachen auch später besprechen. Ähm, klärt das vielleicht vorher nochmal. Ich komme auf euch zurück. Es geht ja natürlich um... Nein, wir können jetzt gleich sprechen. Wir können jetzt gleich sprechen. Okay, auch ich wollte natürlich meine Ehrerbietung erweisen. Gratulation, Huldigung. Ich freue mich sehr. Ich würde es das geben, würde ich, äh, Quattro A euch jetzt raten. Oder so. Ähm, aber ihr erwähntet, dass ihr vielleicht einstehen wolltet, dass es möglicherweise ein Deal gegeben könnte mit dem König von Galicien. Galicien, er war bisher nicht zu sprechen, deswegen wende ich mich einfach mal an euch als Kaiser von Spanien. Ähm, wie wir da jetzt verbleiben mit den offenen Schulden. Äh, von Portugal? Äh, Galicien meint ihr? Ja. Ähm, das... Also, wie gesagt, ich bin gerne... Wie, auf welchen hohen, auf welche Kosten belaufen sich denn... Ah, es gab noch keine Verabredung. Okay, gut. Ich dachte, das hätte es gegeben. Ähm, äh, die... Es sind tatsächlich... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ohne seine Zustimmung. Aber es sind tatsächlich 1.300. Ah, ich sehe gerade... Wir erleben hier live... Ich bin gerade umgekippt. Oh nein, nicht mein bester Freund. Im hohen Alter, er ist von uns gegangen. Oh mein Gott, mit Null. Wen haben wir denn da? Der ist gerade geboren worden, der Lein Rodriguez. In diesem Moment wurde er geboren. Nein, ernsthaft? Ja! Er scheint nie zu sein. Ja! Er rechnet jetzt schon mit der Schiebetafel und... Er hat schon ein kleines Holzschwertchen in der Hand und das alles im Babyalter. Ich bin beeindruckt. Er wurde damit geboren. Hier passieren die wildesten Dinge gerade eben, ey. Ich sag's euch. Er wurde zum Herrschen geboren, so scheint es. Aber Respekt für den... Diese Vaterschaft noch im hohen Alter des... Kaisers Rodrigo. Dankeschön, dankeschön. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, 75 Jahre an. Da fängt das Leben erst an, nicht wahr? Ich sollte hier runterkommen. Nach Gaius. Aber gut, Möp ist ja auch hier. Das ist in Ordnung. Wir können gerne uns in private Gemälde zurückziehen. Mir wird das hier alles zu... Nur ein Wort mit dem kastilischen Kaiser sprechen. Er kann wahrscheinlich noch nicht sprechen, aber... Er kann noch nicht sprechen. Okay. Der König von Frankreich würde vorher gerne sprechen. Dann mit der Kaiserin... Kaiserin Mutter natürlich. So, mir wird das im Thronsaal alles zu chaotisch. Ich reise mal nach Spanien. Aber ich sehe gerade, der Schuldner ist erneut nicht zu sprechen. Was für ein Schuldner? Ja, ach, der haben wir noch einen anderen Schuldner. Ja, es gibt zwei Schuldner hier in dieser Region. Du hast ja das da oben wieder zurückgeholt, das Land. Das habe ich nicht gemacht. Das hat der König gemacht. Ja, aber... Ja, das war gar nicht Teil dieser Schuldgeschichte. Okay, weil das Land gehört jetzt zu dir. Dementsprechend schulde ich dir jetzt auch nichts mehr. Ja, wir sind jetzt wieder komplett, würde ich mal sagen, ausgeglichen, oder? Nur, wenn Sie das niemandem weitererzählen, weil das ist Ruf und sowas alles, ne? Das bleibt unter uns. Behandelt das diskret. Grafschaft gegen 150 Gold. Auf diesen Deal lasse ich mich auch ein. Insofern können wir das als Teil eines Geschäftes auch ansehen. Man muss ja sein... So machen wir das. Sein Gesicht wahren. Jeder Geschäft wahren. Das ist okay. Das ist da oben, das ist da oben, war eh nur noch ein Schatten seiner selbst. Gut. Dass die in Frankreich da von so einem Schwachen übernommen wurde, lohnt es sich nicht, mal oben zu leben. Eigentlich wollte ich ja mit dem König von Galicien sprechen, aber der... Der hat wieder eine Unterredung und woanders gerade. Ne, der ist im Channel, aber ich glaube, er hat eine Unterredung mit dem leiblichen Kind oder sowas. Das könnte eine Option sein, aber ich habe es im Auge. Und so weiter verfügbar ist, würde ich entsprechend Kontakt aufnehmen. Ah, das ist super. Alles klar. Das übernehme ich dann gerne. Okay, dann reise ich mal zurück in mein Heimatland. Ach, da. Stopp, stopp. Da ist er. Jo, ich musste das mal ausmachen. Ich muss ein bisschen was erklären. Warum haben wir Pause? Ich glaube, weil Coppelius rausgeflogen ist. Wer ist rausgeflogen? Coppelius. Ah, Coppelius. Ist doch gar nicht mehr... Dann schieb... Dann die Diplomatie-Chansy sind jetzt aber irgendwie voll, ne? Ne, unter vier Augen gibst. Lass uns da verschwinden. Kutscher, bitte. Ich schiebe euch einmal da. Danke. Ah, okay. Da sind wir. Ja, wunderbar. Grüßt. Mit wem habe ich die Ehre? Mit Jean-Jacques de Portemonnaie, Monsieur le Direkteur der Eisernen Bank. Ja, genau. Mir kamen zu Ohren, ich war in einer unpässlichen Lage und sah mich dazu gezwungen, bei Ihnen in Schuld zu gehen. Genau. Ich habe schon gehört, es gibt da so eine gewisse gespaltene Persönlichkeit, vielleicht verursacht durch Ihre Melancholität. Das kenne ich immer man selbst heutzutage. Ja, und die Summe ist auch recht beträchtlich. Ich muss sagen, ich wurde hart kritisiert von dem mittleren Management der Bank, dass ich überhaupt das ohne Absicherung herausgegeben habe. Es handelt sich um eine offene Summe, also mit Zinsen allerdings selbstverständlich, in Höhe von 1.300 Goldstücken. Okay. Wobei ich selber mal prüfen muss, ob das durch 150, ah ja, es muss durch 150 teilbar sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Insofern fürchte ich, die Summe liegt bei 1.350. Ich will dazu sagen, dass es natürlich in keinstem Fall in meinem Interesse ist, dass das Königreich irgendwie durch diese Sache so geschädigt wird, dass es nicht mehr in der Lage ist, hier weiter zu gedeihen. Also ich möchte natürlich einen Schuldner haben, der auch seine Schulden zurückzahlen kann. Insofern muss es auch keine Eide sein, aber ich sage mal so, bis 22 Uhr heute Abend sollte es getilgt sein. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir verstehen uns schon recht. Das kann in Raten geschehen. Oder offenbar hatte der Kaiser von Spanien auch noch irgendwie so ein Angebot. Da müssen Sie natürlich überlegen, ob das politisch genehm ist. Der Kaiser von Spanien, da habe ich auch noch das eine oder andere Hühnchen zu rupfen hier. Er hat mich hier unter falschem Vorwand in sein Reich gelassen und außerdem ist es gerade ein kleines Kind. Ja. Null Jahre alt. Vielleicht kann man ja die Sache mit dem Kredit da so ein bisschen inkludieren in diese schwierigen Verhandlungen nach dem Motto, hattet ihr nicht vorhin gesagt, wenn, also das hatte er zu mir, glaube ich, gesagt, vielleicht lässt sich der König von Galicien darauf ein, wenn er Teil des Reiches wird und ich die Schulden zahle oder sowas. So eine Geschichten waren da im Raume. Darauf kann man ja vielleicht zurückkommen. Ja? Also ich werde auf jeden Fall mich um eine zügige Rückzahlung, ich werde mich auf jeden Fall um eine zügige Rückzahlung bemühen. Es wäre dann noch zu wissen, möchte er die Summe in Toto? Nö. Oder er langt auch in Ratenzahlung? Nö. Ratenzahlungen sind völlig okay. Wir sind in der Lage, das zu protokollieren. Wir haben da gescheite Mitarbeiter, die aufpassen. Okay. Und jetzt mal gerade out of Roleplay. Wie habt ihr das abgewickelt mit der Zahlung? Einfach über Geschenk schicken. Du hast dann einfach einen Haufen Geschenke geschickt. Genau. Ein Geschenk müsste an mich 150 wert sein. Deswegen diese Stücklung. So ist es. So, ich werde mich darum bemühen und in Bälde mit den Zahlungen beginnen. Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, das Reich wird prosperieren. Ich gucke mal, die Einnahmen sind ja nicht die schlechtesten. Elf im Monat. Wie gesagt, auch nicht übernehmen. Es muss ja noch was übrig bleiben für die Hofhaltung. Wie sieht es denn eigentlich aus am Hofe? Bei uns am Hofe oder bei euch am Hofe? Nee, ich betreibe ja keinen Hof. Och ja, man leistet sich ja auch einiges. Eine geräumige Unterbringung. Man leistet sich auch einiges. Ja, genau. Da liegt ihr goldrichtig. Also insofern erwischt es hier keinen armen Mann. Er versteht die Anspielung. Da liegt ihr goldrichtig. Ja, ja, genau. Sehr schön. Na gut, hätten wir es geklärt. Ich will nicht weiter stören. Ja, ich bin gespannt, wann die erste Rückzahlung eintrifft. Ja, dann gehabt euch wohl. Wo ist der Kutscher? Wir müssen leider... Wir müssen zu Fuß laufen. Ja, ich fürchte auch. Oder unsere eigene Kutsche bemühen oder sowas. Naja, bis später. So suche ich mir eine eigene Kutsche. Macht's gut. So, okay. Läuft doch alles. Kredite scheinen zurückgezahlt zu werden. Da gibt es also keine Probleme mit Akitanien. Das Problem, die Leute da unten, die sind einfach verrückt. Und mit verrückt muss man vorsichtig sein. Und die Kreditsumme war nun wirklich für uns zu vernachlässigen. Und, naja, Leute. 150. Der Schein ist gewahrt. Also, es darf natürlich niemand erfahren, dass wir hier Kredite nicht zurückverlangen. Aber wir haben die Grafschaft bekommen. Und das ist doch vom Geschäft her auch okay. Wenn jemand nicht zahlen kann, dann kriegen wir eben Herzogtum oder sowas. Die neue Hybrid-Kultur. Ja, 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 ja. Ich habe deswegen angenommen, weil ein wichtiges Element mit dabei war. Nämlich Erb-Hierarchie. Das ist das für mich wichtigste Element. Da gibt es nämlich Feudal-Vasalen-Steuer plus 10%. Das ist eine schöne Sache. Und solange das mit dabei war, höfisch, ja, da gibt es bessere für uns. Aber der Rest ist soweit okay. Von mir aus sind wir jetzt hochfränkisch. Da habe ich nichts dagegen. Ich hoffe nur, dass der König Roland... Wie sieht es aus mit den Innovationen? Ah, ich glaube... Ich hoffe, er ist auch bei den Landvögten dabei. Das wäre schön. Aber wir sehen gar nicht, woran er forscht, oder? Na ja, gut. So, was ist hier los? Es geht nicht weiter, Leute. Und man muss dazu sagen, wir haben lange keinen Kredit mehr rausgegeben. Copelius ist jetzt offiziell raus. Okay, Copelius scheint irgendwie Internet-Probleme zu haben, so wie es aussieht. Es gibt leider keine offiziellen Informationen. Kein Kutscher anwesend. Das ist schrecklich. Furchtbar, dieser Service. Außerdem scheint es mir, als würde die Sonne am Himmel still stehen bleiben. Könnt ihr euch das erklären? Ähm, sicher, dass sie nicht auch durch meine Weinberge durchflaniert sind? Die Sonne oder die Kutscher oder ich? Die Sonne und die Kutscher gemeinsam, genau. Ja, für den Wein mag das gut sein, wenn die Sonne am Himmel stehen bleibt. Ah! Kurze Info. Copelius hat größere Probleme. Er sagt, wir sollen jetzt schon mal weitermachen. Also nicht weiter. Okay. Also wird sich die Sonne bald weiter bewegen. Gott sei Dank. Sicher, dass ich eine Bank führen und kein Kult? Ich frage nur, weil sonst hätte ich Interesse beizutreten. Aber wo wir bei dem Thema sind, werte Dame im Stimmbruch. Ja. Oder ist das auch eine Erbschaft? Wie auch immer. Was haben Sie mit meiner Stimme? Sie klingt tatsächlich wie die eines Haans. Also eines von Haans. Ich erinnere mich. Ja, ja. Es gab da noch irgendwas zu besprechen. Kann ich mir erinnern. Es ging um die Bank, oder? Sie wollten mit dem König von Frankreich und der Bank sprechen. Also jetzt wäre der perfekte Moment. Ich muss Sie da leider etwas vertrösten, um ehrlich zu sein. Es gibt Ideen, die vielleicht auch profitabel für Sie sein könnten. Jedoch muss ich noch das genauere Vertragspamphlet etwas erarbeiten. Ah, okay. Alles klar. Ja, gut. Ich harre der Dinge. Stehe zur Verfügung. Sie harre der Dinge. Darf ich Ihnen denn schon mal ein wunderbares Geschenk vom Hofe von Hennigau geben? Eine Lieferung Champagner hier örtlich angebaut. Vielleicht hilft Ihnen diese. Hervorragend. Ich gebe ja auch zu, Sie werden das vielleicht bemerken, ich bin dem ein oder anderen Schluck nicht abgeneigt. Insofern freue ich mich über dieses Präsent. Sie etwa auch? Sie sind ja wie mein Vater. Oder mein Opa. Nur, wir tragen traditionell hier als Monsieur le Directeurs, tragen wir Masken. Da erkennt man das nicht so schnell. Das kann ich im Übrigen empfehlen. Ja, trinken Sie dann, indem Sie das durch die Augenschlitze kippen? Oder wie geht das dann? Wir trinken nur in intimen Momenten. Ah, also. Ihr seht ja, wir sind auch schüchtern. Ich habe gezeugt werden. In Momenten, wo wir unbeobachtet die Maske ablegen. Ja, dahinter verbirgt sich auch gut und gerne eine rote Nase. Sehr gut und ähnliches. Mein Hofner übrigens auch eine rote Nase. Ja. Sehr gut. Wo wir gerade bei Präsenten sind. Ich habe etwas zu verkaufen. Und ich weiß nicht, sind Sie vielleicht interessiert an einer Krone oder einer wunderbaren Tierfigurine? Oder vielleicht einem Marmorzepter? Einen Marmorzepter? Ja. Das hört sich interessant an. Was kann denn dieser Marmorzepter? Es ist ein meisterliches Schmuckstück und bringt, ja, macht sie schlauer. Also, es gibt Leute, die sowas in Zahlen ausdrücken können. Nun ja, also bei mir steht Bildung plus eins, was auch immer das heißen mag. Aha. Nun ja, also ich will dort keine Hoffnung schüren, wo sie nicht ist. Schlauer machen kann man mich nicht mehr. Nun gut. Okay. Schade drum. Ich hätte davon sogar zwei. Ah, das ist ja, dann wäre ich ja doppelt so schlau quasi. In der Tat. Für jede Hand einer. In der Tat. Okay, gut. Vermutlich auch keine kleine religiöse Schnitzerei oder sowas. Nein. Gut. Ich merke, Sie sind eine bescheidene Frau. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber ich erinnere mich. Ich weiß leider nicht was. Vielleicht sollten Sie diese beiden Zepter mal in der Hand halten. Dann wissen Sie, warum die Sonne sich nicht weiter dreht. Ja, erstaunlicherweise halte ich sie. Nein, nicht in der Hand. In der Tat, ja. Ich trage sie im Täschchen. Im Täschchen? Ich habe auch eins, tatsächlich. Ja, ich muss mir direkt mal angucken, was in Ihrem Täschchen so liegt. Ah, die Van Han Chroniken. Ah, da fällt mir noch was ein. Ach so, aber das nützt Ihnen nichts, weil Sie keinen Hof haben. Ich habe nämlich noch eine schöne Schatulle. Tatsächlich nicht. Ich bin dort eher eine Dame, die im Straßengraben sitzt. Einen Hof besitze ich nicht. Ja, es wird Zeit. Wenn der Moment gekommen ist, biete ich eine Schatulle an. Eine prächtige Schatulle. Oh, eine prächtige Schatulle sogar. Das werde ich direkt mal meinem Mann erzählen. Der ist übrigens verwandt mit mir. Das ist praktisch. Bleibt es in der Familie, nicht wahr? Ja, also ich habe mich schon gewundert, warum er so nett ist und so gut zu mir passt. Aber ja, es bleibt in der Familie wie der gute Schnaps bei uns. Und irgendwann empfehlen sich dann wirklich die Masken. Gerade in solchen Konstellationen. Aber ich habe im Moment keine Überzählung. Ich werde mich dran halten. Gut. Ja, die Sonne dreht sich wieder. Dann gehaben wir uns wohl. Genau, endlich können wir auch weiter reiten. Ich dachte schon, warum ich die ganze Zeit mit meinem Pferd auch was stelle. Also wirklich. Adieu. Tschüss. Hm. Ja, Leute. Ähm, okay. Wow, Cuperus versucht wohl immer mal wieder beizutreten. Na, mal sehen. Das kann ich natürlich nachvollziehen, dass er versucht zurückzukommen. Insofern müssen wir ein bisschen... Äh, ich bin fränkisch, also kein... Warte mal, wie hat sich denn die Sprache verändert? Das habe ich jetzt gar nicht. Hochfränkisch. Oh, verdammt. Hochdeutsch. Ach ja, das ist ja lustig. Wir können ja jetzt automatisch Hochdeutsch. Wen habe ich hier auf dem Gewissen? Eine Hinrichtung einer Hexe, glaube ich, irgendwann. Ja, 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 stimmt. Ich bin ja jetzt auch Hochdeutsch. Aber ich kann noch Französisch. Das ist ganz skurril. Wenn die Kultur geändert wird, dann kann man automatisch die Sprache der Kultur. Und die alte Sprache behält man als Fremdsprache. Nicht schlecht. Oh. Portugal ist unabhängig geworden. Oh, da gibt es wohl interessante Verhandlungen. Aha. Plus 10 Gold. Gab es jetzt schon ein Geschenk? Es gab noch kein Geschenk, ne? Plus 23 Gold. Prinzessin Eva von Frankreich. Tochter von König Roland. Okay. Gut. Da gibt es mächtige Bündnisse. Das beruhigt uns. Wir haben die Engländer, beziehungsweise diese komischen Bretonen gehört. Alle anderen sind jetzt irgendwo in Verhandlungen. Aber wir werden uns berichten lassen. Nicht wahr, Leute? Das scheint weiter zu gehen. Spanien ist ein Konkurrent bei dem Einkommen. Ja, ja. Das stimmt schon. Das Einkommen ist hervorragend. Aber wird es auch mal machen. Finanziert auch eine ziemlich hohe Hofpracht. Interessanterweise. Ja. Okay. Also ich vermute mal, dass wir dem keinen Kredit mehr geben müssen. 21. 10. Ich kann ihm die Kiste verkaufen. Ich will das zuerst mal meinem... Ich gucke mal, ob er noch eine Kiste... Aber ich glaube, der hat jetzt andere Sorgen, ehrlich gesagt. Ah, Möbelstücke fehlen hier noch, oder? Ja, ja, ja. Da könnte man eine Kiste noch loswerden. Was hat er denn hier? So eine Kelch von Aldanzona. Die Sandalen von Jesus. Okay. Und so ein hässliches Schlüsselstein. Äh, ein hässlicher Knochen. Ja, gut, Leute. Also, ich hoffe nicht, dass es jetzt den Abend über gar nichts zu tun gibt für uns. Aber irgendwas wird schon passieren. Und je mehr Geld wir haben, so mehr, mehr können wir irgendwann dann auch tun, wenn es darauf ankommt. Äh, joa, Lucky Luke Schergen. Also, so weit sind wir noch nicht. Wir haben ja klare Ansage gemacht, bis wann wir die Rückzahlung erwarten. Dann kämen Schergen, ja. Dann hätten, müssten wir uns irgendwas überlegen. Aber der Moment ist noch nicht gekommen. Meine Kopfbedeckung. Wieso? Meine Kopfbedeckung ist doch hervorragend. Achso, meint ihr diesen... Warte mal. Haar, Bart, Mantel, Kopfbedeckung. Achso. Keine Krone. Ja, das ist vielleicht ein Punkt. Ja, wartet mal. Wie wäre es mit einer Kappe auf... Ja, das ist doch nicht schlecht, ne? Wir nehmen eine Adelskappe. Das sieht so richtig gruselig aus, Leute. Frostkrim? Nein. Ausbau der Provinzen, das habe ich eingangs durchgerechnet, lohnt sich nicht. Die Investitionen sind so hoch, dass wir sie nicht mehr reinbekommen. Das haben wir im Vorklapp sehr genau berechnet. Mafiamode. Ja, ich trage tatsächlich hier auch eine Krone. Das könnte man aus Roleplaygründen abnehmen. Aber, naja, Leute. Das ist die Trone... Die Krone trage ich nur in privaten Momenten. Im Schlafzimmer, vor dem Zu-Bett-Gehen. Setzen wir uns einmal die Krone auf und dann rieselt das Prestige wie Mana vom Himmel. So funktioniert das mit der Krone und dem Prestige. Ich denke, die lassen wir einfach mal auf. So, okay, wartet mal. Wie sieht es aus mit der Kontrolle? Leute, es ist... Ja, oh ja. Wir können Kontrolle hier wenigstens das noch machen. Acht Jahre, toll. Ja, plus 28. Das sind schon sehr, sehr gute Einnahmen. Ist der König von Frankreich mal wieder irgendwo im Krieg? Nein. Okay. Ich würde mal sagen, wir lassen einfach das Geld laufen. Ich gratuliere zur Kaiser-Krönung. Meines Vaters, ja. Eines Vaters? Meines Vaters, ja. So wie ich das wollte. Als gerechter und tapferer Sohn... Der ist jetzt schon 75. Meines Vaters war das natürlich absolut notwendig. Willkommen zurück. Ja, dankeschön. Ich habe heute irgendwie den Technikteufel drin. Angeblich ist bei mir das Spiel in der Pause. Worauf ich nicht reagiert habe. Und dazwischen meine Feinde gegen mich gezogen sind. Und bei mir steht im Screen oben drin, dass das Spiel durch mich pausiert wurde. In Wirklichkeit läuft das Spiel aber. Sehr spannend. Oh, krass, ja. Da hat es heute was. Darf ich denn den Sohn des aktuellen Kaisers eventuell bitten, beziehungsweise fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, ein Bündnis einzugehen. Ich würde nämlich dringendst Hilfe benötigen bei meinen aufständischen Vasallen in meinem Herzogtum. Ja, wird nur ein bisschen schwierig. Ich habe niemanden frei, außer meinen Sohn. Ich glaube, ich werde ein... Zumindest, ich habe jetzt eine Option gehabt, Bündnis aushandeln. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt direkt durchgeht. Ah ja, das geht. Ah, großartig. Ihr habt uns schon geholfen, selbstverständlich. Hm. Dann kommen wir auch zu Hilfe. Das wäre sehr schön. Aber mit ein bisschen Verzögerung, weil das hast du das letzte Mal auch gemacht. Ich komme gleich, es ist alles so teuer, warte kurz. Das war genau zu diesem Zeitpunkt, wie ich das vorbereitet habe, dass ich eigentlich dich auf den Thron bringe. Ja, wie wäre es mit ein paar Söldnern, die die Bank finanzieren kann? Leider, das Problem ist, ich glaube, ich kann mir die Zinsen der Bank nicht leisten. Also ich bin nicht im Krieg, du musst mich in den Krieg rufen. Ah ja, ja, ja. Ich habe dezente Einkommensprobleme, deswegen befürchte ich fast, dass das kein sehr lukratives Geschäft für die Bank werden kann, weil ich das Geld nicht zurückzahlen werde. Ich biete dir an, dass ich komme. Okay, also ich dachte natürlich Das ist Kriegsfrog, was ich ausgehoben habe. An zukünftige Erweiterungen und Macht- und Geldzuwächse, die ja da kommen werden, vielleicht. Das hoffe ich. Wenn die Verhältnisse sich stabilisieren, können wir über die nächsten vielleicht Expansionsanstrebungen durchaus eine kleine Finanzspritze uns vorstellen, aber für den Moment, glaube ich, ist das eher kontraproduktiv. Ja, solange es natürlich die Schweiz gibt, ist ja alles gut. Mit der Schweiz funktioniert das wunderbar. Wir kommen zum Söldner und wir sind unterwegs, die Bikaniere laufen schon. Sehr schön. Wir treten ihn in den Arsch, oder? Das erwarte ich mir. Als gute Nachbarn. Ja, der Gewalthaufen ist unterwegs. Guckt euch mal an, was der König von Frankreich verdient. Holla, die Waldfee. Der hat dem Wald mehr Geld als wir und verdient 50 Gold im Monat. Das ist ja unglaublich. Ja, der Typ hat halt auch Verwaltung. Wenn der stirbt, dann bei dem wird es ganz anders werden. Aber das ist ja unfassbar. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oberlothringen, natürlich. Oberlothringen. Oberlothringen. Der König von England würde gerne mit euch konferieren. Mmh. Das wird Engeland ausgesprochen. Das Engeland. Natürlich gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Vielleicht unter vier Augen. Sicherlich. Ich würde euch schon mal da hinbringen. Irgendwie bugt das bei mir. Ich bin zurück. Ja, äh. Darf ich kurz eine Frage an euch? Wisst ihr das? Eigentlich kann man ja die Vasallenbande mit dem Druckmittel ändern. Aber es zeigt mir jedes Mal an, die Pflichten wurden bereits geändert. Aber die Pflichten wurden nur ein einziges Mal geändert seit diesen drei Tagen. Und zwar von normal auf hoch. Ja, das kann im Leben des Lehnsherren geht das nur einmal. Naja, aber der Kaiser hatte tausendmal schon gewechselt bei uns. Also das ist der fünfzehnte Kaiser, den ich jetzt schon huldige gefühlt. Und ich selber habe ihn auch schon gewechselt. Okay, ja gut. Das kann ich mir auch nicht erklären. Das Problem hatten wir auch in Frankreich. Ja, dann wird es, ich nehme an, das hängt fest, dass das Spiel sagt, naja, ist immer noch der gleiche Kaiser, aber weil der schon tausendmal gewechselt hat. Ja, das ist tatsächlich noch ein offener Punkt, auch beim König von Frankreich. Das ist absolut richtig. Aber das liegt natürlich nicht am König. Aber wir erfreuen uns noch bester Gesundheit. Ich hoffe nicht, dass ihr unser vorzeitiges Ableben erbeiseht. Mein Sohn, der die ganze Zeit schon auf meinen Thron stiert, dieser Reich hat. Auf keinen Fall. Und ich bewundere auch die Liquidität des französischen Königshauses. Das ist ja unglaublich. Ja, und wir dürfen jetzt mal offiziell verkünden, wir waren da leider, wir waren noch bei der diplomatischen Gesprächen, aber wir haben es geschafft. Wir haben die hochfränkische Kultur zusammengeführt. Endlich ist wieder zusammen, was zusammen gehört. Eine fränkische Kultur soll die Franken einen. Franken aus dem Heiligen Römischen Reich, wie auch Franken, die sich Franzosen nennen. Hochfränkisch soll es in Zukunft sein. Und wir werden dafür sorgen, dass sich hochfränkisch auch überall hin verbreitet und gefördert wird. Da kümmert sich hoffentlich, so haben wir nämlich den Auftrag erteilt, der werte Herzog Jean-Jacques darum. Jean-Jacques? Ja. Meinen Sie? Ja, vom Lied. Jean-Jacques. Herzog Jean-Jacques, die Portemonnaie, ihr seid ja doch unser Ratsverwalter, oder bin ich da falsch der Annamen? Ach so, ach so, ach so. Das ist Teil unserer Pflichten, ja, ja, ja. Ich habe die ministeriellen Pflichten nicht ganz... Hoffentlich nicht. Ja, ja. So gut vergessen. Naja, das machen Untergebende. Ich kümmere mich ja nur um die finanziellen Geschäfte, aber dieses, ich habe es ja schon gestern Kulturgedöns genannt, das machen andere. Aber ich bin erfreut, Landvögel sind entdeckt, hervorragend. Ja, dafür haben wir gesorgt, jetzt mit der neuen Kultur. Das ist richtig. Habt ihr denn auch die Kultur angenommen? Ja. Ja, hochfränkisch, sehr gut, sehr gut. Stolz bin ich auf euch, stolz. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, und zwar, wo wir gerade hier beisammen sind, in Richtung des Kaisers, beziehungsweise des zukünftigen Kaisers vielleicht, also im Heiligen Römischen Reich. Wie sieht es denn aus? Es gibt dort eine kleine Grafschaft namens Ö am Kanal. Die ist unrechtmäßig durch irgendwelche Ränkespiele eurer Vorgänger in den Besitz des Heiligen Römischen Reich gekommen. Könnte man an eine simple Rückgabe denken? Natürlich. Großartig. Solange die anderen Gebiets, die Gebietsgrenzen unberührt bleiben. Das muss der König entscheiden. Und wenn der Frieden dadurch gewährt wird. Haben wir sonst keine EU? Ich schaue nochmal rechtliche Ansprüche. Nein, wir haben nur den Dejure-Anspruch auf diese Grabschaft. Und ich denke, eine EU in Zukunft ist doch ein sehr lobhaftes Unterfangen, wenn diese hier wieder eingeführt wird. Deswegen würde ich den Vorschlag sehr unterstützen für die zukünftigen Beziehungen. Und das habe ich ja gar nicht mitbekommen, meine Güte. Kaiser Lex, ihr seid euer Vater, nicht wahr? Mein Vater ist wieder Kaiser, ja. Er hat es geschafft, nach den 24 Tagen, 8 Tagen, ah, man erzählt so viel, ich weiß es gar nicht mehr. Die Lügen des Feindes, mein Herr. Wahrscheinlich, dann sind es die 24 Tage bestimmt gewesen und nicht die 8. Also mehr, ist doch immer besser als weniger. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch an die Familie Kärnten an der Stelle. Dankeschön. Mein König, seid ihr betrunken? Ihr habt gerade zum Kaiser gesagt, ihr seid euer Vater. Was? Ja. Nein, 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 nein. Das habe ich mir auch gedacht. Was? Nein, nein, nein. Spanien, ich kann gerade mit Mörb nicht sprechen. Ach, da ist er, warte mal. Ich gehe zu ihm. Kaiser, König, nee, König. Ich würde sie auch gerne dazu beglückwünschen, dass sie 76 Jahre erreicht haben. Werter Kaiser, ich nutze gerade die Möglichkeit, ähm, oder Vertreter des Kaiser. Ich sehe, es gibt ein paar Probleme. Kann die Bank vielleicht helfen? Tatsächlich ist es sogar möglich, dass die Bank helfen kann. Momentan halten wir uns noch über Wasser und zwar für die nächsten 30 Monate. Aber mehr Söldner ist doch immer gut. Mehr Söldner sind immer gut, das ist richtig. Wie viel Geld könnt ihr mir denn leihen? Also, dem Kaiser von Spanien fährt nahezu unbegrenzt bei dieser Kreditwürdigkeit. Hm. Wie viel? Moment, ich schaue mal gerade eben. Also, ich brauche natürlich eine kleine Einlagensicherung. Wenn ihr mir, ähm, ich muss mir gerade mal gucken, was ist die größte Söldnerkompanie, die man anheuern kann. Gebt mir 2.500 Gold. 2.500, okay. Das ist eine stolze Summe. Ähm, der Krieg wird hoffentlich gewonnen werden. Aber... Ey, ich gehe jetzt all in. Ja, das bedeutet auch, ich gehe in gewisser Weise mit all in. Also, naja, 3.000 zurück. Aber keine Sorge, das Königreich England streitet bereits an meiner Seite. Und eigentlich sollte Frankreich auch. Ich weiß nicht, warum es... Der König ist angekommen. Wir wurden gerade erst benachrichtigt. Wir hatten vorher schon die Hilfe angeboten. Und der Bote meinte, sie wird nicht benötigt. Aber ein Rätelbegleicht steht seine Schuld. Wir sind hier und die Truppen werden gesammelt. Wir wurden erst jetzt benachrichtigt. Okay, gut. Ah, warte mal, hier kann ich die Familienmitglieder noch in, äh, nee, heiraten. Du müsstest schnell die Geschenke annehmen, sonst kommt das nicht. Äh, ja. Das ist leider jetzt sehr umständlich. Ich kann tatsächlich aus irgendeinem Grund den König von Frankreich nicht rufen. Kann ich denn dem Kriege beitreten? Schauen wir doch uns das mal an. Und ich weiß halt nicht, warum. Kriegsbeitritt anbieten. So, man möge doch sagen, ein Rätelbegleicht steht seine Schuld. Wir sind im Krieg. Perfekt. Über Aragon, ist das eine gute Strategie, dass unsere Truppen marschieren? Verschlag die Armeen, tötet sie alle. Ja, das sind so viele. Oh nein, auf meine alten Tage darf ich keine Armee steuern. Hier, der Augustin, übernehme er die Armee. Und das käme jetzt noch gerade richtig, wenn ich in der Schlacht sterbe. So etwas. Wobei, wartet ganz, ganz kurz, liebe Eiserne Bank. Ich nehme mir das hier jetzt noch an. Wie viel waren das jetzt? 600 Gold, oder? Das waren vier Geschenke. Das sind 600 Gold. Dann belasten wir das ganz, ganz kurz noch dabei bei diesen vier Geschenken. Wir haben jetzt schon 55 Prozent. Vielleicht ist dieser Krieg schneller vorbei, als ich gedacht habe. Okay. Ich bin da über zwei Städte. Ich kann aber gerne gleich was anderes machen. Werter einjähriger Verbündeter. Viel Erfolg. Ja. Ja, perfekt. So werden Geschäfte gemacht. Vier Geschenke ist auch besser für uns. Fünf Geschenke zurück, würde ich sagen. Super. Portugal hat meines Wissens zwei Geschenke schon geschickt. Das muss ich mal notieren. Portugal. Wie viele Geschenke kriegen wir von Portugal? War ich 1350 durch 150? Neun. Davon sind... Oh, was für eine schöne Geschichte. Was für... Das muss ich hier kurz loswerden. Ich habe... Es wurde in der Freiheitsfraktion für meinen Vater gegründet. Da bin ich beigetreten, habe andere dazugeholt, Bündnisse mit Polen geschmiedet und Ungarn und haben ihn auf den Kaiserthron gehievt. Und dann habe ich mit meinem Vater gesprochen und gesagt, ich habe eigentlich Anspruch auf den Thron von Italien. Und er hat den meinem Neffen weggenommen und ihn mir gegeben. Und jetzt weist er mir gerade alle Vassalen nach und nach wieder zu. Das heißt, die Schweiz kommt wieder zu alter Macht. Und der Vater ist Kaiser geworden. Dadurch, dass wir ihm geholfen haben. Wundervoll. Das ist doch schön. Es ist... Es ist eine tolle Geschichte. Okay, Shad. Ich sehe gerade, König Arthus hat einen Krieg verloren. Das ist ja hochinteressant. Haha! Minus 700! Haha! Ja, geil. Er ist aber schon ein bisschen beleidigt, da immer von der alten Garde gesprochen wird. Und er wird irgendwie nie... ...gerufen hat. Das hat mich jetzt noch geferletzt, dass ich nicht mehr ins Gespräch reingekommen bin. Das hat mich richtig entehrt. Werte Fürsten, entschuldigen Sie. Ich sehe, es gibt hier ein paar Geldprobleme im Hause Pendragon. Das ist gut. Das war eine absolute Nullnummer, die ich da oben mit der Geboten habe. Das werde ich eigenständig auslöffeln müssen mit meiner Wirtschaft. Okay. Aber danke für die Aufmerksamkeit und das Angebot. Wir beobachten mit Interesse alle politischen Geschicke der Welt und sind stets zu Diensten. Viel Erfolg. Jo, danke. Das englischen Königs mich durch die diplomatischen Gespräche und über diese kleine Angelegenheit mich derart abzulenken... Hm. Ja, dann meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Graf Livarius. Ich danke. Graf. Herzlichen Dank. Herzöglichen Dank, wenn ich bitten darf. Ich bin immer noch über ihn. Herzöglichen Dank, natürlich. Mein Herr. Mein Herr? Meinen Sie mich? Ich bin eine Dame. Ach so. Alle durchleuchtigste Fürstin. Ja. Pardon. Alles einflüssend fürchtige Leuchten. Genau. Herr König von Schwein ist wieder betrunken. Ja, die Champagne schmeckt so gut. Äh, äh, was? Okay. Ja, genau. Chat, also er wird die Britannien nicht abkaufen. Das wird er auf keinen Fall machen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ihn anzugreifen bedeutet, 20.000 Mann anzugreifen, 18.000. Und bin ich mir nicht sicher, ob der König darauf Bock hat. Ich meine, er hat selber viele Truppen, aber er ist alt, er kann sterben und der Nachfolger wird mit Sicherheit nicht so viele haben. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Na gut, er könnte natürlich lange keinen Krieg führen erfolgreich, 15 im Monat. Der braucht ewig dafür. Was cool wäre, wenn wir den französischen König überreden könnten, diesen Krieg zu führen und dann heimlich ihm Kredite geben, damit er diesen Krieg kämpfen kann. Aber, naja, wir haben es eigentlich anders verhandelt. Ob es lukrativ ist, in den Konflikten mitzukämpfen? Nö, finde ich nicht. Wir verlieren dadurch mindestens 10 Gold im Monat und wir brauchen kein Land. Nö, mein Charakter ist nicht hinterlistig. Der ist schüchtern, demütig und fleißig. Da ist aber ziemlich viel möglich, sagen wir es mal so. Ja, ja, die heimlichen Kredite versprechen unserem Abkommen. Das ist mir bewusst. Dann verliert er und mein Geld ist weg. Ja, war vielleicht keine hundertprozentig durchdachte Idee. Das machen wir auch nicht. Es war nur dahingesagt. Hat ja auch keiner gehört, Leute. Ich weiß, wenn man ihn jetzt angreifen würde, er schlechter kämpfen. Aber das Problem ist, dass der alte König nicht gewillt ist, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Vor allem ist er nicht da. Oh, es gibt eine Revolte gegen den englischen König. 10.000 gegen 7.000. Der will sich den Königstitel holen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Der hat Minus. Okay, das ist der Moment eigentlich für den Kredit, ne? Das ist der Moment für den Kredit. Oh nein, Vater! Nein! Oh! Wo sind die Kutscher, wenn man sie braucht? Ich brauche dringend einen Kutscher. Das ist, glaube ich, keiner anwesend. Aber ich habe eine wichtige Information. Nachdem es mein Vater ein weiteres Mal geschafft hat, zu webern, hat er sich in die Tiefe gestürzt. Worauf ich, Gräfin Kolgate, die Strahlende, nun die Gräfin von Metz bin. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Es soll mir helfen. Warum hilft ihm mein Vater und seine Armee nicht? Vater! Okay. Er lässt mich da einfach abkratzen. Chat, das Problem ist, ich kann jetzt nicht dort in den Channel gehen, wo die gegeneinander Krieg führen und der einen Seite Kredite anbieten. Das ist scheiße. Das geht nicht. Mein Ruf leidet darunter. Ich muss das über den Kutscher erledigen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt dealen soll. Das Blöde ist, dass da zwei... Oh, warte mal. Ja, ich sehe, ein Kutscher ist anwesend. Richtig. Ja. Es wäre wichtig, wenn darauf geachtet wird, dass nicht Kutscher... Zwei Kutscher in einem Land sind und null in einem anderen. Es ist dringend... Das ist manchmal etwas schwierig, wenn wir darauf achten müssen, dass die Leute nach ihren Audienzen auch wieder zurückkommen. Ja, das verstehe ich. Bitte eine Nachricht an den König von England, an den noch Amtierenden. Ich sehe, er bräuchte dringend vielleicht finanzielle Unterstützung. Er soll doch Ihnen einfach schnell sagen, wie viele Kredite er haben möchte. Je Kredit 150. Obwohl, ich sehe gerade, wir können da selber hingekutschiert werden. Er ist mit unserem König in einem Raum. Bitte einfach richtig dorthin bringen. Sicher doch. Okay. Nur irgendwelche diplomatischen... Okay, ihr habt meine Unterstützung, aber wir müssen uns beeilen. Werter König, braucht ihr Geld? Wir nehmen das so auf. Darf ich so zuhören? Eure Unterstützung gegen Camelot wird uns beistehen. Ja. Die Chronisten haben es aufgezeichnet. Ihr steht zu eurem Wort, das hoffe ich doch sehr. Ja. Dann werden unsere Truppen... Wie wünscht ihr denn den Kriegsbeitritt? Ich habe euch gerade ein Bündnis vorgeschlagen. Das müsstet ihr einfach nur akzeptieren. Und dann hole ich euch rein und dann... Ja, wir haben das Bündnis akzeptiert. Alles klar, ich hole euch in den Krieg. König von England. Kredit ist sicher auch... Sie sind im Minus, sie kämpfen... Der Papst hat mir gerade ausgeholfen. Ah, okay, alles klar. Der Papst verdummt auf jedes Geschäft, ey. Wenn mein Untertan schon mal hier ist, bitte bezeugen Sie urkundlich, dass der König von England uns versprochen hat, für das Bündnis und den Kriegsbeitritt, bei etwaigen Konflikten mit Camelot, die kriegerisch werden, dass er sich auf unsere Seite und nicht auf die Seite Camelot stellen wird. Ich hoffe natürlich auf eine friedliche Einigung. Das hoffen wir auch, natürlich. So, dann legt los, redet nicht zu viel, schickt die Truppen. 17.000 Franzosen. Schickt die Truppen. Ich beeile mich, du musst dich auch beeilen, ne? Deine Jungs, wenn die deine Familie jetzt da kriegen, dann ist es GG. Wo ist die Hauptstadt? Ganz oben, ne? Die wird schon direkt belagert. Ja, unsere Truppen marschieren. Das Problem ist, ich brauche sechs Monate, bis ich ausheben kann. Meine... Achso, du hättest segeln sollen, oder du machst es jetzt so, wie, dass du einen mega krassen Kredit bei Steinwallen aufnimmst und machst es mit Söldnern. 17.000 Franzosen sind auf dem Weg. Kommen sie schnell an. Also, sie werden... Ich kann meine Armeen erst ausheben, wenn die sechs Monate rum sind. Aber die Söldner sind sofort da. Söldner kriegst du sofort. Ja, kann ich mir nicht leisten. Ja, deswegen bin ich doch hier. Aber wie viel Kredit soll ich denn da aufnehmen? Ja, ist halt die Frage, wie viel soll ich... Es wird teuer. So oder so wird es teuer. Oh, das wird sehr knapp. Das wird sehr knapp. Vier Monate noch. Uh, das wird knapp. Wir sind gleich auf dem Wasser. Vielleicht reicht das ja alleine nicht. Also, die Belagerung. Der Copy ist jetzt Zuschauer. Warum? Dann scheinen das technische Probleme. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt aushebe, schon vorher, dann sieht er das ja und kommt und greift mich an, während ich aushebe. Das stimmt, das muss schon ein bisschen entfernt davon sein. Das heißt, ich muss warten, bis die Zeit runter ist, ja. Oder in Lancashire ja einfach ausheben. Kommst du auch noch? Ja, ne? Ich komme, ja, aber ich komme gerade eben erst in meiner Hauptstadt an. Da muss ich ganz kurz aufmunitionieren, wenn du verstehst, was ich meine. Meine Truppen sind im Ärmelkanal. Dann komme ich. Weil die werden hoch und meine Truppen. Die werden bald im Norden sein. Also, die Söldner sind sofort da, ne? Also, du hast sofort 1600 Mann oder 2500. Das stimmt, die Söldner brauchen ja gar nicht Zeit. Ja, aber das reicht mir nicht. Das reicht halt nicht, um zu gewinnen. Ja, okay. Aber vielleicht für Zeit, bis die französischen Truppen kommen. Ich habe 18.000 Mann. Die sind auf dem Weg. Ich glaube, dann lasse ich ihnen lieber die Hauptstadt belagern und hoffe, dass das nicht das Ende des Krieges direkt ist. Es sind aber nur noch 50 Tage. Die 1.000 Söldner könnten euch Zeit erkaufen. Ja, gut, aber die Kredite brauchen auch erst mal wieder. Boah, stimmt. Warte mal, die Franzosen kommen gerade eben schon an. Er hat schon recht. Das könnte, äh... Die 1.000 Mann könnten genau richtig sein. Wir marschieren sofort rein. Wir marschieren, aber es wird knapp. Oh mein Gott, vier Tage. Hättet ihr die 1.000 Söldner geholt? Die 1.000 Söldner! Ja. Das Problem ist, dass nicht ein großer Kredit... Und? Ist er gefallen? Nein, es ist nicht vorbei. Oh! Es ist nicht vorbei. Hol ihn dir, Frankreich. Hol ihn dir. Wir können aber nicht... Wir können nicht mehr abbrechen. Jetzt haben wir natürlich hohe Verluste. Denk an den Verschiffungsmalus. Alles für England. Ich möchte, dass das in der Geschichte... Oh mein Gott. In der Geschichte... Oh mein Gott! In der Geschichte... Bitte anerkannt wird die hohen Verluste. Oh mein Gott! Wir sind für sie in den Tod marschiert. Aus der See direkt in den Kampf. Wir bluten für sie. Wir sterben für sie. Wenn das nicht unsere Bande für die Zukunft... 1 gegen Camerlott. Und England auf einer Seite. Das gibt es nicht. Das geht nur hier. Oh, oh, oh. Die verhauen dich. Ja, natürlich. Durch die Verschiffung. Das ist keine gute Schlacht. Durch die Verschiffung, klar. Ja, natürlich. Aber wir haben ja alles versucht, um die Plünderung der Hauptstadt zu verhauen. Ja, aber es ist noch nicht vorbei. Es sei denn quasi... Jetzt gibt es hier gleich eine heftige Gefangennahme. Also es könnte dadurch jetzt hier schon GG sein. Ich hoffe, dass... Oh nein. Ich hoffe, dass... Das anerkannt wird. Dass die Franzosen hier gerade zu tauschen sterben für England. Flieh doch aus der Schlacht. Ich meine, die nächste Schlacht wird halt gewonnen. Ja, das tun wir. Also ich werde jetzt direkt in Mercia, seine Hauptstadt, anlanden. Okay? Ja. Wenn das jetzt hier nicht kein GG ist... Ah, nur 62%. Ey, das ist noch gewinnbar. Alles gut, alles gut. Und 12.000 halt. Wir sammeln uns neu. Jetzt setzen wir ihm mal quasi einem Druck aus, den er wahrscheinlich so nicht hat kommen sehen. Während ich im Krieg bin, greift er mich an. Also niederträchtig. Ja, ja. Ganz im Ernst, da würde ich auch tatsächlich eventuell mal mit Gaius und mit Ecke darüber reden, ob das nicht vielleicht sogar ein Grund ist, den ein bisschen länger im Knast zu lassen. Naja, ich nehme dem komplett seinen Herzogtum hier weg. Stimmt, das kannst du machen. Du kannst ihn ab und kennen. Dann ist er nur noch in Irland. Stimmt, der könnte in Irland. Das ist ja auch nicht möglich. Stimmt. Das wäre gerechtfertigt wahrscheinlich. Ich nehme den hier komplett weg aus... Genau. Aber spannender könnte es gerade nicht sein, finde ich. Du hast halt 12k-Truppen jetzt. Ich bin in zwei Monaten rein. Und ursprünglich 19.000, wollte ich anmerken. Oder 18.000 waren es noch zu den Beziehungen. Alles für England. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, weil kaum spricht keiner mit mir. Wisst ihr auch warum? Weil keiner mit mir gesprochen hat und welche Ansprüche hier noch bestehen? Kannst du mal bitte in einen anderen Kanal gehen, solange wir gegeneinander kämpfen? Vielleicht will ich dir dazu noch sprechen. Ich kann ja doch mal mitreden. Ich darf doch mal überhaupt reden, weil genau es wird nur nicht mit mir geredet. Alle reden nur nicht mit mir. Sollten wir vielleicht pausieren. Ich bin den englischen König vorbei, als ich niederträchtig angegriffen wurde, während ich mich in einem anderen Krieg befand. Den ich nicht zugerufen wurde und gefragt wurde. Ich biete nämlich auch was an. Natürlich weiß ich, dass ich vernichtet werde, aber ich möchte natürlich die Unabhängigkeit. Nein. Ihr bekommt gar nichts. Ihr bekommt gar nichts. Ihr werdet euer Herzogtum Mercia verlieren und ihr werdet keine Unabhängigkeit bekommen. Okay. Vielleicht sollten wir die diplomatischen Gespräche nicht so eilig abbrechen. Im hohen Alter habe ich gelernt. Im Krieg doch wohl. Den französischen König kann man nicht trauen. Im Grunde möchte ich an der Stelle sagen, ich weiß zwar nicht, was zwischen Mercia und England vorgefallen ist, aber einen Krieg anzufangen, die Festung zu belagen und dann mit Diplomatie anzufangen, finde ich auf jeden Fall schon mal eine interessante Vorgehensweise. Man darf sich aber nicht wundern, wenn da nicht mehr viel geredet wird. Ja, selbstverständlich. Und ich kenne Jules. Jules ist sehr, sehr unverzeihlich. Genau das wurde mir ja gesagt. Jules hat ja auch, sei mein Neffe, gar nichts. Also die Gespräche liefen ja. Mein Neffen. Ich konnte nicht anders, weil ich wusste, ohne Gespräche hat es nicht funktioniert. Das ging nicht anders, weil die Gespräche sehr misserfolglich waren. Und ich auch nicht mal in den Krieg mitgerufen nach Spanien, nicht mal gefragt wurde, als zu unwichtig erkannt wurde, um in die Gespräche mit einberufen zu werden. Ihr konntet das gar nicht, weil ihr seid nicht mit mir verbündet. Ja, man kann ja darüber sprechen. Oder mein König sagt, mein König möchte, dass ich mitkomme, weil ich natürlich mit 5000 Mann unterstützen würde. Du beschwerst dich, dass ich dich nicht in den Krieg mit reingezogen habe, in den ich dich gar nicht spielmechanisch reinziehen kann? Ich kann ja beitreten, das ist ja Diplomatik. Nein, das kannst du eben nicht. Nur wenn du mit dem König von Spanien auch verbündet gewesen wärst, hättest du das tun können. Der Button existiert zwar, aber du kannst nicht in einen Krieg von mir rein, bei dem er nur aushilft. Ja. Ah. Das geht gar nicht. Ja. Die Frage ist auch, wieso wollte man es überhaupt wollen, in einen Krieg mit reinzukommen, mit seinen eigenen Truppen? Das kann ich dir erklären als Bankier. Umso unterstützt, weil natürlich auch der Christ in mir drin ist und ich natürlich das christliche Reich unterstütze. Wegen der 10% Kriegsteuern möchte man das. Jesus Christ, ey. Also wirklich. Okay, ähm, ja wir würden jetzt gerne uns wieder in diesem Krieg hier besprechen und können danach verhandeln. Ja. Rino, soll ich dich mit hochgehen? Äh, ich glaube du sollst. Ich glaube ich werde weggescheucht. Gerne. Gerne. Meine Güte. Aggressive Verhandlungen hier. Das ist wirklich gerade nicht. Mein Name ist 78-jährig. Jetzt hat der nächste hier mir den Krieg erklärt. Wer denn? Ich werde nur die Belagerung der Hauptstadt hier in die Rückbelagerung beginnen. Ja, ruf mich rein. Wie gesagt, du hast gerade Spanien gerettet. Spanien, entschuldet ihr was. Ach, klatschen wir doch noch mit weg. Das ist jetzt auch nicht mehr so schwer. Das sind 1000 Mann. Warte mal, die gehe ich kurz mal hauen. Ich stehe zufällig daneben. Ist das ja ein weiterer Krieg, in dem ihr mich gerufen habt? Ja, ja. Aber der ist sicherlich. Ich rufe einfach nur trotzdem da rein. Ähm. Okay. Alter, Junge, what the fuck will dieses Spielgang von mir. Übrigens, das ist Edo Pes Abkömmling. Der führt diese Armee gerade eben an. Was? Und fast war. So, ich gehe mal Bevenberg zurück. Das ist mein Augenblick. Ich belagere Bevenberg schon tatsächlich. Das stimmt gar nicht. Das ist mein Neffel. Verlass. Belagerst du jetzt seine Hauptstadt gerade, Merv? Ja. Genau, waschen durch. Das wird problematisch für ihn. Ich muss bloß gucken, dass ich dabei jetzt nicht versehenig vielleicht... Also, ich kann halt nichts dagegen machen, ne? Wenn da jetzt halt sein Erbe dabei hops geht, dann geht nicht. Gott sei Dank, der ist... Alles zu viel für mein altes Herz. Meine Güte. Ähm. Wer ist das? Ich bin das. Mein Erbe. Ja, äh... Mit wem? Arthus ist tot, haben wir gehört. Mit deiner jüngsten Tochter? Oder Verwandten? Aus deinem Bereich? Wir hätten damit ein Bild hier. Ach so, okay. Wir müssen aber, äh... Ne, wir... Lass mal, wenn er jetzt flieht, runtergehen und da unten noch mehr belagern in Mercia, oder? Ja, ja, wie gesagt, wenn ich jetzt die Hauptstadt habe. Ne, hol erstmal deine Hauptstadt zurück und darum belagern wir in Mercia. Das war ja schon Frankreich. Ja, ja. Dann gehe ich jetzt nach unten, nach Mercia, da und belagere da. Aber du solltest dringend mal mit deinem Vasallen dann reden. Vor allem, wenn dann Generationswechsel stattfindet. Wir vermitteln gerne mit unserer Weisheit, falls das gewünscht ist. Naja, also das Problem ist, er wollte unabhängiger König von Irland werden. Und ich habe gesagt, ich gewähre ihm sogar die Unabhängigkeit. Aber nur, wenn er sein riesiges Herzogtum im Englischen die Juryland hat. Ich habe ihn selber gefangen genommen, es ist vorbei. Ich habe ihn gefangen genommen. Was? Der Dreijährige? Ja, meine Heere haben es getan. 61-Jährige. Ja, aber wir haben 7000-fach geblutet. Das möchte ich anerkannt haben. Unten sind jetzt noch 5000 Mann im anderen Krieg, die wir noch eben wegklatschen müssen. Ja, natürlich. Ihr klatscht das her, ich gehe auch direkt wieder auf die Festung, weil da sind die schon. Natürlich, wir bluten und Spanien kümmert sich um den Ruben. Genau, Spanien. Ich betone es mit Sp-Spanien. Wie der Franke sagen würde, Spanien. Oder der Schwab, Spanien. Ich möchte an der Stelle nochmal auf die hochfränkische Kultur aufmerksam machen. Und wenn mein Werte... Chat. Ja, an sich glaube ich für uns insgesamt keine schlechte Entwicklung, auch wenn wir direkt keine Kredite anbringen konnten. Das Problem ist, in Zeitdruck lassen sich Kredite schwer vergeben, habt ihr gesehen. Weil ich hätte für 2000 Gold, keine Ahnung, habt ihr ja gesehen. 14 Mal diese Geschenke-Schickerei gemacht müssen. Das dauert natürlich unheimlich viel Zeit. Wäre insofern auch nicht hilfreich gewesen in dieser Situation. Naja, gut. Britannien verlangen, das ist dann Sache des französischen Königs. Vielleicht schreibt er sie uns ja auch zu dann. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Mal gucken, da haben wir also durchaus ein Interesse daran, dass das funktioniert. Schauen wir mal, hören wir mal nochmal rein, was hier gesprochen wird. Ich hatte, weil die Möglichkeiten, dass es spielen ist. Ja, die sind ja direkt in einem weiteren Krieg. Nein, es gab keine... Also wie gesagt, es brennt ja noch mehr als das, was du gemacht hast. Deswegen... Also es gab keine einzige Situation, in der ich jetzt nicht die Forderungen durchgedrückt hätte. Was hast du mir jetzt gedacht? Weißer Frieden oder was? Nein, dass du mich umbringst. So, was war das? Ich dachte, jetzt kommt, jetzt kommt, ich kann sprechen mit dir und um mein Leben betteln. Weil ich fand nämlich, genau das war jetzt RP-mäßig. Ich wollte dich gefangen, du nimmst mich gefangen. Das wäre eine mega Geschichte gerade gewesen. Aber warte mal, das kann er doch immer noch machen. Du giltst doch jetzt als Verbrecher für ihn. Er kann dich doch jetzt immer noch einknasten. Geht das, ja? Ja, aber dann ist natürlich jetzt die ganzen anderen Sachen, die daran dranhängen, ne? Ja, dass mein Sohn sich unterbuttert, fast alles abgibt. Das dachte ich, kann jetzt alles kommen. Ja, das kann doch jetzt noch kommen. Es ist doch eine reine spielmechanische Sache, dass du jetzt wegen dem Krieg frei bist. Aber jetzt giltst du als Verbrecher und kannst jetzt trotzdem noch von ihm verhaftet werden für deine Verbrechen. Ja, ja. Und dann würde ich vorschlagen, wenn wir das machen, dann pausieren wir einfach kurz. Also Rino, wir müssen ja auch innerhalb der Spielmechanik... Ja, und genau war das bei großen Ereignissen. Kann man kurz pausieren und fragen. Ich finde das okay. Ich sage nur, dass das dachte ich, okay, jetzt könnte was Großes passieren. Ja, ich hatte gerade noch einen anderen Krieg, den ich auch noch gewinnen muss. Und deswegen habe ich den schnell beendet. Ja, ich hätte Pause machen können. Du hast noch nicht vergessen, Rino, du bist auch nicht bei ihm im Knast gewesen. Du warst gerade in Spanien im Knast. Ja, ich hätte ja mit dem Spanischen König sprechen können. Ja, gugudada. Gugudada. Ja, wie gesagt, also wir hätten... Aber dann machen wir das doch jetzt halt mal als Vorschlag einfach jetzt, oder? England nimmt ihn noch mal offiziell gefangen. Es ist doch noch nicht schlimm, ey, dass wir jetzt schon draußen sind. Das kann man doch trotzdem noch roleplayen. Eben, genau. Das können wir doch jetzt noch mal machen. Er nimmt ihn gefangen aus Verbrechen und dann wird es einfach mal pausieren und dann wird es mal ordentlich rolegeplayt, weil ich würde auch gerne hören, was da dann erzählt wird. Ja. Finde ich als guten Vorschlag. Finde ich auch. Deswegen bin ich schnell rein, weil ich dachte, das können wir doch jetzt noch machen. Ich wollte doch, ich wollte... Das kriegen wir so auch jetzt noch hin auf jeden Fall. Bin ich sehr zuversichtlich. Also, Jules, kannst du das einmal sozusagen veranlassen, die Gefangenname nochmal? Aber dann müsst ihr nochmal einen Tickler aufbelassen. Die Gefangenname musste Mörb mir ja erstmal jetzt übergeben, weil... Nee, er ist ja schon wieder frei. Er ist ja schon frei. Du musst ihn jetzt einfach einkerkern wieder offiziell. Du musst ihn einfach jetzt kerkern, ja. Aber er ist nicht als Verbrecher markiert, also zumindest bei mir nicht. Ist er das nicht? Nee. Auch bei mir ist er. Der hat ein persönliches Verbrechen mir gegenüber. Er sieht nur Jules. Also, wenn ich dich jetzt einkerkere, dann akzeptierst du das jetzt einfach. Dann musst du es akzeptieren, genau. Genau, er akzeptiert es und dann wird es gespielt. Wir sollten vielleicht kurz die anderen informieren, dass hier was passiert. Ja, wo ist denn... Ach, jetzt ist hier natürlich... Frag mal rum, ob das ein Grund für ein Thronsaal-Event ist. Weil das war jetzt gerade... Eigentlich war das gerade ein Weltkrieg, sind wir mal ehrlich. Ja, ich werde das mal die Boten erledigen lassen. Einmal. Gehen wir dann da hin. Also, ich meine, Rino hat schon recht, aber das Problem ist halt, wir wollten dann den Krieg beenden. Und damit... Weil er hat hier noch zwei weitere Kriege gerade eben brennen. Deswegen kann ich das halt verstehen, aber kannst du auch verstehen, dass genau deswegen natürlich diese Rebellion... Okay, ich kann die Chance, er ist selber noch in seiner Stadt gewesen. Deswegen war das alles so... Jetzt der Nordmann, der in mir drin war, es war halt alles genau in diesem Roleplay. Ich dachte, okay, ich muss das jetzt, weil es stickt strict to my character, was gerade passieren würde, was davor passiert ist. Ich verstehe dich da total, aber du musst auch verstehen, dass wir das nicht wussten und dass die Spielmechanik halt sobald man halt sagt, Krieg beenden, bist du halt leider draußen. Finde ich aber super, genau. Deswegen kam ich kurz vorbei. Ganz kurz, spielmechanische Frage. Wenn ich ihn jetzt einkerke, habe ich immer noch einen Titel-Erkennungsgrund gegen ihn? Ja, ja, klaro. Aber wie gesagt, das Roleplayt ihr jetzt am besten halt eigentlich. Ja, aber wenn ich den Titel-Erkennungsgrund jetzt verliere, dann würde ich ihn jetzt nicht einkerkern. Nein, du verlierst diesen Titel-Erkennungsgrund nicht. Den hast du weiterhin. Du kannst es tatsächlich sogar erst dann machen, wenn er im Knast ist. Genau. Ich habe jetzt mal einen Merbs-Vorschlag aufgenommen und gesagt, sozusagen, alle, die es interessiert, dürfen gar nicht hier in Diplomatie 2 kommen. Einfach aus Interesse, auch für die Zuschauer. Wen es nicht interessiert, kann da bleiben, wo er gerade ist, um nicht aus dem Roleplay geworfen zu werden. Aber wir machen jetzt dann eben so lange Pause, wie dieses Gespräch geführt wird. Ich habe jetzt halt dich gerade eingekerkert, aber ich kann sein, dass du das nicht bekommst. Dann machen wir doch kurz dann die Pause raus. Ich habe ja nur Petitionen an Lehnzehren, hatte ich machen. Ich kann mein Leben auch... Nein, du kriegst... Bitte sperr mich ein. Ich sage schnell an Strategie-Ecke, oder kommt der? Ja, kann doch jeder aufheben. Ich glaube, du musst halt einen kurzen Tick laufen lassen, damit er das Angebot kriegt. Ja, ja, dann wundert sich aber vielleicht Strategie-Ecke, deswegen will ich das einmal kurz ordentlich... Ja, ehe er sich gewundert hat, ist die Sache schon durchgelaufen. Ist er sich gewundert? Oh Mann, ey. Aber das ist doch jetzt eine spannende Entwicklung, muss ich sagen, Roleplayer hier. Anders, als ich erwartet hatte. Jesus, ey. Übrigens, Funfact am Rande, ich mache ein Spieltreffen. Vielleicht sterbe ich dabei. Komm, lass es laufen. Mach nicht so kompliziert. Lass es drei Tage laufen. RIP, RIP, RIP. Ich würde es rausnehmen, du sagst mir mal Bescheid, ob das jetzt jetzt so funktioniert. Es ist immer noch Pause. Genau. So, sag mir mal Bescheid. Jetzt habe ich das einkerkern, jetzt steht es bei mir. Dann nimm es an. Also nehme ich an. Ja. Ja, jetzt ist es jetzt wahrscheinlich... Ah, nee, jetzt bist du da. Perfekt, alles gut. Bist du im Kerker? Na schon. Ja. Da bist du ja, äh, bist du ja. Okay. Dann, äh... Bühne frei. Betritt König Utritt, der zweite Utrittson, das Gefängnis, wo, äh, Herzog Ragnar, der zweite Wulfbert, Björn Ulfbertsson von Mercia drin sitzt. Ich bin geschlagen, aber natürlich. Ich wurde zurückgelassen, ich habe gefragt. Wir haben unsere Väter, haben zusammengekämpft. Wir, der Vater, dein Vater, Neffe, mein Neffe, zusammen, mein Vater mit deinem Vater, zusammen haben wir uns losgelöst von unseren Lehnsherren, wurden zu gemeinsamen Herzog, den Königstitel, den mein Vater dann abgegeben verloren hat, aber zusammen wurden wir groß. Ich habe, ich habe, ich habe komplett Irland, um natürlich den christlichen Glauben zu verbreiten und jetzt, jetzt meint ihr Irland, ich soll mein ganzes Mercia aufgeben, ganz Mercia, was ich in meinen ganzen Lebejahren mit meinem Vater, wir haben es zusammen erobert für das Irland, was ich natürlich auch eingenommen habe, als Dreigestirn angeboten in ewiger Bündnis. Wolltest, wolltest, das hast du abgelehnt. Und ich sah die einzige Chance, dass ich nicht mal gefragt wurde, mir nicht mal gesagt wurde, nachdem ich solche Ansprüche gestellt habe, einfach wegzugehen, nicht mal, nicht mal, nicht mal eine Nachricht zu hinterlassen. Das war, ich sah meine einzige Chance, das war meine einzige Chance, wie ich noch in, in meinen Lebenszeiten... Ihr sah eure einzige Chance darin, mir hinterrücks in den Rücken zu fallen, während ich mit meinen Truppen in Spanien war, Onkel? Es ist, es ist der einzige Grund gewesen, zu zeigen, wie bedeutend meine Dynastie, wie Olaf sonst, gegen England war. Ich weiß, es war ein, es war ein Törichter, es war ein Törichter, es war ein Törichter Vorschlag. Aber die Bündnisse aus Frankreich, dass die ganzen, die ganzen Verteidiger gekommen sind, das habe ich nicht gesehen, aber natürlich stehe ich dazu. Ich bin ja auch ein Mörder, ein Mörder, in Kindshagen zwar umgebracht bei einer Jagd, aber mein Mörder, der ruhige, nein, innerlich, habe ich so gebrannt, gebrannt habe ich auf diesen Königstitel, auf die, und nicht unter einer Knechtschaft. Ich dachte als Gleichgestellte, wir haben uns immer ganz Gleichgestellte gesehen, Neffe, ich habe dir geholfen, deine Krone zu behalten, mehrfach, und du wolltest mir keine Krone geben dafür. Erst natürlich. Ich habe euch eure Krone, so wie eure Unabhängigkeit zugesichert, ich habe lediglich gesagt, dass ihr das die Jure Land, das ihr in England haltet, aufgeben müsstet, um ein unabhängiges Irland zu gründen. Mein Mörsia, mein Mörsia, mein komplett ausgebautes Mörsia, von der Stärke gleich, aber natürlich konnte ich gegen diese Bündnisse, mit denen habe ich einfach nicht gerechnet, dass jemand wie aus Frankreich es wichtig findet, statt zu sehen, dass ein mächtiger Herrscher, der einzige Herrscher, der in den letzten 30 Jahren für uns, für England, überhaupt was erobert hat. Was habt ihr die letzten 30 Jahre gemacht? Schottland übrig geblieben, ich habe Ansprüche auf Schottland, Mörsia, Irland, mich alleine machen lassen, und Camelot aufgegeben, sagt man will Kaiser werden, aber geht englische Reiche an den König ab. Da dachte ich, ich kann auch einen Königstitel verdient haben für diese Treue, lebenslange Treue. Und wenn ich den so nicht erhalten habe, das war die einzige Chance, die ich noch gesehen habe, in meinen Lebenszeiten das zu erreichen und meinem Erben dieses Königreich zu geben. Nun werdet ihr Mörsia verlieren. Ich erkenne alle eure Titel innerhalb Englands ab sofort ab. Tötet mich doch einfach! Tötet mich doch einfach! Bitte töte ihn, er leidet. Mein Sohn kann vielleicht meine Taten, meine Gräuletaten, die mir Leid taten. Natürlich tut mir leid, ich bin eigentlich ein demütiger Mann, aber innerlich ein Mörder. Tötet mich! Ich bin ein Mörder! Stecht mich doch einfach ab, aber lasst meinen Sohn bitte, bitte noch in Frieden leben. Ich habe einen weiteren Krieg zu führen, ich werde diesen Krieg beenden und dann werde ich über euer Schicksal entscheiden. Aber ich verbanne euch aus England. gebt alle eure Titel in Mörsia ab. Ich als demütiger Christ, ihr werdet mich selber, ich werde nichts mehr essen, bis der Tag kommt, an dem ihr mich endlich richtet. Wollt ihr ihn nicht erlösen von seinem Leiden? Stecht ihn ab! Mach's doch! Mach's selber! Mach's selber! Es ist Spielmechanisch gerade nicht möglich. Ich habe das Bündnis gebrochen! Tut es doch selber und schickt keinen Lakaien-Neffe! Neffe, trau dich es selber, zu machen! Wie ein Nordmann! So wie meine Kultur von früher, die ich jetzt auch in Irland angenommen habe, die nordische Sprache gelernt habe. Macht es selber! Macht den Blutengel! Ist es nach dem Kriege möglich? Du, Ortegutred, kannst du den lauten Mann leise machen? Nein, es wäre tatsächlich, sein Verbrechen ist nicht groß genug, um ihn umzubringen. Dafür. Er traut es sich nicht mal selbst zu tun. Er traut es sich nicht zu tun. Will mich leiden lassen als Ausgestoßener. Ich glaube, das Einzige... Mach es doch! Ich meine, ich verdiene es nicht zu leben. Blutadler! 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 Ich werde nicht schreien! Jetzt schreie ich zwar, aber den Blutadler werde ich auf jeden Fall ertragen. Soll ich dich foltern, Onkel? Oder bist du jetzt endlich leise? Ne, Folter! Wenn du das, wenn das ist, was du willst, wenn du dich nicht mal traust, mich umzubringen, dann tu es doch. Ich kann ja nichts mehr machen. Ich bin in deiner Hand. Okay, dann foltere ich hiermit Herzog Ragnar den zweiten Wulfbert. Okay. Das taucht wahrscheinlich auch nicht auf. Kein Wort mehr. Ich werde jeglichen Schmerz ertragen wie ein wahrer Engelsächsischer, jetzt zwar, aber mit nordischen Wurzeln, dessen Sprache ich angenommen habe. Zurück zu meinen Wurzeln zu gehen, werde ich das ertragen und ab jetzt kein Wort mehr sprechen. Das Folter-Event kommt, glaube ich, erst, wenn wir weiterlaufen lassen. Da muss ein Tick laufen, ja. Dass man das vorlesen könnte. Du kannst es gerne mal vorlesen, wenn du magst, Rino, weil das ist immer ziemlich übel. Ja, aus der Sicht des Gefolterten ist es sehr interessant. Ich habe das auch schon mal erlebt. Du wärst mit einer Bluttaube. Weniger invasiv. Genau. Sag Bescheid, wann es kommt. Du kannst es ja als Wächter oder als wie auch immer vorlesen. Oder in deinen Gedanken. Ich habe es schon. Bei mir steht, es musste getan werden, der guten alten Streckbank ist immer zu vertrauen. Aber ich weiß nicht, ob Rino jetzt... Ich glaube, er ist so in Charakter, er will ja nichts mehr sagen. Ich glaube, er wird das auch überfordert. Mein Tagtraum wird je unterbrochen, als jemand meine Zellentür aufreißt. Der Umriss, der gegen Gefängniswärter ist vertraut. Doch die Gestalt hinter ihm... Oh nein! König Utrecht spannt mich selbst auf die Streckbank. Mit einem freudigen Gesicht in dem Gesicht. Er sagt, ich gehe davon aus, dass ihr die anderen gehört habt. Die Schreie, das Brechen von Knochen, das Reißen von Sehnen. Das, was jetzt passiert, tue ich nämlich nicht. Da steht zwar, ich fliehe um Gnade, aber nein, wie ein Nordmann werde ich nicht flehen. Es ertragen und meinen Mann stehen. Ahu! Ja, sehr schön. Ahu! Danke. Ich würde leider, wie gesagt, für alles Weitere muss ich diesen Krieg erstmal hinter mich bringen. Denn ich kann keine Titel aberkennen, solange Gebiete besetzt sind innerhalb dieses Gebietes. Dann werden wir diesen Krieg schnell hinter uns bringen. Die französischen Truppen hellen. Das ist nicht hart genug! Ich werde Flagge Land und hau mich selber! Hau richtig zu! Kein Blutadler, kein Akbitanien. Bitte schickt mich weg hier. Die alle sind zu weich. schickt mich hoch in mein Land. Aber Herzog Rackner, Onkel, ich werde euch verbannen. Ihr werdet alle eure Titel verlieren und ihr werdet verbannt sein. Möge euer Erbe diesen Landen einen besseren Dienst leisten, als ihr es getan habt. Wenn er keine Titel mehr hat, hat er auch keine Erben mehr. Sein Erbe ist in Schleswig. Mein Erbe ist in Schleswig, ich bin auch in Jerusalem, keine Sorge. Ah, okay. Alles gut. Verbannen killt ihn. Also verbannen heißt nur, dass sein Erbe übernimmt. Ah, ja, ja. Alles klar. Dann ist er einfach der Charakter weg. Also, weil ich hatte verstanden, dass du Charakter wechseln willst, ne? Mehr oder weniger. Ich lass das passieren, was passiert. Okay, gut. Dann machen wir das so. Wie gesagt, ich muss vorher nur diesen Krieg beenden. Aber dann ist das hiermit das Urteil gesprochen und es wird so geschehen. So sei es. Und ab jetzt bin ich ruhig. So wie ich sein sollte. Und werde nach Valhalla reisen. Hoffentlich irgendwann in einer Schlacht. Valhalla! Ja, ich komme! Eine Hammervorstellung. Wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. Ja, das war nicht schlecht, ey. Huh. Also Tatsen, Tatsen die nochmal hart eskaliert. Also, wie sieht das jetzt aus? Ne, warte mal. Er ist ja immer noch. Er ist ja immer noch. Also, ich kann ihn nicht, ich kann ihn nicht hinrichten. Das würde mir, also, das würde mir halt die Tyranee geben, weil sein Verbrechen nicht groß genug ist. Weil er hat ja nur sein, er hat kein Verbrechen begangen, weil er hat ja einen Titelanspruch geltend gemacht und nicht rebelliert in dem Sinne. Deswegen war er auch nicht direkt eingekerkert. ähm, aber ich kann ihn gleich, äh, verbannen. Das sollte gehen. Und das würde, wird er dann auch interessante neue Möglichkeiten aufwerfen, weil, ähm, dann sein Erbe übernimmt. Mhm, stimmt. Da sind wir sehr gespannt, wie der reagieren wird auf das alles. Ein Rachelschwur oder die Möglichkeit auf Aussöhnung in Zukunft. Ja, ich, ich bin euch auf jeden Fall, werte Verbündeten, sehr dankbar, dass ihr mir in dieser Situation beigestanden habt. Vielleicht eine neue Ära, eine überraschende neue Ära der Zusammenarbeit zwischen England und Frankreich, wie ich finde. Äh, dem Tode nahe! Ich bin dem Tode nahe! Ja, Valhalla, ich komme! Die Verwandlung kann warten, ist mir egal, wenn ihr das in der Zukunft plant. Ich bin zum Glück den Tode nahe. Valhalla! Da seht sich jemand nach seinen Göttern. Ich, und ich dachte, der wäre Christ. Ich halte mich stur am Leben fest. Gott kann noch warten auf mich. Okay. Ich glaube, er hat im christlichen Glauben so gefühlt wieder abgeschworen in den letzten Monaten. Den Eindruck habe ich auch entwickelt. Ich habe die nordische Kultur halt angenommen. So mal sozusagen. Also nordisch gelernt und wie der mich zurückbesinnt. So. Ich habe dir gerade Mercy ja aberkannt. In dem Moment bist du gestorben! In dem Moment bist du einfach gestorben! Und ihr Land fällt an Dänemark. Und ihr Land fällt an Dänemark. Oh mein Gott! Dänemark. Wieso Dänemark? Das ist Erdwahl. Ja, weil er Herzog vom Dänemark. Hat er überhaupt jetzt noch was? Ja, ja. Ja, ja, ja. Er hat ganz viele Titel. Stimmt, er ist jetzt Dänemark. Er ist jetzt Dänemark. Nein, nein, nein. Er ist unter Dänemark ein Vassal. Er ist der Ratsmarschall von König Svent. Was? Wieso? Von Dänemark. Er hat zwei Herzogtümer. Er hat drei Herzogtümer. Nee, er hat vier Herzogtümer. Meine Güte. Er ist mächtiger als der dänische König. Der Winner-Move des Tages des englischen Königs. Wo kommt denn jetzt... Wo haben zwei dänische Gebiete in England? Seht ihr das? Hä? Aber wieso? Wo kommen denn die dänischen Gebiete her? Ganz einfach, Jules. Sein Erbe war ein Vassal des dänischen Königs. Und der hat das jetzt geerbt. Oh mein Gott. Darf ich kurz pausieren, um zu gucken, was ich habe? Stimmt, der war doch im Schläbe. Und ich möchte ganz, ganz kurz hinzufügen, ich glaube, Rino wusste, dass das passieren würde. Und deswegen wollte er sterben. Ja, ja, deswegen wollte er ja unbedingt. Ach so. Deswegen wollte er unbedingt sterben, Alter. Und ich habe dich jetzt gefoltert. Dadurch hast du so einen Gesundheitsmalus gehabt, dass du jetzt wirklich verreckt bist. Deswegen hatte ich ja auch... Also wenn ich so intelligent bin, dann heißt es, ich hatte nur ein Herzogtum vorher. Ein Herzogtum und zwei Grafschaften. Und war mein Erbe halt. Alter. Wie geil ist das? Wie geil ist das einfach alles gerade passiert vom Roleplay? Ist das so ein Mega? Oh mein Gott. Das war geschickt eingefädelt, ey. Mein Herz. Und jetzt hast du halt immer noch zwei... Nein, das war zu viel Aufregung für den König Roland. Nein. Du hast immer noch zwei fucking Gebiete in England und ich bin so sauer. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Der Krieg ist vorbei. Oder hast du jetzt Woody? Ja, doch. Die hast du jetzt. Oh, die Kriege sind vorbei. Halleluja. Endlich. Aber die Kriege haben mich gebrochen. Aber darf ich mal kurz Pause? Ich habe nämlich keine... Also für zwei Minuten nur gucken, was ich alles habe, weil ich gerade ein bisschen überfordert bin, was mein Sohn jetzt hat. Ich dachte, wie gesagt, ich bin tot. Dachte, ich kann vielleicht ein bisschen noch in Irland bleiben. Wir sind 20 Uhr, wir können ja eh unsere Pause machen. Ja, machen wir die 10 Minuten Pause jetzt. Machen wir die 10 Minuten Pause. Bitte, Valasarius, einmal den restlichen zwei Channels Bescheid geben. 10 nach würde es dann ungefähr weitergehen. Ja, Rino, wir haben jetzt halt nur ein Problem. Ja, ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Nein, ich wollte dir ja... Okay, ihr Lieben. Ich gehe mal zurück nach Frankreich. Ja, das eskaliert ja ganz, ganz hübsch. Sehr schön. Eine komplett neue Situation. Für uns ganz gut würde ich mal sagen, dass die drei voneinander getrennt sind. Das heißt, erstens sind sie insgesamt nicht mehr so eine Macht und zweitens haben die alle ihr eigenes Ding möglicherweise vor, wo sie ja gegebenenfalls Geld benötigen werden. Ja, und die Bretagne ist vielleicht auch in Reichweite geraten. Wobei, wow, 30.000 Mann mit Verbündeten. Naja, ich glaube noch nicht so richtig dran. Ich meinte, die 8.000 fallen weg. Aber es ist für uns auch nicht notwendig. Äh, Dollarzeichen, genau. So, ich würde mal sagen, ich mache auch eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ich lasse euch den Channel hier zumindest in Frankreich offen. Falls da was gequatscht wird, hört ihr das. Ähm, ja. Ich essen, happen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir so ein bisschen, ja, die neutrale Rolle spielen, keine riesigen eigenen Interessen haben. Aber es ist ja auch, das ist natürlich Teil dieses Bankgeschäfts, dass man nur immer indirekt involviert ist. Mir persönlich macht das aber genauso viel Freude. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich öffne mal den Channel hier und mache mein Mikro leiser. Herr Direkteur! Oh, äh, ja. Ich wollte gerade eine kleine Speise zu mir nehmen, aber natürlich, Geschäfte gehen immer vor. Ich wollte nur sagen, die Sonne steht still. Ja, gut. Also, möge der Wein reifen. Möge der Wein reifen in diesem Sinne. Ich verabschiede mich kurz. Ich darf mich übrigens vorstellen, nachdem da jetzt gerade eine Pause ist. Mein Name ist der Gräfin Luitgada, die Fromme. Mein, ich glaube, es war Vater. Nein, Opa, glaube ich, war es. Genau, mein Großvater hat die Religion gegründet, hat sich dann am Ende das Leben selbst genommen, also dann erkannt hat, dass er ein weiteres Mal gewebert hat. Und ich bin nun Gräfin von Püttlingen und werde nun versuchen, vielleicht bis zum Ende des heutigen Abends, ich meine natürlich über die nächsten Jahre hinweg, vielleicht doch noch zur Herzogswürde aufzusteigen. Wo bist du denn? Grab schafft Püttlingen neben Metz. Ah, hier, du bist mir gar nicht angezeigt. Ah, doch, du bist ganz, ganz klein angezeigt, wenn ich rauscohle. Ja. Nein, das ist, weil du grau bist. Also die Frau über mir. Und dann so. Ich habe dich jetzt verzweifelt gesucht. Okay, ja, aber da, wo du ursprünglich warst, es ist ja trotzdem noch, wenn ich es richtig sehe, Teil deiner Family. Zumindest, es hat nur zwei Möglichkeiten gegeben. Eine Möglichkeit wäre noch gewesen, eine andere Gräfin, die ist aber batterilinear verheiratet und ist nicht zeugungsfähig und erzeugungsfähig und damit bleibt nur mehr die andere Gräfin über. Also das ist die einzige Möglichkeit noch gewesen. Und das Lustige war ja, nachdem sich der Opa tatsächlich dann in die Tiefe gestürzt hat, aufgrund des Umstandes, dass er ein weiteres Mal falsch geklickt hat, hat dann die Tochter übernommen. Die Tochter war auch batterilinear verheiratet. Dementsprechend waren alle Kinder in der anderen Dynastie. In der Karelia, ja, in der anderen Dynastie. Und sie war Flagelantin und hat einmal Stress abbauen müssen und genau das eine Mal hat gereicht, um dann auch... Du bist an den Wohnungen gestorben, ich hatte es gesehen. Genau, vom Tod dann auf die andere Seite gebracht zu werden. Also, heute läuft es wunderbar. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, du bist Herzog. Nicht mehr. Tod. Ja. Das ist doch der Ablauf. Ja. Scheiße. Werte. Ja. Eine Mitteilung an die Eiserne Bank von Frankreich und Anjou. Die ist gerade verpflegen. Lass den Mann mal essen. Ja. Verpflegen? Essen. Essen ist gerade. Also in der Pause kurz das Essen oder snacken. Werte. Also ich hätte auch was für ihn zum snacken. Also für sein Spielchen, lass sie auch mal hier raus. Für sein Sohn. Sie verruchter Kutscher sieht. Deswegen packen sie mich auch permanent immer wieder an unsäglichen Stellen an, wenn sie mich da und in die Kutsche laden. Mit meinen verführenden Lenden. Was haben sie jetzt gesagt? Das, also. Ach, meinen Sie, das habe ich nicht mitbekommen, dass ich das gesagt habe? Kutscher. Das sagt keiner, aber auch schon. Mein werter Kutscher. Wussten Sie eigentlich schon, dass mein Vater den letzten hat hängen lassen? Der hängt immer noch. Der hängt also immer noch. Okay. Wo hängt er denn? Der hängt irgendwo rum. Nun. Ich will übrigens nur sagen, meine ich, Kutscher, bitte nehmt mir das nicht übel, das ist mein Charakter. Post schon. Okay. Du bist nicht so? Doch, ich bin eigentlich immer ein Arschloch. Okay, dann ist gut. Ich hatte schon gut Angst. Und ich dachte, es sei Roleplay. Ernie, wieso bist du eigentlich hier? Weil hier kein Kutscher war und zwei Leute. Dann kannst du vielleicht unten zu den anderen gehen, in die diplomatie, weil die sind doch noch ein Quatschen. Ja, ja, da warst du für ihn, deswegen war ich hier oben. Ja, dann tauschen wir mal. Ja, ja. Werte Gräfin, Louis Garda, die Fromme von Pücklingen. Sind Sie anwesend? Ich glaube nicht. Sie scheint in eine Siesta der Ewigkeit verfallen zu sein, dadurch, dass die Sonne am hohen Firmament steht. Sie studiert, sie studiert die Religion noch. Sie studiert die Religion, natürlich, klar. Muss eine Theologin sein, selbstverständlich. Übrigens ist ihr Ehemann gottlos. Sicher, dass das so richtig ist. Also dieser Glauben scheint mir noch nicht ganz reformiert zu sein. Gottlos. Nee, bei mir sind beide angezeigt als religionisch. Religionisch. Ja, ja, so heißt die Religion, religionisch. Ich weiß. Ich wollte nur noch mal... Es ist ja schließlich auch die Religion. Es ist die Religion, ja. Religion. Die Absurdität herausstellen. Die absolute Religion. Und der Leitsatz ist... Der Leitsatz ist halt... Twitch Prime ist mehrkostenfrei. Er ist halt stark. Das ist ja interessant. Was bedeutet denn Twitch Prime ist mehrkostenfrei? Das muss irgendwelches Geschwätz sein. Gute Frage. Das ist Jekserei, oder? Ja, ich denke schon. Natürlich, lass ihn aufhängen. Äh, verbrennen. Beim Aufhängen verbrennen? Eine Fackel. Wir könnten auch einfach, äh, das Seil, an dem er hängt, verbrennen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, dann hängt er nicht lange. Es funktioniert bestimmt super. Verbrennt und hängt ihn. Etwa so. Verbrennt. Egal in welcher Reihenfolge. Du, werter, äh, werter König von Schwein. Ja. Möchten Sie vielleicht zufälligerweise etwas vom besten Champagner kaufen, den Sie hier finden können? Nein. Nein! Nein! Entschuldigung, gehen Sie auch in einen, äh, vielleicht zukünftigen Getränkimarktus und sagen dort, ich möchte nichts kaufen? Richtig. Das ist akzeptabel, denn es ist, äh, ein freies Land. Es ist ein freies Land, ja. Da kann man nichts gegen sagen, tatsächlich. Sie halten sich am Prinzip hier, ich merke das schon. Klar. Wie hörst du eigentlich vor, dein Königreich, äh, auszurufen? Ich frage drauf. Indem ich ganz laut mich auf den Platz stelle und schrei, Königreich ist gekommen! So rufe ich es aus. Aber eigentlich... Ich ziehe die Hochzeit wieder zurück. Meinen Sie nicht, dass das funktionieren wird? Nein. Seltsam. Ja, ich wollte dir nur kurz sagen, äh, es ist eine absolute, ähm, Dingsmonachie hier. Das heißt, du kannst deine Nachbarn nicht angreifen. Hohelinsautorität. Immer noch. Ich hab schon seit Ewigkeiten ein Problem damit. Ja, bei mir wird, äh, zwei angezeigt. Im Kaiserreich. Ah ja, nein, doch, ist runter, super. Dann hat mein Vater das runtergesetzt. Hat dein Vater halt was Gutes gemacht? Weil er sich immer aufgeregt hat, dass er seine Nachbarn nicht mehr angreifen darf. Oh, Vater war immer so romantisch. Jawohl, Tag. So, Chat, bin wieder da. Pause ist auch bald schon wieder vorbei. Vermute ich. Ich hoffe, ich hab nichts ganz Krasses verpasst. Mal gucken, hier wurde ja weiter eifrig weitergesprochen. Ach, Fels. Vor allem ist es unfassbar schwer hier zu expandieren. Gut, jetzt spreche ich mit König von, äh, Schweiz, der fast komplett Italien hat, aber wenn er in der Natur ist, dann ist es nicht so leicht. Ich hatte Glück, dass das alles offen ist und ich war auf Diplomatie gespielt. Ich konnte einen Großteil einfach vassalisieren. Die ganze Toskana einfach, die ist einfach reingehüpft. Ich hab gehört, der Kutscher fragte nach mir. Das ist richtig und zwar wollte der Kaiser Spaniens euch eine, äh, Bastard-Tochter von ihm anbieten, die allerdings ein Genie ist. Er wollte sie mit eurem Sohn, glaube ich, Arno, vermählen. Ja, da muss man ihm leider mitteilen, die Bank heiratet nicht. Die Bank ist neutral. Mhm, okay. Du wolltest sagen, die Bank ist neutral, oder? Eigentlich. Was hab ich gesagt? Ich hab einen Schweizer Cent. Ah, so, okay. So kann man doch keine Bank ernst nehmen. Ja, das geht doch nicht. Verstehe. Eine Frage aus reinem Interesse. Finanziert die Bank auch Kriege? Was man mit diesem Geld macht, das steht natürlich dem Geldnehmer frei. Tatsächlich? Ja, ja, selbstverständlich. Allerdings Kriege gegen die Bank, da gibt es eine kleine Ausnahme. Ach so, okay, gut, dann, ähm, dann verstehe ich das natürlich. Elf, mach die Ziegen bereit, wir können alles damit machen. Ich mag Ihre Diskretion, werter Herr, äh, Direkteur. Mhm. Ja, ja, deswegen musste ich auch kurz, ähm, hier, äh, den Raum kurz verlassen, weil, ihr wisst, ich muss die Maske ablegen zum Essen, und das ist ein Intimer-Moment. Verständlich, ja. Haben Sie sich Kerzen angemacht dabei? Schöne Flasche Champagner geöffnet, äh, den guten Van Han von Hedde Gau. Oh ja, der steht bei mir gut im Keller, neben, neben den ganzen Geldsäcken. Neben dem anderen Gerümpel, wolltest du sagen, ja. Neben den anderen Billigfußel aus Frankreich. Neben der Schatulle, die ich immer noch anbieten möchte. Da haben Sie auch noch die beiden geschnitzten Zepter mit, dem man knüger wird. Ja, die sind noch da. Ja, falls noch jemand der anderen Anwesenden hier Interesse an, äh, ja, Zepter hat, Knochen sind das faktisch. Nein, Marmor-Zepter. Die, ich denke, mein Sohn wird wahrscheinlich in Kürze ein Interesse daran haben, denn, mein Arzt und auch meine Knochen sagen mir, ich bin dem Tode nahe, die Aufregung in England war zu groß. Äh, mein Geschätzter, Vassal, Jean-Jacques de Portemonnaie, bitte versprecht mir eins, wenn ich in die Armen des Herrn finde, kümmert euch Weiße, mit weißem Ratschlag in Geldangelegenheiten um meinen Sohn. Ich möchte nicht, dass er das gesamte Vermögen herauspulvert und riesige Armeen finanziert und Burgen baut und Kriege führt und sich verschuldet tief. Das darf nicht geschehen. Die Familie Rätl muss eine Familie des wirtschaftlichen Erfolgs bleiben. Ja, verschulden kann er sich schon, aber natürlich nur bei der Bank von Anjou, aber nicht zu tief, darauf werden wir achten. Das hoffe ich sehr. Viel mehr kann ich ihm nicht mehr mitgeben. Aber um ehrlich zu sein, bei diesem Kontostand, da muss schon einiges passieren, sage ich jetzt mal, als Experte für Kontostände. Glaub mir, was er gesagt hat, was er alles plant, wenn ich endlich weg bin, dieser undankbare Sohn. Er will den Hof ausbauen. Er will, dass endlich eine Pracht gezeigt wird, wie Frankreich sie noch nie gesehen hat. Wer gibt denn für sowas Gold aus? Er will Artefakte bauen. Er will Rüstungen bauen. Er will Burgen im ganzen Land bauen. Er will Kriege führen. Er will eine riesige Armee aufbauen. Ich... Das klingt kostspielig. Er macht das nicht mehr lange mit. Dabei können wir ihm auf jeden Fall zur Seite stehen. Und ihn gut beraten. Das hoffe ich sehr, dass ihr ihn nicht über das Ohr haut. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Und natürlich habe ich ihm mitgegeben, wenn der Tag jetzt endlich, wahrscheinlich für euch, für ihn, für all die Welt kommt, dass wir von allen abtreten, dann werden eure Bande, was die Steuern angeht, gelockert, wie es einst vereinbart war. Denn ich erinnere mich daran und ein Rätel begleicht seine Schuld. Ja, ich hoffe, die bürokratischen Hindernisse, die... Und das hoffen wir auch. Das ist kein Problem. Die sind dann aus dem Weg geront. Die Demokraten, allesamt müssen irgendwann einmal ausgepeitscht werden, wenn sie uns weitere Hindernisse aufhalsen. Die Demokraten. Und dankbar. So, die Sonne bewegt. Aber mir wäre noch ein wichtiges... Ja. Entschuldigt. Ich wollte, ich bin nur entsetzt, dass die Sonne sich immer noch nicht weiter bewegt. Das ist ein guter Punkt. Der Kutscher möge bitte sich erkundigen, dass die Sonne sich weiter bewegen möge beim Herrn der Sonne und abklären und allen Bescheid geben, wenn dies möglich ist. Jawohl. Sind Sie sicher, dass die nicht alle einem Kult angehören? Also... Nein, nein. Aber apropos Kultur. Ich möchte noch mal mit Nachdruck fragen, kümmern Sie sich schon darum, dass in Ihrem Vassallengebiet hochfränkisch verbreitet wird, mein Vassall? Ähm... Ja, also... Ihr müsst... Ihr müsst die Sache ja quasi nur bei mir in Auftrag geben und ich gebe das dann sofort weiter, oder? Aber das könnt ihr doch selbst tun, wenn... Da ihr doch auch der hochfränkischen Kultur angehört mittlerweile. Nicht wahr? Müsstet ihr nicht selbst das ebenfalls in eurem... Herzog, in euren Herzogtümern, in euren Domänen in Auftrag geben können, die Kulturänderungen? Wir tun das schon in den restlichen Domänen. Aber Frankreich... Frankreich ist doch so groß. Und wir wollen, dass sich diese Kultur schnell ausbreitet. Sie ist zum Vorteil aller, die hochfränkische Kultur. Ja, natürlich. Wir tun unser Bestes. Die Zeit wird sich... Die Sonne wird sich übrigens bald weiter um die Erde drehen. Das hoffen wir doch, dass sie nicht still steht. Tun wir nicht. Für immer. Der Kutscher ist Astronom. Ich merke schon. Wobei... Wobei... Das wäre doch mal etwas Besonderes. Wir würden doch nicht von uns zu dem Abend des Herrn finden, wenn die Sonne weiterhin still steht. Dann werden wir auf ewig leben. Wir könnten stur am Leben festhalten. Was wäre das für ein schöner Traum? Kommen Sie mit, König. Ich bringe Sie ins Bett. Kommen Sie mit. Vorsicht, Stufe. Meine Verwandte, einer meiner vielen Kinder, Enkelinne, Schwitschwagerinnen. Ich habe den Überblick verloren. Opa, ich gebe Ihnen noch ein Küsschen, wenn Sie sich ins Bett legen. Aber ich muss doch noch über mein Land... Ich muss das Gold zählen. Nein, jetzt legen Sie sich gerade mal hin, König, bitte. Ich will in meine Schatzkammer. Nein. Hören Sie sich gerade aus. So, und jetzt kriegen Sie von mir noch den guten Nachkuss. Oh nein, bitte nicht. So, bitteschön. Von Schwimbschwager-Enkelinn zum Opa. Oh nein. Oh nein. Ach, aber ich finde, O'Linde von Weinbrabrand, Ihre Stimme ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten kann sie mich ruhig auch mal ins Bett legen. Ich habe ja außerdem die Maske an. Sie haben eine Maske, genau. Da geht das nicht. Ich kann Ihnen höchstens über die Augen lecken an der Maske. Ich meine, für den 79-jährigen Herrscher Frankreichs ist die 40-jährige Herzogin durchaus sehr ansehnlich, muss man es sagen. Aber stimmt, die Stimme ist gewöhnt. Was soll das denn heißen? Es hat nicht der König von Frankreich gesagt. Diese Stimme solltet ihr erkennen. Ich bin lediglich ein unbedarfter Diener. Kutsche. Der frisch gekrönte König von Camelot, Uta, der Erste seines Namens, bittet um eine Audienz beim französischen König. Ich werde ihn aufwecken. Sehr gut. Ich hoffe, er hat gut genächtigt. Es gibt eine Audienz, es ist wichtig. Ich weiß, eure Knochen. Kommt, ich helfe euch. Ich wurde... Ja, was kann ich für euch tun? Ja, ich erinnere mich, Arthus, die Nachricht kam zu unserem Hofe. Er ist von uns gegangen, nicht wahr? Mit wem habe ich das Vergnügen zu sprechen? Mit König Uta. Uta. Uta, Uta, der Name sagt mir etwas. Ich kannte doch einst einen Uta. Ja, einst mein Vater gab den Namen seines Vaters an seinem Sohne. Dementsprechend war mein Großvater. Er hat nicht einen Arm verloren? Irgendwas habe ich dumpf in Erinnerung. Ja. Da könnt ihr euch noch sehr gut daran erinnern. Ihr habt ein erstaunlich gutes Gedächtnis. Nicht immer, aber hoffentlich noch oft genug. Auch wenn der Tod schon nach mir greift, ich spüre es in den Knochen. Was kann ich für euch tun, König Uta. Wir wollen uns zu persönlichen Gesprächen zurückziehen. Ich hoffe, dass ein Leibwächter an meiner Seite bleibt. Der Kutscher möge es veranlassen. Soll ich mitkommen, Opa? Nein, nein, alles gut. Sind Sie sich sicher? Der gute Nachtkuss hat mir gereicht. Der Kutscher, bitte, bitte. Sicher. Den Traum, den Privatraum. Nun, Gräfin, äh, Lugada, die Fromme von Püttlin. Sind Sie da? Gräfin, Lugada, die Fromme? Alfred, die Gräfin reagiert nicht. Sie hat so viel zu tun mit ihrer einen Grafschaft. Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Natürlich. Was soll ich die Tonbandansage durchführen? Welcher Klopf ist das denn? Gräfin, Lugada, die Fromme von Püttlin. Gräfin, Lugada, die Fromme von Püttlin. Was ist das denn für ein seltsamer Klopf? Ist sie da? Seltsam. Sie ist, glaube ich, zu ruhig. Sie ist zu, ähm, äh, gibt's auch einen Warnknopf? Okay, darauf drücken. Gräfin Lugada, die Fromme von Püttlin. Sie befinden sich gerade im Herrschaftsgebiet der Van Han Dynastie. Bitte entfernen Sie sich direkt aus dieser Grafschaft. Danke. Habe ich jetzt gerade in den Krieg erklärt? Ich glaube, ich muss mit meinem Bediensteten nochmal sprechen, was das hier für Knöpfe sind. Ey, Fitt, komm her! Hm. Äh, die Gräfin von, von Püttlingen ist, äh, sehr verwirrt. Lugada, die Fromme hier. Äh, wer, wer wünscht zu sprechen? Was für eine Ansprüche auf was für ein Gebiet? Ähm, Armeen, die sich wo befinden, wo sie nicht hingehören? Ah, ähm, erst mal möchte ich Sie gerne in unserem, in unserer Region, äh, begrüßen. Nun, da Sie auch das Sagen haben. Ihr Großvater war ja ein sehr frommer Mann. Äh, durchaus, als Gründer der Religion, äh, hat er natürlich etwas sehr Wichtiges geschaffen. Das ist natürlich wichtig. Absolut. Also, es ist wichtig genug, dass es bei Ihnen schon ist, aber es wird bestimmt auch noch wichtig für alle. Irgendwann. Und das will ich hoffen. Ja. Ähm, ist, also, ähm, worum es hauptsächlich geht, ist, ähm, es gibt Pläne in der Region, in dem wir uns befinden. Und zwar erhebt die Van Han Dynastie, das bin ich, Anspruch auf das Königreich von Lothringen. Ich möchte Sie dort nur vorwarnen. Wir haben keinerlei ähm, kriegerische Handlungen bei Ihnen vor. Ich meine, Ihre Religion, Sie sind für uns ein Oberhaupt Ihrer Kirche. Aber wir wollen Sie nur vorwarnen in diesem Bereich. Ja, solange wir unsere Religion ausführen dürfen und weiterhin auch missionieren dürfen, soll mir alles recht sein. Ich bin eine bescheidene Gräfin. Ich gebe mich mit dem zufrieden, mit dem, was ich habe. Ich bin eine ruhige, manchmal vielleicht auch sprunghafte Person und schwanger. Ähm, und solange wir unseren Glauben verbreiten dürfen und die Leute auf die gute und richtige Seite bringen dürfen, ist uns alles recht. Es ist kein Problem, wenn Sie unser neuer König werden sollten. Wir werden natürlich das Knie beugen. Also, Sie können auch von mir aus stehen bleiben. Das ist, äh, das ist natürlich noch einfacher. Ja, also, da bin ich relativ, äh, Sie sind auch schwanger? Stellen Sie sich mal vor, dann rollen Sie nach vorne weg oder so. Ich kenne das. Ich habe selber schon drei Kinder. Das wäre, wäre sehr unangenehm. Ich möchte an dieser Stelle nur anmerken, es muss Ihnen natürlich klar sein, dass Sie hier mit einer Gräfin reden. Als bescheidene Person muss ich Sie in diesen Belangen natürlich an meinen Lebensherrn, den Herzog Baldomar von Oberlothringen verweisen. Ähm, ein Geselle, den ich nicht sonderlich, ähm, als, ja, sympathisch bezeichnen würde. Vielleicht wollen Sie dagegen ja etwas unternehmen, aber ich, mir sind die Hände gebunden. Ich bin nur eine einfache Gräfin hier in Oberlothringen, aber es ehrt mich, dass Sie natürlich sich da gleich an mich wenden. Äh, Sie als, als, ähm, Herzogin O'Linde, äh, Edward Dochter von Weinbroband. Ähm, wir haben nur mit Ihnen gesprochen, da Sie, äh, die, die Glaubensführerin Ihres, Ihres Glaubens sind. Äh, also logisch, Glaubensführerin Ihres Glaubens. Von welchem Glauben sollten Sie sonst Führerin sein? Außer Sie sind Frettenführerin, aber das führt zu weit. Ähm, ich wollte Sie nur darüber informieren, dass Ihre Religion weiterhin natürlich in unserer, in unserem Königreich akzeptiert sein wird. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Nun denn, dann, ähm, hisst die Flaggen, band die Banner und, äh, schwer die Schwerter. Ich muss von dannen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, mächtiger, mächtige Fürstin. Und falls für diese ambitionierten Pläne noch ein bisschen Geldwechselscheine nötig sein sollten, Söldner, Sie wissen ja, welchen Mann mit Maske Sie besuchen müssen. Also es kann entweder nur, es können entweder nur Sie sein oder der Mann, der bei mir im Keller sitzt. Sie haben einen eigenen Mann mit Maske? Gratulation. Ich möchte nicht näher drauf eingehen. Gut. Ich hätte noch Vermutungen, was am Boden in diesem Verlies oder in diesem Kellerabteil liegt, aber das ist egal. Haben Sie schon eventuell daran gedacht, dass Sie in Ihrem Bestreben vielleicht auch noch etwas göttliche Unterstützung benötigen? Konvertieren Sie noch heute zu der Religion und erhalten Sie drei Ave Maria gratis dazu. Ach, das ist ein unschlagbares Angebot. Sie könnten auch einfach, wir machen fünf Ave Maria und Sie erhalten 50% Rabatt auf die Van Hanen-Dynastie in Tallinius. Das klingt wunderbar. Das sind Geschäfte. Vielleicht kann sich hier auch noch der Herzog von Anjou von der Eisernen Bank sich auch noch etwas abschneiden. Das sind die wahren Geschäfte. Ich glaube, er ist gerade unter seiner Maske sprachlos. Mich würde es nicht wundern. Ja, ich bin beeindruckt. Tragen Sie ja auch eine eiserne Maske? Nein, nein, nein. Okay, also Geschäfte gehen auch anders. Ja, ich bin gerade, ich war in Steuersachen unterwegs. Es gibt noch so eine kleine steuerliche bürokratische Angelegenheit mit dem König von Frankreich zu klären. Aber das sind Dinge, naja, die kennt man bei Ihnen vielleicht nicht so. Steuern? Als einfache Gräfin bin ich froh, wenn die Bauern mir irgendetwas abgeben. Dementsprechend, natürlich kenne ich mich da nicht so gut aus. Ich habe es geahnt. Ja, und da ist auch der König schon und wir haben einen neuen. Ja, König Reichert, mein Vater, er ist tot. Er war mitten in Verhandlungen mit Camelot, mit dem neuen König Uta und auf einmal ist er tot, ist gestorben. Nein, doch. Ich kann mir das noch nicht erklären. Ich habe das, wir müssen das noch alles aufklären, aber eins, eins nach dem anderen. Jetzt bin endlich ich König und die Regierungsgeschäfte wurden mir überlassen. Ich werde nun beginnen, die ersten wichtigen Entscheidungen zu treffen. Sie sind ja auch krank, krank und alt. Strategie Ecke? Ja, bitte. Angehung verlangt nach Ihnen. Wer? Reno. Dann darfst du mich gerne ziehen. Auf nach England. Ja, ich, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie schauen nicht ganz so gut aus, wie ich mir das vor einem jungen König erhofft hatte. Empfehlen Sie Ihnen eine Maske? Was? Was habt ihr? König Reichert von Frankreich, meine Wenigkeit ist in bester Gesundheit auf dem Schlachtfeld oftmals erprobt. Also, das verbitte ich mir, vor allem von einem Untertanen, bei dem die Huldigung noch aussteht. Wir haben euch gerade zum Ratsverwalter ernannt. Außerdem hat mein Vater mir natürlich mitgeteilt, dass noch eine alte Verpflichtung auszuklären ist und ich bin zwar nicht mein Vater, aber ein Rätel begleicht stets seine Schuld. In dieser Hinsicht wird hoffentlich jeder Rätel in Zukunft auch sein. Deswegen versuchen wir hoffentlich nein die Bürokraten! Ja, die Bürokraten. Ich habe es auch schon gesehen. Aber was noch viel schlimmer ist, wir haben glaube ich wirklich langsam in Frankreich ein Karpfenproblem. Denn mein Enkel ist ebenfalls vom Karpfen verschluckt worden. Nein! Das gibt es doch nicht. Sicher, dass er nicht an einem Karpfen gestorben ist? Ja, ich habe wirklich aufgepasst. Das sind die französischen Mutanten-Karpfen. Ich habe extra keinen oder habe ich einen Karpfen-Teich bauen lassen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hinter der eisernen Bank. Es gab da so ein Angebot. Ich nehme auf jeden Fall eure Huldigung an. Freue mich über den Kniefall. Ja. Sehr schön. Ich muss ganz schnell unterbrechen. Ich muss einmal mit dem König von Schwein reden. König von Schwein bitte. würde Sie gerne in einen Krieg rufen, der vielleicht wichtig sein könnte. Für mich. Ja. Er sollte recht leicht für Sie sein. Ein Moment. Ich habe gerade die Armee aufgelöst, weil wir den Krieg hier beendet haben. gegen wen? Ja. Gegen Luxemburg. Also relativ bescheiden. Allerdings kommen dort die Verbündeten noch schneller und der Kampf hat länger gedauert. Ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt. Ich eile. Ich danke Ihnen. Chat, wir haben 33 Einnahmen. haben gerade Truppenstärke gerade mal 2000 meine Einheiten waren unterlegen in einer bestimmten Situation und dadurch hat sich eine andere Situation ergeben. Aber ich sehe der von Pendragon ist ja noch bei uns in Frankreich zu Gast. Das haben dann die beiden Könige beraten. Ja, das muss sich noch herausstellen, denn wie gesagt, mein Vater ist mitten in den Beratungen gestorben. Ach so, die waren noch nicht beendet. Kann ich berichten, was besprochen wurde? Ja, ich bin ganz Ohr. Also, ich habe euren werten Vater, Gott hab ihn selig, möge er ruhen in Frieden, das Angebot ausgeschlagen, das er meinem Vater einst darbot. Da ich keinen Grundseerland, das unabhängig von Camerlott regiert wird, abzugeben. Ich bin ein Geschäftsmann, aber ich sehe nicht, dass ich auch nur eine Münze oder einen Fleckenland meines Königreiches abgeben sollte. Das ist mein Standpunkt und als ihr werter Vater dies hörte, brach er zusammen. das müssen wir ihnen jetzt wohl so glauben, nicht wahr? Naja. Gott ist mein Zeuge. Ach, wenn der der Zeuge ist, dann ist ja gut. Denke ich mir auch. Am Ende hat er uns ja nur erzählt, was er eurem Vater erzählt hat. Insofern ist es egal, ob wir ihm glauben. Er kann ja das ist ja komplett egal. Euer Vater hat ja noch nichts dazu gesagt, oder? Mein Vater kann ja nichts mehr dazu sagen. Er war entrüstet und traurig darüber und diese Trauer hat ihn wahrscheinlich übermannt. Aber sollte ich an dem Tod ihres Vaters auch nur einen Teil der Schuld tragen in seinem hohen Alter, entschuldige ich es, es war nicht meine Absicht. Chat nochmal so kurz, natürlich greifen wir nicht einfach an, damit es spannend wird. Wir machen hier ein Roleplay, jeder hat seine Rolle, und warum sollte ich irgendwas angreifen? Ich bin die Bank. Ja, nun gut, ich muss das jetzt erst einmal so hinnehmen, ich muss mir noch über einiges klar werden und Gedanken walten lassen, was das nun alles bedeutet. Vor allem, was das mit der Bretagne-Frage bedeutet, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, denn wie ihr sagt, seid ihr ja mein Vater und jetzt auch uns keinen millimeterweit entgegengekommen bei dieser ungeklärten Frage Frankreichs. Ich sehe keinen Grund dazu, ja, das muss ich bejagen. Ja, gut, aber dann sind ja... Kann man vielleicht ein Geschäft anbieten im Sinne von Geld gegen Land? Das ist ein interessanter Vorschlag, den mein Wasser hier macht, tatsächlich. Wie ich das ihrem Vater schon sagte, das schlage ich aus. Okay. Na gut, dann haben wir wohl nichts mehr zu besprechen, nicht wahr? Wo dann? Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Regentschaft und sollte es Wünsche geben, hier in das Königreich Kamerlott getragen werden, dann sucht mich gerne auf in meinen Hallen. Auf dann, da gut. Ich habe traurige Kunde, mein ehrenwerter Erbe Gunther van Hahn ist leider beim Spielen im Teich ertrunken. Allerdings war ich im Vorfeld fleißig, weswegen ich noch einen weiteren Erben habe. Ist das derselbe Teich? Vielleicht ist es auch der Teich das Problem und nicht die Karpfen. Höchstwahrscheinlich eher das. Die Karpfen, also mir wurde nicht von irgendwelchen Kampfkarpfen berichtet. Was natürlich möglich wäre, aus dem fernen Asien. Na gut, das Bären. Todesteich, wie mir scheint, hier überall. Eine Fische bekommen auch grundsätzlich alle Namen, deswegen würden sie so etwas niemals tun. Einer davon heißt zum Beispiel Klaus Karfinski. Tut er das? Er ist nur immer etwas lauter, aber er würde niemals jemanden töten. Nun gut, nun gut. Wieso haben sie sich damit auseinandergesetzt, wieso wir diese Basalenbande nicht ändern können? Das scheint ein Fehler im Registriersystem zu sein. Ich verstehe. Ich frage mich gerade, ob wir diesen Fehler tatsächlich abändern könnten, falls wir ein Druckmittel gegen euch hätten. Im positiven Sinne aber für euch in dem Versuch. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringen würde. Da müsste doch eher die Bank gegen den König ein Druckmittel haben. Also andersrum. Ich habe mich gefragt, ob es auch so ginge. Vielleicht nicht. Schade. Aber fällt mir ein, seid ihr denn immer noch offizieller Hofbaumeister des Reiches. Das wollen wir doch gleich mal überprüfen. Nein, seid ihr nicht. Dann muss dies natürlich korrigiert werden, denn ich habe ein großes Burgen Bauprogramm in Planung. Genauso wie Kasernen und Ausbildungsplätze auf Marschgelände. Ich habe Großes vor mit Frankreich. Ich werde Schritt für Schritt Frankreich zu einer starken und dominanten Nation ausbauen. Na, das klingt doch nach einem Plan. Sobald die Goldreserven unserer Familie aufgebaut sind, werden wir auf die Eisenbank zurückkommen. Ich denke, das ist auch in ihrem Interesse. Ja, solange der Haushalt noch so solide ist, dass das auch zurückgezahlt werden kann. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ein Rätel begleicht stets seine Schuld. Ich glaube, das sollten sie mittlerweile gelernt haben. Genau, wir achten gemeinsam darauf, dass wir da nicht übers Ziel hinausschießen. Na gut, sehr schön. dann tun wir das. Dann tun wir das so. Lösegeld. Sehe ich das da gerade richtig? So, Schattel. Ähm. Seit wie vielen Jahren? Herzog von Pelus ist seit 21 Jahren im Kerker meines Vaters? Aber er lebt noch. Die Spanier, die schulden uns noch 600 Gold. Zu entlassen. Aber muss man respektieren, wenn jemand 21 Jahre im Kerker überlebt. 100 Gold können wir für die Truppen gebrauchen. Ich würde sehr respektieren, wenn er dir nicht böse ist. Während die Portugiesen, ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, nach meiner Erzählung sind vier der neuen Kredite abbezahlt, fehlen noch fünf. Also das läuft. Ich hoffe hier die Triple-A-Wertung war gerechtfertigt, aber sein Einkommen ist ja nun wirklich gut. Und eigentlich als Kind kann er auch nicht groß Kriege führen, außer um sich zu verteidigen. Insofern müssen wir da ein Auge drauf behalten. Die Probleme meines Königs. Ist ein Kutscher zugegen? Ich würde gerne eine Audienz entweder beim Kaiser von Spanien oder vielleicht dessen Vormund gerne erfragen wollen. Jawohl. Äh, Ranger. Ja, mein König? Stürmt die Burg. Ich stürme sie. Ich renne rein. Wo ist denn hier eine Treppe? Ich finde die Treppe nicht. Ey, Fritz, los mich in den Thronsaal. Nein, ich meinte, wenn du sie jetzt stürmst, dann ist es schneller vorbei. König von Frankreich, der Kaiser Spanien. Ich bin doch dabei, die zu stürmen. Achso. Der ist ein Regent kann euch jetzt empfangen. Sehr gut. Nehmt mich mit, nehmt mich mit. Auf, auf. Bleib mal lieber hier. Wir waren gern zu Diensten. Ich danke Ihnen, König von Schwein. Das waren sehr hilfreiche Soldaten, die sie uns gestellt haben. Schett, also mit dem... Sollten Sie mal ein Rindviecher brauchen, dann fragen Sie nicht mich, aber ich kann Ihnen Champagner liefern. Klingt gut. Brauchen Sie Champagner? Mit dem Kaiser, mit dem kommenden Kaiser haben wir eine Verabredung, dass er diese zurückgibt. Insofern brauchen wir da keinen Krieg führen. Ich ziehe mich in mein Gemach zurück. Ich möchte den Sieg feiern. Komm her, Alfred! Was... Wir suchen's. Was war dann jetzt eigentlich die Beute des Krieges, das Ziel des Krieges? Ich hab's gar nicht richtig verfolgt. Was ist gelungen? Sie meinen den normalen Krieg? Ja, in der Tat. Okay, ähm, Luxemburg tatsächlich. Ah, eine Grafschaft, okay. Ich habe gehört, es sei dort sehr schön. Mhm. Ja, das, ich habe auch gehört, das würde sich ideal anbieten für eine Außen, eine Filiale. der eisernen Bank. Eine Filiale. Vielleicht, wenn sie auch einen Maskenmann im Keller haben, vielleicht kann der da ja mein, 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 mein Filialgeschäft führen. Das würde sich ja für mich anbieten. Ich werde versuchen, jemanden, denjenigen mit der Maske, ich glaube nicht, dass ich den mit der Maske aus dem Keller der Filiale leiten lassen möchte. Könnte nur zu unangenehmen Situationen führen. nur gut. Der Name Luxemburg, da klang etwas bei mir an. Aber das mag auch Melancholie sein. Das kann durchaus sein. Also, wir erinnern uns immer wieder gerne an Luxemburg zurück. Ach, damals, als wir die Dorfbevölkerung abgeschlachtet haben. Und die Burgen geplündert. Wer hat Burgen geplündert? Oh, Luxemburg. Luxemburg. Warum ist Kaiser Nex eigentlich so alt? Es ist ja faszinierend. Weil er Kaiser ist. Da wird man automatisch alt. Richtig. Ich hatte anderes gehört. Okay. Es ist unglaublich, wie alt er geworden ist. Beeindruckend. Aber der Nachfolger, die Sache scheint ja stabil zu sein, oder? Wir, ja, ich sorge dafür. Also, es hatte schon wieder jemand Anspruch erhoben. Aber als Sohn verteidige ich natürlich meinen Vater. Und wir hatten den dann in die Schranken gewiesen ein paar Jahre. Aber es drohte schon wieder ein langjähriger Bürgerkrieg auszubrechen. Aber aktuell ist es sehr stabil. Das ist halt auch, er ist Diplomat. Ah, das ist sehr praktisch. sie mögen ihn eigentlich alle. Und wir hatten auch in alle Herrenhäuser geheiratet. Das heißt, da sind auch Nichten und Neffen überall. sehr praktisch. Von daher. Ja. Er hat halt nur gerade Schulden wegen dem Schwerskrieg. Oh, ich sehe gerade der König, es gibt einen neuen König von Dänemark. Ein bekannter. Ja, die Dynamik in England ist cool. So, Chat, aber offensichtlich gibt es eine Entführung wohl nicht. Die wurde ja angekündigt, aber die haben vermutlich da unten eigene Probleme. Insofern bleibt da scheinbar alles ruhig. Er ist sogar im Gefängnis. Ich glaube, hier haben wir wohlgetan, dass wir von unseren Ansprüchen zurückgetreten sind. Denn von dem hätten wir niemals irgendwas bekommen. Stabil, schlecht für die Bank, ja. Ich kann leider keinem Kaiser, der kein Spieler ist, Geld zahlen, äh, Geld leihen. Das geht leider nicht. Oder fällt mir ein, wir hätten hier auch mal, nachdem ich habgierig geworden bin, hätte ich wechseln sollen. Ich warte das nochmal ab, weil wir sind ja bald durch. Dann gehen wir noch ein bisschen auf den Gesundheitsbereich, um noch lange, schaut mal, wir sind bei Einnahmen von 35. Hey, nie erwartet, dass wir das noch hinbekommen. Schon sehr, sehr gut. Äh, Kontrolle habe ich mal wieder. Ne, Kontrolle läuft noch. Sehr gut. Ja, einen kleinen Sonderbonus kann man machen, ja, gebe ich euch recht. Oh, kleines Geschenk. 122. Leistung uns mal, nicht, dass er uns noch umbringt, das wäre unangenehm. Ich soll jetzt wechseln, weil mir das nichts bringt. Äh, ja, es bringt mir überhaupt nichts. Absolut richtig. Absolut richtig. Wechseln wir direkt. Der Kaiser ist doch Vater eines Spielercharakters, der es zurückzahlen kann. Ja, aber ich kann ja nicht ihm einfach irgendwelche Geschenke schicken und dann sagen, hey, ich habe deinem Vater Kredite gegeben. Davon weißt du zwar nichts. Das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht machen. Äh, nein, Pure, das bringt nichts. Wir werden, wir spielen ja nur bis 23. Uhr. Ich habe vom Anfang an das berechnet. Investitionsrentieren sich jetzt nicht mehr. Als Geschäftsmann lohnt sich das absolut nicht. Ja, es ist, ja, nee, also das ist doch Unsinn. Dann könnte ich ja, nee. Lehnstern wurde Krieg erklärt? Das ist ja äußerst unangenehm. Wow. Er ist auch schwach mit seinen 12.000. Ha! Ja, ja, mein König. Ich fürchte, jemand will die Bank plündern, ja. Ich fürchte, das werden wir verlieren. Ich werde mit Sicherheit nicht ihm Geld geben. höchstens als Kredit. Meine Truppen wird er aus Loyalität bekommen, aber er sollte langsam mal auftauchen, nicht wahr? Wir verlegen mal unseren Sammel. Kann der König mal kommen? Der König ist in England, ich lache mich tot. Was ist denn das? Ich hebe mal unsere Truppen aus, um zu zeigen, dass wir hier auf seiner Seite stehen. Die müssen natürlich, boah, jetzt belagern die natürlich unsere Burgen. Das ist widerlich. Okay, das ist jetzt, das ist wirklich widerlich. Warum gibt es jetzt eine Pause? Mir düngt es, die Sonne ist stehen geblieben. Ja, ja, ich muss auch gucken. Das düngt mir auch. Steinwallen, hast du ganz kurz Zeit? Ja, ich werde angegriffen, aber wo gehe ich hin? Steinwallen? Ja. Ist noch mute. Achso, entschuldige. Wo wollen wir hin? Nur ganz kurz, mein Reich schuldet dir ja viermal Geld, ne? So ist es. Jetzt nicht mehr, jetzt schuldet es dir Frankreich, weil ich nämlich in einem Krieg um Frankreich an der Seite von Camelot nicht mitkämpfe. Das war der Deal. Nur, damit du Bescheid weißt. Okay, alles klar, gut zu wissen. Ich muss kurz mal nach England. ich werden könnte, weil ich mächtige Vasallen habe, die mit 200%iger Militärstärke gegenüberstehen. ein kurzes Wort an den König. Ich bin ja hier die Bank und vielleicht... An welchen König? Entschuldigt, an den König von, was ist das für ein Königreich? Camelot. Ja, Dänemark ist auch jetzt ein König. Ja, ich habe es gesehen, entschuldigt. Es geht darum, die Bank selbst ist ja sicher nicht Ziel ihres Krieges, nicht wahr? Nein, nein, nein. Gut. Keinsterweise, ich würde ihre Ländereien am liebsten verschonen. Ja, das wäre schön. Vielleicht nur dort belagern, wo, ja, um durchzuziehen, aber bitte nicht die Hauptsitz der Bank. Das wäre uns schön. Ja, gäbe es denn dafür die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen in diesem Konflikt, indem ich ihre Ländereien dann nicht plündere? Ja, ja, mit einer, ja, das, da bin ich bereit. Wären 300 Gold okay? Wie wäre es mit 1000? 1000? 1000. Das, ich muss das natürlich auch dem König von Frankreich irgendwie. Das wäre am besten, wenn sie das unter Verschluss, das ist so ein, eine Verhandlung am besten unter vier Augen. Sagen wir mal, der König von Frankreich möchte ich davon nicht wissen. Aber 1000 ist dann doch ein bisschen zu viel. Dann 500? Ja, ich kann nur 450 schicken. Ich kann nur 150. Dann 450 ist eine wunderbare Summe. Okay, das wird jetzt einen Augenblick dauern. Das muss immer akzeptiert werden. Mhm. Und, ja, dann bitte ich möglichst schonend hier unsere Ländereien zu betrachten. Ich werde nur durchziehen und ihre Ländereien gänzlich unbehelligt lassen für das Geld, was sie mir gerade zahlen. Ah, ich sehe gerade, die Geschenke sind teurer, als ich erwartet habe. Das passt aber mit 450. ein Geschenk war 225, glaube ich, ne? Die müssten angenommen werden. Sehe ich sie, sehe ich sie. Ich glaube wahrscheinlich erst, wenn die Zeit vorhanden ist. Durch die Pausierung. Okay, alles klar. Na gut, dann sind... Dank. Achso, Merp, by the way. Mein Vater ist wieder Kaiser. Chat! Äh, Chat! Hallo, Leute! Bleibt doch mal cool! Äh, warum sollte ich ihn besiegen? Er, er ist, mir ist das doch am Ende egal, wer König ist. Ist er unser König? Wir machen unsere Geschäfte. Wir wollen nur kein Geld verlieren. was, oder? Ich bin, ich, naja, mein Vater ist sehr beliebt. Ich bin sehr beliebt im Reich. Wir haben Frieden und Stabilität gebracht und jeder Kurfürst stimmt dafür, dass ich das übernehme als nächstes Jahr. Ähm, Wärter, an Wärter auf den Kaisertronen im Heiligen Römischen Reiche. Ja. Ähm, wie positioniert euch, äh, ihr euch denn in dem, äh, werdenden Konflikt, der sich gerade aufbietet in, in Frankenreich, ähm, beständet ihr eine Möglichkeit eines Bündnisses oder seid ihr gänzlich abgeneigt von diesem Konflikt? Da der König von Frankreich bereits Frieden mit mir ausgehandelt hat, ist, äh, ein Konflikt da leider nicht möglich. Okay, alles klar. Hab Dank. Entschuldigung, dass ich euch verraten musste, aber das Angebot war zu gut. Das wird im Optimalfall kein großes Nachspiel haben, andernfalls, ähm, wird das ein Nachspiel haben. Wollt ihr mir etwa drohen? Nein, in keinster Weise. Ein Nachspiel natürlich für mich. Das kann aber so. Das hat ein Nachspiel für mich, wenn sie jetzt nicht dabei sind. Ähm, deswegen. Es gab Vereinbarung, keine Kredite an Kriegsgegner zu geben, das haben wir nicht getan. Äh, halte ich in Ehren, auch wenn ihr es diesmal etwas dehnbarer seht. Bin ja auch nicht mein Papa. Da habt ihr vollkommen recht, Kaiser. Lien. Ich wünsche mir wirklich, dass er den Trade hinterlässt. Ich bekomme, dann nehme ich ihn. Dann musst du ihn nehmen. Ja, ja. Nee, also, er hat noch keine Trades. Ich verhalte mich halt komplett opportunistisch, was halt Spanien hilft, weißt du? Mhm. Das stimmt. Deswegen, also, er hat halt einfach meine gesamten Schulden übernommen. Bei der Eisernen Bank. Von daher, aber da sagt man doch nicht nein. Hauptsache, er wird sie noch zurückzahlen können. Und das werden wir sehen. Ja, aber wie gesagt, das Haus Rätl hat jetzt halt die Schulden. Okay, ist notiert. Warum ist er die Sorge hingeblieben? Eigentlich hat er das Geld. Ey, der hat 5200 Geld. Steinwein, du solltest dringend mit ihm reden, bevor es zum Krieg vorbei ist. An die, an die Eisernen Bank, natürlich ist es immer am besten, wenn man am Ende auf der Gewinnerseite steht. Und deswegen behaltet die Augen offen, wie sich dieser Konflikt entwickelt und entscheidet, welche Seite vielleicht die größten Aussichten hat. Na, ich stehe auf keiner Seite. Ich muss einfach, in diesem Falle, weil ich leider als Bank noch nicht komplett neutral bin, sondern nur, ja, formal Teil des Königreichs, gewähre ich euch eure Unabhängigkeit und werde sie auch gegen andere verteidigen. Ich möchte, dass sie eine unabhängige Bank bleibt. Das ist mein Angebot an die Eisernen Bank. Wer hat der König von Frankreich? Schön, dass ihr da seid. Ihr werdet angegriffen, mein Vassal. Und ich erinnere euch, mein Vater hat es mir mitgeteilt. Ich weiß, die Bank ist eine neutrale Bank, aber ich weiß nicht, ob es ihr wart oder euer Vater ist, es gab ein Versprechen, wenn Frankreichs dunkelste Stunde kommt und es ist gekommen durch diesen Verräter, Uta, der einen Angriffskrieg führt gegen Frankreich, gegen unsere Nation, gegen unsere stolze Nation. Das Haus Rätel er stets bemüht, euch alles zu geben. Müssen wir das unter Anwesenheit des Angreifers besprechen? Ich würde gerne so hören. also so ist nicht. Ich würde darum bitten, den abgesandten Camelots aus dem Raum zu entfernen. Nicht mal die schlomanischen Verhandlungen dürfen geführt werden. So weit sind wir gekommen. Na ja, also, ich habe auf jeden Fall genau zugehört und wer beobachtet dann mal die Lage? Wir föhnen ihn dann mal ab. Ihr wollt die Lage beobachten? Na ja, er hat er hat natürlich versucht, jetzt alle Mittel zu ergreifen. Ich habe im Übrigen schon meine Truppen ausgehoben, also im Gegensatz zum König von Frankreich, was mich ein bisschen entsetzt. Ja, wir wollten erst einmal noch ein weiteres Bündnis schließen. Ich meine, wir sind ja frischer König und das wurde sofort ausgenutzt. Wo sind denn die Truppen im Süden? Dann sammeln wir uns doch an der Seite dort. Die Frage ist, könnt ihr uns direkt in diesem Krieg helfen, ohne ihm beizutreten? in den Kämpfen direkt wenigstens? Ist das nicht möglich? Ähm, ich kann helfen, ja. Sehr gut. Kurze Frage, warum ist denn Pause? Äh, weil gerade hier ein ganz überraschendes Ereignis kommt, ein großer Spielerkrieg. Camerlot greift Frankreich an. Aber ich denke, dass wir auf Stufe 1 fortfahren können, wenn das der Kutscher Strategieecke mitteilt. Überbringt die Nachricht. Der Krieg hätte auch ganz schnell rum sein können, wenn du nicht diesen Deal mit Spanien gemacht hättest. Puh. Ja. Soll sich die Sonne dann weiterdrehen? Wenn Strategieecke sagt ja, dann fragt ganz kurz Strategieecke und dann let's go. aus meiner Sicht weiter gedreht werden. Nun, weil's die eiserne Bank nicht an einem Krieg interessiert ist, wahrscheinlich werde ich in Zukunft ein paar Kredite in Anspruch nehmen und mein Herrschaftsgebiet weiter erweitern. Ja, das ist doch, klingt doch, das klingt doch gut. Jetzt. das Haus der Hennigau. Jetzt, sofort. Der Bedarf ist jetzt gerade noch nicht gegeben, wir müssen erst ein wenig schauen, welche Titel wir beanspruchen können. Alles klar. Trotz des Krieges bin ich natürlich bereit, die Geschäfte laufen weiter, die Geschäfte müssen weitergehen. Vielen Dank, vielen Dank. Schöne Maske. Das Haus ist das Haus Hennigau? Ja. Wir hatten doch immer sehr enge Bande, die Rätels und Hennigaus. Mit meinem, sind wir dich auch irgendwie auf dritten, vierten, fünften Grad verbannt? über meinen verstorbenen Vater, werte Herzogin? Mit ihrem Vater war ich tatsächlich, Gott habe ihn selig, relativ gut. Das war mein Opa. Wissen Sie das? Das war mein Opa. Also sind sie mein, nicht mein Opa. sind was anderes. Ich bin Kaiser nun. Oh, ein Kaiser! Könntet ihr euch ein Bündnis mit Frankreich vorstellen für die Zukunft, werter Kaiser? Vielleicht sollte der König nebenbei seine Truppen ausrufen. die inländischen Angelegenheiten regeln müssen, bevor ich über etwas derartiges nachdenken kann. Das würde natürlich für immer die Beziehungen Frankreichs und des Heiligen römischen Reichsins positive drehen. Ein solches starkes Bündnis für Europa. Ich werde darüber nachdenken. Wir hätten nämlich eine Tochter, wie ich gesehen habe, sodass da eine Verlobung möglich ist. Ich werde darüber nachdenken. Wie lange würdet ihr darüber nachdenken wollen? Wir werden jetzt angegriffen. Und es geht um die Existenz England. Ihre Tochter ist 40 Jahre alt. Wie alt ist wie bitte? Entschuldigt. 40 Jahre ist eure Tochter. Wie alt ist der mögliche Sohn? Ich habe dies noch gar nicht genauer sehen können. Ich bin gerade mit Truppenbewegungen beschäftigt. 18 18 18 habt ihr keinen jüngeren Sohn? Nein, nur Töchter. Und ist noch ein anderes Verlöbnis möglich? Wartet mal, haben wir nicht hier noch Möglichkeiten? Das Herzog kommt von Niederloh dringen. Es ist anwesend. Ich glaube das Herzog ist ein Niederloh dringen existiert nicht in diesen Hallen. Roland Rätel ist mein Erbe 15 Jahre alt. Aber ist scheinbar nicht das notwendig, was möglich ist. Überfahren mit der diplomatischen Situation. Wir werden angegriffen. Ja. Wir würden uns über die Unterstützung in der Schlacht freuen. Du solltest ein bisschen auf deine Truppen aufpassen, ne? Oder ziehst du sie rein? Ich ziehe sie schon rein. Okay, alles gut. Ich denke, wir haben genügend, hoffe ich jedenfalls. Aber wir können nicht gleichzeitig unsere Diplomatie noch machen. Wir müssen unsere Enkel verheiraten irgendwie. Enkel. Ausgenutzt in der dunkelsten Stunde und alle verraten uns. Keiner hilft uns. Gut, außer das hoffen wir doch, dass ihr mit in der Schlacht seid. Wir sehen das gerade nicht. Ja, ich Landesteil gezogen, aber ich bewege gerade die Truppen dort hinein. Warum sieht es so schlecht aus? Verteidigung an der Furt. Oh, schlechter Moment. Oder sieht es gut aus? Ist das für den anderen schlecht? Nee. Für uns sieht es gut aus, würde ich behaupten, oder? Wir haben einfach große Truppenstärke. Was haben wir denn jetzt hier? Herzog. Ja, gewonnen. Herzogtum, nein, das ist nicht. Chat, was meint ihr? Ich bin nicht dem Krieg beigetreten, weil ich formal hinterher dem König Camelot sagen will, dass wir nicht dem Krieg beigetreten sind, dass wir neutral geblieben sind. Ich könnte das natürlich wegen der 10% machen. Ich weiß nicht so recht. Ich würde sagen, wir treten dem Krieg bei, wenn wir sehen, wer ihn gewinnt. Ich finde, das ist eine gute Haltung. Das wäre äußerst hilfreich. Und wir hoffen auf Kredite der Eisernen Bank, um ehrlich zu sein. Wir haben sämtliche Schatzvorräte für Söldner ausgegeben. Und es ist sehr schwierig, alle Söldner einzeln zu steuern. Okay, Kredite sind nötig, nun gut. Ja, dann ich hoffe, ihr haut uns nicht in dieser dunklen Stunde der Not übers Ohr mit zu hohen Zinsen. Nein, nein, die Kredite werden gezahlt. Das ist jetzt ein bürokratischer Aufwand. Da müsst ihr jetzt ein bisschen Acht geben. Ah ja, ich sehe es gerade da oben. Das muss jetzt einzeln. Ihr haltet den Überblick, wie viel das ist. Ich vertraue euch da, dass ihr das in den Büchern aufschreibt. Meine Protokollanten müssen jetzt gut aufpassen. In die habe ich vollstes Vertrauen. Ja. Da ich demnächst wahrscheinlich mehrere tausend Mann an eurer Ostflanke, an der Nähe eurer Hauptstadt bewegen, werde ihr allerdings mit einem meiner Ziele verbündet seid, würde ich mich gerne über diplomatische Neutralität ihrerseits freuen. So dass ich nicht irgendwelche Informationen an den Feind geben muss. Das müsst ihr mir kurz genauer erklären. Ich bin gerade mitten in einem Krieg. Was genau wünscht ihr? Herzogtum von Niederlothringen. Mit diesem haben sie sich verbündet. Das ist jedoch mein Angriffsziel gewesen in der Situation, als sie sich mit ihm verbündet haben. einen Verbündeten. Seid ihr schon im Krieg mit diesem? Oder wollt ihr das erst machen? Ich will das noch machen, jedoch könntet ihr bitte warten. Könntet ihr warten, bis es wir wollen es nämlich gerne zu den Waffen rufen, bis unser Krieg vorbei ist. Dann habe ich kein Problem damit. Es geht uns lediglich jetzt um Waffenhilfe. Wir haben noch gute Beziehungen. Da könnt ihr doch sicherlich warten, nicht wahr? Wir schauen das mal an, die Situation. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Chat, es waren erst zwei. Schön, wie das Haus Rätel von allen verraten wird, dass die es so treu aufgebaut haben. Du müsstest das Geschenk noch annehmen. Ich glaube, es waren erst zwei, nicht wahr? Ja, ja, entschuldige, entschuldige, entschuldige. Ich bin hier ein bisschen, du kannst mich gerne immer dran erinnern. Ich versuche gerade, diese Truppen irgendwie nicht darben zu lassen und zu, zu, irgendwie das hinzubekommen. So. Die Armeen stehen bereit. Ah, so viele können hier nicht stehen. Ich glaube, ich muss selber die Notizen machen, weil meine Gehilfen sind leider hier und da ein bisschen unzuverlässig. Der dritte Strich ist erfolgt. Ähm, ja. Der dritte Strich ist hier. Wunderbar. Ein Bote, bitte nach Portugal, wie es ausschaut, ob uns Portugal unterstützen kann jetzt. Ob wir sie zu den Waffen rufen können. Und natürlich sind zugegebenen Zeit auch noch die spanischen Schulden zu begleichen, daran erinnere ich auch noch. Natürlich. Aber das Königtaus Frankreich, wie gesagt, die Rätseln begleichen ihre Schuld. Der vierte Kredit ist auf dem Weg. Wie viel sollen es denn jetzt erst einmal insgesamt? Ich denke, das reicht fürs Erste. Wir werden uns bei euch melden, wenn wir mehr benötigen. Alles klar. Wir müssen wahrscheinlich noch zwei Domänen abtreten. Hm. Ah. Wo sind denn die Spanier eigentlich derzeit? Die Spanier sind nicht mit dem Krieg. Darum haben wir uns gekümmert. Ach so. Ah, okay. Alles klar. Deswegen. Deswegen. Das heißt, von den angezeigten... Deswegen zahlen wir ja die Schulden der Spanier. Deswegen von den angezeigten 28.000 hat er also wie viel weniger? 15.000 weniger. Ist das richtig? Oder nee, er ist nicht eingetreten in den Krieg, ne? Er ist nicht eingetreten. Wir haben 30.000 Feinde sozusagen. Okay, ich verstehe. Es ist ausgerechnet, aber der Vorteil ist, dass sie getrennt sind, die feindlichen Heere. Und wir müssen uns beeilen eigentlich in Britannien, die Feinde zu vernichten mit den Söldnerheeren, die wir ausgehoben haben, mit allem Gold aus der französischen Schatzkammer. Und euer Gold wird gerade verwendet, nur um das wir nicht... Den Unterhalt zu zahlen. Ja, ich verstehe. ...abzuwenden. Ist zufällig ein Bote anwesend? Ja. Aber ich bin es nicht. Ein Kutscher ist anwesend. Ein Kutscher? Das wäre sogar noch besser. Ich muss nämlich nach Frankreich. Ich muss... Ich müsste zum Hof des Herzogs Tetzbert im Zweiten von Gorgonzola. Reichert, ihr zieht weiter. Er muss weiterziehen. Das kriegen wir hin. Die eine Provinz ist besetzt. Genau. Das machen wir. Chat, ich setze darauf, dass der König Camelot sowieso nicht... Krieg hier unsere Wappen auseinanderhalten kann. Nach der Übernahme meiner Regentschaft. Das französische Wappen... Verbündete Truppen aus Niederlothringen. Ist jetzt ein Bote schon nach Portugal gegangen? Die Wappen von Frankreich und Anjou sehen ja fast ähnlich aus. Insofern, wir sind nicht Teil des Krieges und werden uns im Zweifel rausreden können, falls es dazu kommen muss. Tollste Konzentration. Aber ich bin da nicht umsonst ein brillanter Stratege. Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Wir werden diesen Krieg gewinnen. 18.000 Mann die nach Osten marschieren. Aber wenn sie unsere 2.000 Verbündeten bekommen, da werden wir nicht rein marschieren. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Oder doch? Ja, wenn es kommt aufs Gelände an, ne? Ja, ist das ein positives Gelände? Ich sehe es nicht. Nee. Oder doch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt ist zu spät. Ja, jetzt ist es zu spät. Wenn die Belagerungen für euch. Natürlich laufen gerade die Kriege, aber wollen Sie vielleicht Champagner kaufen? Ich will nur fragen. Nein. Nein. Okay. Falls doch melden Sie sich, ja? Gruppen nehme ich. Was nehmen Sie? So, da kommt es jetzt zur Schlacht, ne? Und das ist bald für ihn allerdings. Ja, das ist zu gut für ihn wahrscheinlich. Das sieht schlecht aus. Ich komme dann nicht mehr weg. Unangenehm. Na, wobei, vielleicht reicht unsere Truppenstärke aus. Ja, die Polen sind leider auch da. Ja, wenn die die Portemonnaie dazu marschieren, könnte das noch positiv... Ja, das... Ah... Haben wir noch Söldner, die möglich sind? Angeworben. Okay, wir brauchen mehr Gold aus der Eisernen Bank. Was? Ein Sohn wurde ermordet? Achso. Oh nein, was? Das sind bestimmt die Kornwoller. Das sehe ich doch. Camelot steckt da dahinter, bestimmt. Aber Gott sei Dank nicht mal in Erbe. Die wollen jetzt alles gegen uns verwenden. Oh, die Schlacht ist aber wirklich knapp. Wir brauchen dringend Gold aus der Eisernen Bank. Ach du Schreck. So schnell ging das? Okay. Ja, Geschenk ist da. Sofort annehmen. Oh Gott. Okay, okay, alles klar. Gleich noch ein Söldner geholt, oder? Ja, ja, wir brauchen noch mehr Gold. Ja, ist da. Haben wir angenommen. Jawohl, nochmal Gold. Wir machen eigentlich Plus. Wir sind nicht... Also wir werden nicht Minus. Wir machen noch zwei Geschenke und dann sind wir wieder... Also zwei Goldlieferungen. Ist da. Dankeschön. Ist da. Und da... Ah doch, eins brauchen wir noch. Eins brauchen wir noch. Ein letztes. Ist da. Wird uns noch nicht angezeigt. Jetzt. Okay. Wir gewinnen die Schlacht. Meine Güte. Fünf. Das war eine harte Schlacht. Eine sehr harte Schlacht. Sie zieht sich zurück. Vielleicht können wir sie jetzt hier vernichten. Unabhängig von irgendwelchen Festungen. Ich glaube, das könnte sinnvoll sein, dass wir jetzt hinterher marschieren. Mhm. Ich frage es, wie viel von den Polen noch? Was ist mit... Ist... Es ist schon wieder kein... Wo sind die Booten, wenn man sie mal braucht? Die Frage ist, wo sammeln die sich jetzt? Ah. Mein Sohn wurde nicht ermordet, er wurde in der Schlacht geschlagen. Ja, man könnte versuchen, sie zu erwischen. Ich glaube, ich werde die Verluste hinnehmen. Es sind zwar doppelt... Also es sind mehrfach 168 Verluste. Aber ich glaube, das wäre sinnhaft. Was meint ihr? Ja. Nach Leon. Finde ich gut, ja. Ja, wir verfolgen sie nach Leon, um sie zu schließen. Äh, zu verössigen. Es sind ja auch nur ein Drittel ihrer Armee, die sich dorthin zurückziehen. Eben, ja. Ich denke, das ist sinnvoll. 53%. Wir werden jetzt selbst als Boote unterwegs sein. Ne, da sind wichtige Probleme. Hä? Ups. Oh, hab den Falschen gezogen. Sorry. Habe ich doch glatt den Falschen in die Kutsche gesteckt. Oh, äh, König Gunther, das ist der Richtige, in den Krieg rufen. So. Meine Güte, wo war, die Kutscher waren nicht da. Wo waren die Kutscher? Als Frankreich fast fiel. Wir hoffen, dass Portugal nun kommt. Ja, kommen sie denn? Oh, da kommt sie zur Schlacht. Wir haben ihnen geschickt, dass sie kommen sollen. Wir führen jetzt auf jeden Fall die Schlacht. Ah, leider unser Befehlshaber. Da konnte ich nicht drauf achten. Das waren einfach zu viele Truppen. Ist nicht der Beste. Das ist sehr unangenehm. Aber unsere Truppenstärke müsste eigentlich reichen. Oh ja, der neue Bündnis geschlossen mit... Wer ist das? Ah, ein kleiner Graf. Unangenehm. Nicht wichtig. Kommen denn die Portugiesen? Sind sie im Krieg? Portugiesen. Sie sind im Krieg. Jetzt müssen sie nur noch zu uns kommen. Könnte der Kutscher dafür sagen, dass der portugiesische König auch hierher kommt zur Kriegsbesprechung? Das wäre sehr hilfreich. Sicher, Bach. So, weiter verfolgen? Ja, ich verfolge weiter. Das ist die Frage, wo sie da hinziehen. Ich sehe das recht. Die Maschine nach rechts? Mhm. Richtig? Ja, ja. Oder ist es falsch? Ja. Osten, ne? Ja, okay. Oh, die Vorräte. Aber wohin marschieren sie? Wie weit in den Osten? So, Günther ist da. So, mein werter Freund aus Portugal. Wo, wann kommen ihre Armeen? Wir kämpfen hier gerade schon tapfer und haben die Truppen Kamelots hart und teuer zurückgeschlagen. Wir brauchen frische Truppen. Wir bewegen unsere Streitkräfte gerade Richtung Norden. Hervorragend. Hervorragend. Wir können alles gebrauchen. Wir haben in der Bretagne, wir sind auf einer Verfolgungsjagd, um die Truppen Kamelots zu erwischen. Vielleicht haben wir Glück und wir erwischen sie hier tatsächlich. Wir haben mehr Männer als sie. Sie sind auch verbündet mit Polen. Die werden aber hoffentlich vom Heiligen Römischen Reich irgendwie beansprucht. Ja. Meine Güte. Wenn das mein Vater wüsste. Gott, hab ihn zu. Ah, die nächste Schlacht tobt schon. Jawohl, die nächste Schlacht tobt. Aber wir sollten genügend Truppen haben in der Bretagne. Was ist denn das jetzt für eine unwichtige Entscheidung? Säulen der Gemeinschaft? Egal. Ja, wir schließen. Wir vernichten die Truppen, Kamelots. Wir vernichten sie. Ja. Der Sieg wird unser sein. Noch ein kleiner Hinweis, by the way. Die Polen können nicht helfen kommen, weil die bei mir mit einem Krieg verwickelt sind. Sehr gut, sehr gut. Darauf haben wir vertraut. Das habt ihr ja gesagt. Ja, das war eine Ankündigung, die passieren konnte. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Wir werden jetzt noch die anderen Verbündeten vernichten. Also mein Kaiser. Ja, vielleicht aber teilen und die 4.000 auch noch. Also aufteilen, würde ich sagen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also... Ich kann das nur nicht so einfach teilen. Das ist gerade das Problem. Das sind kleine Truppen. Die hauen auch ab. Die gehen über Land. Sonst verfolgt erstmal. Kriege ich. Die kriegen wir nicht. Dann verfolge ich die links wieder, ja. Die gehen auf See, meine ich. Ja, ich verfolge die nach links einfach wieder. Denke ich mal. Kaiser Nex. Hier. Als bescheidener wahr sein, möchte ich an dieser Stelle nur erinnern, dass jegliche Verhandlung mit Frankreich an dieser Stelle zu ihrem Gunsten ausfallen könnte. Ich als bescheidener wahr sein in ihrem Reich. Nachdem die... Nachdem der Aufstand hier niedergeschlagen ist, bin ich da durchaus bereit zu helfen, aber nach der Machtübernahme kann ich mich nicht in einen Krieg hinanziehen lassen. Rede nicht von einer Hilfe. Ich rede in der Anwesenheit vom König von Frankreich darüber, dass sie selber Forderungen stellen könnten. Ich meine ja nur, ich meine ja nur als bescheidende Dame. Nun, wir hatten bereits einen Frieden vereinbart. Von daher... Frieden vereinbar. Es gibt ja auch keinerlei Ansprüche in irgendeiner Art und wir sind sehr zufrieden. Deswegen habe ich auch das Angebot von Camelot ausgeschlagen, mich dem Krieg gegen Frankreich anzuschließen, weil wir im Vorfeld bereits Frieden verhandelt hatten. Die fliehen im Übrigen. Er kann... Ich komme nicht rechtzeitig hin. Oder? Komme ich noch hin? Komme ich doch noch hin? Ich komme, glaube ich, mich doch noch hin. Ich fange hier welche ab, die gerade anlanden. Das ist mir ganz dankbar. Das ist sehr dankbar, wunderbar. Aus Oberschlesien. Verteidige die Lande der Bank. Aktiv. Sehr gut. Ja, nicht, dass die hier plündern, ne? Das ist ja das Schlimme. Aus Camelot, die hätten ja als erstes hier Anjou geplündert, nicht wahr, die Aggressoren? In der Tat. Das war auch meine größte Angst. Die Schatzkammer hätten sie plündern können. Ja. Mein Kaiser, wenn ich nochmal dazwischen treten darf, aber einer ihrer treuen Verbündeten hat vielleicht dort Interessensphären, die ihnen auch begründet vorliegen. In diesem Bezug? In diesem Bezug lasse ich sie erstmal und sie als Kaiser, als auch den König von Frankreich im Ungewissen liegen. Aber denken Sie immer dran, die Herzogin, sie hat Beziehung nach Frankreich. Ich glaube, wir müssen nach diesem Krieg nochmal ein genaues Wort mit der Herzogin sprechen. So, wieder nach Osten. Ich habe euch ein Königreich versprochen im Gegenzug zur Loyalität. Genau. Diese werden sie ewig von mir bekommen. Das werden wir auch einhalten, wenn die Zeit so weit ist. Also, der Krieg verläuft doch überraschend gut. Ja. Weil die Polen nicht kommen. Richtig. Aber es ist ein teurer Krieg, müssen wir auch mal sagen. Also, unsere Schatzkammern waren einst reich gefüllt, jetzt haben wir Schulden bei der Eisenbank. Ja. Das ist aber auch unglücklich für Camelot, dass die Polen nicht helfen kommen können, weil gerade ein Thronanspruch im Heiligen, also zwischendrin direkt. Zum Glück waren wir auch diplomatisch so weise und haben schnell verhandeln können mit Spaniens. Sonst wäre die komplette spanische Armee uns in den Rücken gefallen. Das war sehr gefährlich und sehr knapp. Man muss auch sagen, dass der Verlierer wird tausend Goldstücke schon zahlen müssen. Immerhin. Das wird sehr teuer, ja. Ja, immerhin. Das ist ein kleiner Teil. Ja, in der Tat, der Krieg war jetzt ein bisschen teurer. Schön wäre es natürlich, wenn er die Britannia abgeben müsste. Ja, das ist das Unschöne. Das ist jetzt natürlich nicht... Das ist nach wie vor etwas, was ich sehr schade finde, dass das nicht in irgendeiner... Er hat dich angegriffen hat, ne? Ja, er hat mich angegriffen, genau. Ihr gewinnt den Krieg, so wie es aussieht, oder? Ja, er hat schon längst die Kapitulation von mir vorliegen. Oh, das haben wir nicht mitbekommen. Ja, dann würde ich sagen, ist natürlich auch ein Gespräch vonnöten, nicht wahr? Na, sicher doch. Ich komme an Ihren Hofe und mit eurem Geld kann ich es nicht aufnehmen und dem Verrat meiner Verbündeten. Schade drum. Ich hätte gerne, ich hätte vielleicht einen anderen taktisch besseren Zeitpunkt wählen sollen, dass der polnische König im Krieg ist. Habe ich nicht drauf geachtet. Das war ein großer Fehler. Er wurde hineingezogen. Krieg in den Frankenlanden, damit ist der Anspruch verloren. Und dieses Kapitel wird zugeschlagen. Ja, da möchte ich das Motto des Hauses Retel an der Stelle zitieren. Gold bricht den härtesten Stahl. Wir haben den Stahl Camelots gebrochen. Wir wurden hinterlistig, kurz nach unserer Thronbesteigung, kurz, wir konnten doch nicht mal richtig unseren Vater trauern, wurden wir angegriffen. Wir hatten nicht einmal die Zeit, neue diplomatische Gespräche zu führen. Wir mussten uns beeilen, mussten schnell handeln und mussten kämpfen, mussten uns tiefer schulden. Aber unsere Truppen haben gekämpft. Das Gold der Eisernen Bank, auch wohlgemerkt, hat den Sieg gebracht, den treuen Sieg. Und wir hoffen, dass dieses Camelot eine Lehre ist, die so feige uns angreifen und uns das gesamte Königreich wegnehmen wollten. Dass sie jetzt erkennen, dass wir Frankreich und die Franken als große Nation überlegen sind in militärischen Situationen und nicht noch einmal solch einen Angriffskrieg gegen uns ausführen. Ich hätte mir wohl, war eine bessere Situation oder einen Moment gewünscht. Es war ein Moment der Schwäche eures Hauses, das mich verleiten hat, meinen Titelanspruch durchzusetzen. Da kein Titelanspruch mehr besteht, ist das wohl eine Lehre für das Haus Pendragon. Doch sei es auch eine Lehre für die Franken. Ohne euer Geld werdet ihr ausgeliefert gewesen. Ein Bretone kämpft so gut wie drei Franken. Auch wenn ich hier in der Bretagne in meinem eigenen Land quasi gefangen war, in einer Endlosschleife der Niederlagen. Richtig, eine Niederlage nach der anderen. Wir hatten nur Siege, wenn ich mich nicht völlig täusche, mein werter Gegner. Taktisch und strategisch große Fehler gemacht, das muss ich eingestehen. Und in meinem eigenen Lande gefallen. Konnte nicht mal von meinen Peinigern davonlaufen. Somit macht dieser Krieg in diesem Stadium keinen Sinn. Und ich muss eingestehen, dass ihr hier siegreich seid. Schade. Ich hätte gerne... Es wäre schön, wenn es ein anderer Ausgang gewesen wäre. Aber ich denke, dass ihr mit diesem Ausgang recht zufrieden seid. Wir sind äußerst zufrieden damit und wir akzeptieren... Werter König... Werter König... Na, okay. Okay, alles klar. Gut. Manchmal tricksen ja Gegner auch noch. Ich wollte noch darauf hinweisen. Wir haben uns das angeschaut. Nein, nein. Wir haben uns das genau angeschaut vorher. Ich bin... Also, ich gestehe eine Niederlage ein, wenn sie eine ist und ergaunere mir keine... Keine unredlichen Vorteile. Darf ich vielleicht an dieser Stelle ein anderes Angebot machen oder auf ein Angebot zurückkommen, das ja schon mal bestanden hat? Es ist immer noch das Thema der Bretagne offen. Die Bank... Richtig. ...hat nach wie vor einen Anspruch auf die Bretagne. Und ich würde gerne diese jetzt sehr hohe Schuldenlast, die jetzt auf dem Hause Camelot, Hause Pendragon liegt, vielleicht im Gegenzug tilgen, indem ich einfach die Bretagne vielleicht abkaufe. Nein, da sage ich eindeutig Nein zu. Da kann die Eisenbank bei der Eisern verharren. Als Neustart gibt es auch einen wirklich guten Preis. Das würde der König von Frankreich ebenfalls unterstützen unter der Prämisse, denn ihr habt jetzt das Brett gebrochen. Ihr habt den Krieg zu uns getragen. Mein Vater war immer für Verhandlungen bereit, doch ihr habt angegriffen. Feige angegriffen. Und wir können das ja nicht einfach auf uns sitzen lassen. Wir haben obsiegt, wir haben euch besiegt. Und was haben wir bekommen? Ein wenig Gold. Die Bretagne gehört zu Frankreich. Und dies wird immer eine Streitfrage bleiben. Wenn die Bretagne an Frankreich fällt und an das Haus der Portemonnaie, die den Anspruch darauf haben, dann kann aus der Sicht der Rettels für immer und ewig über diesen schändlichen Angriff in der Stunde der Not Frankreichs hinweg gesehen werden, als das Haus Rettel fast alleine da stand und trotzdem den Sieg davongetragen hat. Wir würden ein für alle Mal einen Frieden schließen können, wenn die Bretagne an Frankreich fällt, sogar unter den günstigen Bedingungen, die hier mein Vassal offenbart, indem er eure Schulden zählt. Ja, nicht nur das. Ich würde ja auch noch eine großzügige, also es würde ein gut, es soll keine, unbedingt, es soll ein Geschäft sein. Also hier soll niemand als Verlierer vom Platz gehen in diesem Geschäft. Ich biete, ich biete zweieinhalbtausend Gold für die Bretagne. Also wenn der Kaiser von Spanien dazu was, dazu was sagen darf, also falls die Franzosen der Meinung sind, dass sie die Bretagne angreifen, werde ich zu meinem Wort stehen und König Uta verteidigen. So lobe ich mir das. Und ich denke, dass England eine ähnliche Position einnehmen wird. Der König Wernemarks, der König Englands, der Kaiser Scharbaniens und ich denke, ich habe noch einige weitere Verbündete, unter anderem der König Polen, der seinen nehmt. Nehmt er sowieso nicht an, Leute. Einen Reich, auch bald wenden wir jetzt. Da würde ich doch sehr gerne den König von England hören wollen. Ja. Da würde ich sehr gerne den König von England hören wollen, zu dieser Angelegenheit. Dann, unter den in der Vergangenheit geschehenen Aspekten. Einen Angriffskrieg, der dazu steht. Gegen seinen Land verbündeten. Den ihr gerade auch gegen uns geführt habt. Ja. Einen Angriffskrieg gegen Frankreich. Gegen einen nicht verbündeten Herrscher. Ein Anspruch, der mir Zustand vom Papst auferlegt. Wie kommen wir denn da? Er steht dem Hause Anschuh zu. Glaube ich nicht. Acht. Das sehe ich anders. Dann sehen wir den Anspruch auf Frankreich anders. So einfach ist das. Aber das Haus England steht noch tief in der Schuld der gesamten Nation Frankreichs. Es ist ja nicht nur so, dass mein Vater für England eingetreten ist. Tausende Franzosen sind für England gestorben. Tausende Franzosen haben ihr Blut gelassen für Engländer. Wo es vorher nicht einmal Beziehungen gab, vorher kein Bündnis. Wir wurden angefleht um ein Bündnis. Tausende Franzosen gingen nach Norden. Nur wenige kamen zurück. Und dafür haben sich die Engländer aus diesem Kriege herausgehalten. Doch einen Angriff auf ihren Verbündeten. Aber das soll der englische König entscheiden. Nun gut, ich möchte hier für den Frieden sprechen. Es ging nicht darum, mit Krieg zu drohen. Ich wollte ein gutes Geschäft schließen erneut, aber leider sind die aus dem Hause Pendragon offensichtlich nicht für gute Geschäfte zu haben. Es scheint so. Nicht, wenn es um mein Volk geht. Euer Volk wird als Angestellter der Bank von Anjou es sehr gut haben. Als Bank angestellt. Also solange der Französische König mit Aggressionen droht Ihr habt uns angegriffen. Möchte ich nicht. Ja, aber dieser Krieg ist vorbei und jetzt seid ihr der Kriegstreiber. Ihr meint, wir sollen das jetzt hinnehmen, werter König. Wir wurden angegriffen, wir haben gewonnen. Jetzt ist alles in Ordnung, oder? Mein Anspruch ist Es gibt keinen Grund mehr, dass ich den französischen Thron attackieren werde in Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr dieses Spiel weiterspielen wollt, dann ist das euch überlassen. Doch ich hoffe, ich baue auf meine Verbündeten und es wird ein langer und kostbarer Krieg. Es wird ein langer und kostbarer Krieg. Ich möchte jetzt Frieden. Ich möchte jetzt Frieden und keinen Krieg mehr. Wir wollen vorher Frieden haben. Ich möchte das einmal noch doch, bitte. Wir können das auch gerne unter vier Augen durchsprechen und vielleicht finden wir eine Lösung. Ich möchte das deutlich an Spanien und auch an England richten. Wir wollten keinen Krieg. Wir wurden angegriffen. So steht es im Camelot. Kriegstreiberei. Und nun wollten wir nach wie vor gerne friedlich die Britannien. Wenn ich als schüchterner König von England dazu etwas sagen dürfte, es ist natürlich schon so, dass ihr durch das Erzwingen eurer Forderungen schon signifikante Reparaturkosten von dem Herrscher von Camelot 1.000 Gold war es. Hier muss ich als Geschäftsmann einhaken. Der Krieg hat vielleicht 5.000, 6.000 gekostet. 1.000. 6.000 bis 7.000 hat er gekostet. Jawohl. Wenn er denn in großen Stile Geld ausgibt, dafür kann ich doch nichts. Das sieht Spanien übrigens genauso. Es war tatsächlich seine Entscheidung. Sölden anzuheuern. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ein Krieg nicht zwangsläufig einen weiteren Racheschlag danach hervorbringen muss. Denn schon allein damit, dass der Herrscher von Camelot euren Forderungen zugestimmt hat und einen Frieden eingegangen ist, sind ja schon... Naja, nee, nee, nee. Bitte. Forderungen zugestimmt. Das war eine reine Kapitulation. Der Krieg ist verloren gegangen. Ihm blieb nichts anderes übrig. Richtig. Also, kapituliert. Das ist jetzt kein Wohlwollen gewesen, sondern es fehlte nur noch ein, zwei Burgen. Ich würde gerne den französischen König unter vier Augen sprechen. Sehr gerne, aber natürlich. Nun gut, aber ich will nochmal betonen, mein Angebot war ein geschäftliches. Ich bin nicht im Streit mit denen aus dem Hause Pendragon. Ich wollte einen guten Deal machen. Ich werde mich mit meinen Beratern beraten und vielleicht komme ich ja auf diesen Deal zurück und vielleicht können wir ja... Ich bin auch Geschäftsmann, also... Vielleicht ist es auch in der Zeit, der... Ich spreche jetzt nicht an den französischen König, es geht jetzt nur an die Bank. Nur an die Bank. Und ich möchte auch nicht, dass der französische König bei diesen Verhandlungen mit der Bank zugegen ist, ansonsten... Na gut. Der hat nicht... Ich möchte noch was anderes diplomatisches auf den Tisch bringen und zwar die vollständige Dezimierung Portugals. Portugal hat uns alles unten weggenommen, alles, wirklich alles und... Und warum? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns zu begleiten auf einem Rachefeldzug, der tatsächlich dieses Mal nicht mit den Fleischschwertern ausgetragen werden kann, auch wenn ich es probiert habe, sondern mit den Waffen. Und Aquitanie schreit nach eurer Unterstützung, Portugal abzumetzeln. Bis auf den letzten. Meldet euch bei mir, wenn ihr bereit seid. War kein Scherz. Aber warum? Warum sollten wir das tun? Weil sie uns alles weggenommen haben. Was haben sie euch denn weggenommen? Sie haben dafür gesorgt, dass mein Anspruch auf den aquitanischen Königstron, den ich innen hatte, verloren war. Sie haben unsere gesamten Länder reinbesetzt. Sie haben unsere Kriegsstreitmächte dezimiert. Sie haben unser Einkommen beschränkt. Das hört sich alles wahnsinnig traurig an, aber was geht das dem König von England an? Der Kaiser kann sich gerne mit mir zurückstehen in einen Extraraum. Also, wie gesagt, lieber Herzog Teddard, ich sage das, was mein Vater schon immer gesagt hat, macht es zu meinem Problem. Momentan ist es nur eures. Ich darf übrigens meinen Neffen auch nochmal daran erinnern, dass er ja auch Mitglied unserer Familie ist. Ich weiß, deswegen sage ich ja, macht es zu meinem Problem, sonst ist es ihres. Also, ich möchte nur mal kurz dazwischenreden hier aus dem Heiligen Röme Streit. Können Sie Ihre diplomatischen Aktionen in irgendwelchen Gefäden außer in unserem Herrschaftsgebiet durchführen? Aber ihr habt so schöne warme Hallen. Ja, ich halte es ja auch gut, außerdem bin ich eine heiße herzugehen. Genauso warm wie eure Frauen sein werden, wenn ich mich mit ihnen beschäftigt habe die nächsten zwei Stunden noch. Danke. Ja, das ist meine Aufgabe. Aber die spanische Inquisition hat noch gar nicht angefangen. Die spanische Inquisition war gestern. Die Inquisition meines Gemächts ist heute. Jetzt mal alle, die hier nicht hergehen, raus jetzt, sonst kick ich euch eigenständig aus diesen Hallen raus. Gut, schaffern Sie die Leute in ihre Hallen. Ich bitte weg. Spanische Inquisition, als einer der Vertreter der Religion, lache ich nur darüber. Wie sieht denn die Inquisition bei Ihnen aus? Inquisition sieht bei uns so aus, dass jeder so viel Spaß haben soll, wie man nur haben möchte. Fürchterlich. Da lacht man sich tot gewissermaßen. Ja, das ist ja qualvoll. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Gibt's aber auch Ketten? Wenn man will. Oh. Es ist auch die Perversion nur verböhnend in unserer Religion. Wissen Sie, ich bin jemand, der relativ mal unter uns gesprochen, unter uns sechs Augen Sadismus ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Wer bin ich, dass ich darüber urteile? Das ist die Stärke unseres Glaubens. Wir urteilen nicht über die Wünsche und Gelüste unserer Mitschwester und Brüder. Ich bin immer noch angetan. Gäbe es eine Möglichkeit, in Verhandlungen zu treten und auf Ihr Angebot zurückgekommen. Wir haben uns beraten und ich würde gerne eine Audienz bei der eigenen Bank sagen. Ja, gerne. Kutscher, man möge uns in unsere Beratungssäle bringen. Selbstverständlich. Danke sehr. So, also, ich habe ja einiges an Schulden auf meinem Konto und einiges an Schulden auch auf dem Konto bei ihrer glorreichen Bank. Die gilt es zu begleichen, möglichst bald und ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Ja. Ich bin im Besitz eines berühmten Buches, ein Artefakt, das Buch der dänischen Ritterlichkeit. Außerdem besitze ich auch eins der Ex-Kalibur-Schwerter. Vermeintlich das echte, aber ich habe auch höheren mit mir zu oben gekommen, dass es noch ein paar weitere davon gibt. Inwieweit kann ich denn mit diesen beiden Artefakten erste Schulden bei ihrer Bank begleichen? Inwieweit? Ich dachte, wir sprechen über Geschäfte, also, welche Schulden eigentlich? Am Anfang es gab knapp 450 Gulden an Kriegsschulden, die ihr mir als Kredit ausgezahlt habt und die ich gerne begleichen möchte. Ja, aber da bin ich mal ehrlicher Banker, das empfand ich nicht als Schulden. Das war ja eine Bonuszahlung, so möchte ich es bezeichnen, dass ihr wohl getan habt, indem ihr unsere Burgen nicht angegriffen habt. So war es doch vereinbart. Okay, dann würde ich ganz gerne diese beiden Artefakte verkaufen, falls ihr Interesse habt, um meinen Schuldenberg etwas zu schmälern. Ich fürchte leider, der Artefakthandel hat sich als nicht sehr lukrativ erwiesen. Oh, okay, ist klar. Insofern, ich würde tatsächlich auch Artefakte kaufen, wenn sie unmittelbaren Nutzen für die Bank selbst haben. Aber die wenigsten Artefakte haben das und ich habe schon ihre prüfen lassen. Sie betreffen nur Kämpfer oder ähnliches. Das sind Dinge, an denen wir selbst kein Interesse haben. Krämer kann ich damit nicht beeindrucken. Ja, insofern schade drum. Ich kann nur noch mal sagen, also ein Geschäft über die Britannien, da würde ich zur Verfügung stehen, aber alles andere. Wie sähe dieses Angebot denn aus? Geld gegen Land. Ganz einfach. Von welcher Summe würden wir dort sprechen? 2000. Das ist wohl wahr ein gütiges Angebot. Gebt ihr mir einige Tage Bedenkzeit? Selbstverständlich. Es gibt keine Eile. Dann werde ich an gegebener Zeit und hoffe bald auf ihr Angebot zurückkommen. Vielleicht gibt es ja noch andere Ambitionen, die damit finanziert werden können. Ich werde mich beraten. Vielleicht auch mit weiteren Krediten. Okay, gut, ja, überlegen Sie sich das gut. Bis bald. Ja, dann bringe ich die zurück nach Frankreich. Vielen Dank. ...person jedoch nicht diesen Spaß miterleben kann, dann geht das nicht. Und wenn ich die Mundwinkel nach oben ziehe, dass die Person lacht? Nein. Aber ... Nein. In aller Wahrscheinlichkeit nein. Ich merke, ja. ja, wir haben einen neuen französischen Religion. Es gibt einen neuen König. Nicht schlecht. Wo ist eigentlich der König? Ich habe ihn lange nicht mehr gesprochen. Ich glaube, der ist gerade im Gespräch mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches verreckt. Ja, er könnte ein Bote mal dorthin eilen und noch mal daran erinnern, dass die unglaublich wichtige Provinz Ö nicht ist schon wieder da. Der Leichnam von König Reichardt nach Frankreich zurückgeführt wird, nachdem er leider bei positiven Gesprächen mit dem Heiligen Römischen Reich von uns gegangen ist. Dieser feige Angriff auf Frankreich und die Familie Rätel hat ihn in den Tod gezwungen und nun wird König Roland der Zweite ein starker stolzer Mann aber auch ein Diplomat ehrlich und fleißig eine Mischung aus vielen Vorvätern das Reich führen. Aber er muss viel erledigen. Ich darf aber noch sagen, so hat es mir der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich gesagt, dass eine Lösung gefunden wurde für EU. Ihr habt gerade darüber geredet, wenn ich richtig sehe. Ja, in der Tat, ja. Ö, entschuldigt. Wir haben eine Lösung dafür gefunden und zwar seid ihr des Problemsrätsel Lösung. Entschuldigt, ich muss mich noch an die neue Königswürde gewöhnen. Ihr seid das Rätsel Lösung. Und zwar hat mein Vater veranlasst, dass unser Hof ein sehr prächtiger wird. Dementsprechend erteile ich euch nun den Auftrag, offiziell als Ratsverwalter Frankreichs, das Dejure Territorium zu überzeugen und innerhalb von sechs Jahren Frankreich zuzuführen. Ich habe da vollstes Vertrauen in euch, dass das funktioniert, aufgrund eurer Pflichten als Ratsverwalter. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist aber ein sehr teures Vergnügen, um ehrlich zu sein. Ist das so? Naja, ach nee, der Verwalter... Also ihr müsst nichts tun, ich habe das in Auftrag gegeben. Okay, alles klar. Ja, 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 ich verstehe schon. Ihr seid nur der Ausführende in Form eurer Rolle. Ich verstehe schon, ich dachte, mein Verwalter müsste irgendwas tun. Nein, 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 darum kümmern wir uns natürlich. Also ihr euch persönlich. Okay, aber wie sieht es allgemein aus mit der diplomatischen Lage? Wird zukünftig der Kaiser an unserer Seite kämpfen, falls es nochmal zu einem ähnlichen Vorfall kommen sollte? Ja, 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 der Kaiser, wir wollten, jetzt das Problem ist, wir hatten ein Bündnis geschlossen, wir haben eine Heirat gemacht und ich bin gestorben. Während den diplomatischen Verhandlungen, wo wir das Bündnis geschmiedelt haben, ist er an Altersschwäche, an Gebrechen gestorben, dementsprechend ist momentan kein Bündnis vorhanden, aber der Frieden wird gewahrt. Können wir ein neues Bündnis nun schließen? Ich bin jung, ich bin stark als neuer Herrscher, ich werde noch viele, viele Jahre über Frankreich herrschen. Ich habe eine Schwester, die nicht verheiratet ist und ich habe einen Bruder, der nicht verheiratet ist. Meine Tochter könnte ich euch anbieten. Euch als König, wenn ihr möchtet. Das würde die Bande, das wäre die absolute Heirat hin und her. Ja, ich muss natürlich gestehen, um ehrlich zu sein, dass ich durchaus auch eine andere Partie im Sinne des Reiches brauche, die mich unterstützt. Könntet ihr euch auch vorstellen, meinen Bruder Georg zu heiraten? Er ist auch noch jünger für eure Töchter. Eure Tochter ist, glaube ich, vier Jahre alt, er ist 15, dann wäre der Altersunterschied auch nicht so groß. Um den Frieden zu wahren, können wir das machen. Wie bitte? Um den Frieden zu wahren, könnten wir das machen. Ich hätte eine 42-jährige Schwester sonst noch. Dann nehmen wir doch die Prinzessin Bercht. Ich glaube, das passt. Darf ich kurz? Ich muss einmal kurz dazwischen Bote Platonius hier. Zwar habe ich eine Nachricht vom König von Portugal, der meine Audienz beim König von Frankreich bittet. Okay. Bevor der König von Frankreich abreißt, will ich ganz kurz mal eine kleine Bilanz ziehen oder eine kleine Aufrechnung der Kredite kurz vorführen. Es sind neun Kredite A 205 oder 6 ausgezahlt worden. Das macht 1.854 plus die 600 Gold vom spanischen König plus Zinsen wären 3.000 Gold, die irgendwann demnächst, wenn es möglich ist, der Bank zurückgezahlt werden müssen. 3.000 Gold natürlich. Das werden wir sehr gerne machen. Sie sind ja auch ehrlich und fleißig. Da habe ich keine Sorgen. und das Einkommen des Landes. Wir müssen jetzt natürlich erst mal hineinwachsen in unsere neue Rolle. Wir hätten nicht gedacht, dass wir schon so schnell in diese Rolle kommen. Wir hätten gedacht, dass unser Großvater, die noch länger macht, er hat so lange auf den Thron gewartet. Mein Urgroßvater hat so lange geherrscht. Ich glaube, über 60 Jahre. Ja, wir können uns gut erinnern. Ich wollte nur noch eine Sache erwähnen. Es sind auch Ratenzahlungen möglich. Es muss nicht in einer Summe bezahlt werden. Also immer mal, wenn man mal an dem Hof oder dem Hof ist, mal eine kleine Unterschrift leisten und weg mit dem Brief. Das ist eine gute Idee. Dann fangen wir doch schon mal vielleicht mit den ersten Ratenzahlungen an. Das ist schon mal, denn ich habe das übernommen von meiner Mutter, von meinem Vater, Großvater, Urgroßvater, dass das Haus Rätel stets zur Schuld begleicht. Ich kann in 150er-Goldschritten starten. Ja, wunderbar. Wir werden das abheffen. Heute Nacht ist Sturm angesagt. Mögen Sie bitte mir folgen. Sonst wird Kutsche den Sturm nicht überleben. Oh, kleinen Moment. Da kommen Sie nicht rechtzeitig in Portugal an. Ja, ich werde noch ein zweites Geschenk vollführen. Das haben wir getan. 300 Gold sind beglichen und jetzt schickt mich gerne nach Portugal. Sehr gerne. Ja, nur noch 18 Geschenke. Wenn ich mal fragen darf, wie geht es denn so den anderen Fürsten in diesem, äh, in diesen Gefilden? Ich bin kein Fürst, sondern nur Monsieur Le Directeur, aber mir geht es hervorragend. Kriege sind gut fürs Geschäft, hatte ich das schon mal erwähnt, selbst wenn Soldaten sogar an der Bank vorbeiziehen. Wir grüßen. Frieden ist auch gut fürs Geschäft. Frieden kann auch gut sein fürs Geschäft, aber nicht ganz so gut wie Kriege. Kommt ein bisschen darauf an. Fakt ist, man kann auch im Frieden nach dem Krieg dran verdienen. Ja, auch das ist eine gute Gelegenheit, aber die Voraussetzung ist der Krieg. Insofern bleiben wir bei der Wahrheit. Das stimmt. Ja, aber wie geht es Ihnen? Danke der Nachfrage. Werte O'Linde. Nun, ähm, ähm, Kaiser Nexus, mein lieber Kollege. Ja. Habt ihr Zeit auf ein Wort? Natürlich. Dann möge uns ein Kutscher bitte in ein Separee bringen. Wen jetzt nochmal? Äh, mich den anderem Usupator. Werter kommt zurück, der Usupator kommt zurück. Werte Herrschaften, werter König Olaf, ich sehe, ihr seid ein bisschen im Geldproblem. Kann ich helfen? Der König Olaf denkt darüber nach, ist zur Zeit zum Glück nicht im Geldmangel. Zum Glück ist noch etwas übrig. Ich, ähm, naja, okay, gut. Es geht schwerer, als man denkt. Letzten Spesen. Sie machen das schon. Ich sehe es schon. Ich versuche es. Ich habe zum Glück noch ein paar Gefangene. Die werde ich natürlich erst mal. Denken Sie nur daran, dass Überweisen von Krediten dauert, weil es nur in 150 Goldstücken möglich ist in unserer Welt. Aber Sie machen das schon. Viel Erfolg. An die Eiserne Bank, sobald der Krieg hier oben in Irland vorbei ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Okay. Das Geld könnte man natürlich im Krieg auch schon benötigen, aber gerne. Bis gleich. Bis da. Aber die Männer auch. Okay. Ah, die wollen die Sachen unter sich machen. Im Norden. Seltsame Menschen. Nun, ähm, ich wurde gerade in meiner Ausführung unterbrochen. Also mir geht es bescheiden, denn während wir uns unterhalten haben, ist ein Krieg für mich nichtig erklärt worden, weil mein Anspruch zerfallen ist und somit auch erst mal die Erschaffung meines Königreichs. Oh, wie traurig. Also keine Kredite, umso trauriger. Dass die Frage wäre, würden Sie auch Artefakte erwerben? Ja, da muss ich leider sagen, das Artefaktgeschäft hat sich leider weitaus schlechter entwickelt, als ich dachte und deutlich schlechter als das Kreditgeschäft. Insofern kaufe ich auch Artefakte, aber nur, wenn sie der Bank direkt nützlich sind. Was wäre denn ein der Bank nützliches Artefakt? Zum Beispiel, wenn es die Verwaltungserfahrung steigert. Die Verwaltungserfahrung steigert? Dann lassen Sie mich mal kurz kramen. Warten Sie einen Moment mal. Das ist aber auch wirklich alles... Ich glaube, ich schicke mal meine Prüfer mit direkt und schaue mal. Ja, ich habe leider nur Artefakte, die ihre Herrlichkeit erhöhen. Zum Beispiel ein Tongefäß. Das ist nicht näher definiert, es hieß einfach Tongefäß laut meinem Hof. Es sieht aber ehrlich gesagt aus wie ein dreckiger Stein vom Hof. Nein, das ist definitiv ein Artefakt. Nun gut. Ja, aber der Klerus, ich weiß auch gar nicht, warum der Klerus so abfährt auf dreckige Steine. Nee, tut mir leid. Dir ist doch alles heilig. Über diesen Stein soll der Prophet höchstpersönlich gestolpert sein. Ah, ich sehe gerade, er soll angeblich von der heiligen Städte von Köln stammen. Nun gut. Ja, leider, aber ich... Es kann sein, dass später aus diesem Stein vielleicht ein Dom entstehen könnte. Hm. Ein Grundstein, so würde ich ihn nennen. Okay, das überzeugt mich nicht, ich will keinen Dom bauen, aber, ja, ich habe mir, ich habe die Prüfer losgeschickt, aber leider, es gibt nichts wirklich Interessantes dabei. Es tut mir sehr leid. Ich hätte allerdings noch eine Schatulle. für den Stein zum Beispiel, da macht er sich besonders gut drin. Kann man wenigstens in diese Schatulle hineingucken? Ja, naja, natürlich kann man hineingucken, also wenn man sie öffnet. Also, die Idee ist, die Idee ist, wenn Gäste kommen, dann kündigt man etwas ganz Großes an und führt sie zu der Schatulle, dann öffnet man sie und dann wird der Stein sichtbar. Okay. Der Effekt ist viel größer, als wenn er da auf einem Podest liegt. Ja, sie wollen mir also eine Schatulle geben, in die ich nur hineingucken kann, wenn ich die Box aufmache und da soll ich meinen Stein reinlegen. Richtig. Das ist gewissermaßen Schrödinger Stein dann. Ah, wie viel wollen sie denn dafür? Mein Herzogtum? Es gibt, also, die Mindest, die Mindestzahlungshöhe ist hier 150. Ist schon ziemlich reizvoll für die Schatulle. Ich werde mal intensiv in mich gehen und eruieren. Ja, ich will sie aber fernishalb darauf hinweisen, dass die Schatulle sich schlecht macht, wenn man keinen Hof hat. Also, den anderen Hof, nicht wahr? Aber ich habe selbst auch keinen Hof und ich liebe die Schatulle förmlich. Aha. Das klingt interessant, ja. Nun, zumindest an meinem Hof findet man Artefakte. Das ist, also, den Bauernhof anscheinend. Ja, ja, genau. Steine und so. Also, da dreht, da schließt sich der Kreis gewissermaßen. Der Stein vom Hof in der Schatulle am Hof. Großartig. Da schließt sich die Schatulle förmlich. Ich merke schon. Ja, wir verstehen uns. ich merke, dass er auch. Ja, ich überlege nochmal und sollte die Sonne noch einmal stillstehen am Himmel, dann werde ich nochmal auf sie zukommen. Es wird passieren. Ich bin mir da ziemlich sicher. Das ist voll geredet davon. Ich hörte, ja. Ist, oder hat der Herzog Jean-Jacques Zeit? Monsieur le Direkteur. Monsieur le Direkteur? Selbstverständlich. Für meinen König habe ich immer Zeit. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Muss auch nicht unter vier Augen sein. Ist eine geschäftliche Angelegenheit. Und zwar wollten wir erfragen, ob wir einen Teil unserer Goldschulden in Form von Land bezahlen können, in Form einer Grafschaft, die wir euch überschreiben. Weitere Einkünfte für euch, für die Zukunft langfristig gesehen, ist natürlich sehr wertvoll. Aber eine Grafschaft hat tatsächlich nur einen Wert von 150 Gold. 100? Wirklich? So wenig? Ja. Können wir euer Land abkaufen? Grafschaften gibt es wie Sand an Meer. Nee. Das ist ja spannend, wie billig ihr das seht. 150, eine Grafschaft. Können wir nicht 300 daraus machen? Weil wir euer König sind. Wegen den guten Beziehungen. Nun gut, ich prüfe kurz mal die... Es wäre auch eine Grafschaft an eurer Grenze, natürlich. Die territoriale Situation hier. Aber wäre es Saint-Geret, um das es geht. Ja. Aus südöstlichen Grenzen. Dort ist noch sehr viel möglich. Es gibt auch schon Weiler dort, Getreidehöfe. Die Bauern bringen sehr gutes Geld dort ein, habe ich gehört. Ja, ich will ganz kurz eine Sache mal prüfen. Natürlich in aller Ruhe, in aller Ruhe. Ja. Wie das denn mit dem dazugehörigen Herzogtum aussieht. In diesem Falle würde ich sogar, wenn wir darüber reden, zwei Grafschaften ins Spiel bringen. Für 600 Gold. Montagis noch, oder? Ah, warte mal, das ist, ach so, das wäre eine Vasallenübergabe. Orléans? Ja, Orléans. Gut, aber da das dann natürlich keine direkte Grafschaft wäre, wäre ich dann bei 450. Das heißt, die Übergabe des Vasallen Orléans und die Grafschaft, von der Sie eben gesprochen haben, wären 450 wert. Das ist aber natürlich nur ein Preis für den König von Frankreich. Ansonsten sind die Geschäftsbedingungen andere. Ich würde gerne auf das Ursprung, also ich würde gerne die Grafschaft erstmal lediglich verkaufen. Sange Chère für die 300, wie geplant. Über Orléans können wir vielleicht in Zukunft nochmal sprechen. Da muss ich mir erst einmal noch diesen Graf Henri genauer anschauen. Ja, sonst kann es auch gerne Chartre sein oder so. Es geht eher nur darum, dass damit das Herzogtum von Orléans selbst zu schaffen wäre. Äh, ist mir egal. Es kann Graf Joffrey sein oder Graf Henri. Ja, und was wäre mit noch der Grafschaft Montagy, die uns selbst gehört? Das ist Teil von Orléans, dem Herzogtum. Ah, ist das? Oh, das hatte ich nicht gesehen. Ja, perfekt. Dann wären wir bei 600. Ja, Montagy für 600. Ja, das ist doch ein Geschäft. Können wir machen. Dann haben wir doch jetzt ein glorreiches Treffendes Geschäft gemacht. Dann schauen wir doch mal hier, Herzog Jean-Jacques Eiserne Bank. Ich kann der Eiserne Bank vertrauen. Ich weiß ja aus der Vergangenheit und auch für die Zukunft, dass sie keinerlei Bestrebungen hat, höhere Titel noch zu haben als das eines Herzogtums und deswegen traue ich da auch euch so viel, ich sage mal Verantwortung und Macht auch zu geben. Selbstverständlich. Der Wetter, Herr Steinwein, beziehungsweise die Eiserne Bank. Ich würde ganz gerne wieder in Verhandlungen treten. Wir haben uns beraten und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Ja, gerne. Wollen wir einen extra natürlich in einen Verhandlungsraum gehen. Sehr gerne. Dina, mögt ihr uns in die Verhandlungszelle führen? Jawohl. Sehr. Eine Verhandlungszelle? Gehen Sie nicht mit, Herr Direkteur. Es ist meine eigene. Also, genau, das Angebot stand ja im Raum von 2000 Gulden im Gegenzug, dass ich euch die Bretagne überlasse. Ja. Ich bin diesem Geldsegen nicht abgeneigt. Ja. Dennoch wurde seitens meiner Berater noch ein Alternativplan ausgearbeitet, den ich einmal vortragen würde oder mal vorstellen würde und dann hätte ich noch bezüglich, also einfach nur um zu gucken, ob das überhaupt auf fruchtbarem Boden hier fällt, wurde mir zugesandt ein Schreiben und zwar ein Vorschlag und zwar, dass ich in Zukunft alle Aktionen der Bank, sowohl politisch als auch militärisch, unterstütze, quasi wie so eine Art Söldnerarmee anscheinend fungieren soll, wurde mir aufgetragen, das vorzugeben. Dazu würde ich zum Zeichen des guten Willens ein paar Grafschaften abgeben der Bretagne, könnte auch über die Hälfte der Bretagne sprechen zum Beispiel und im Gegenzug würden mir halt sämtliche Schulden und die, also die aktuellen Schulden, die ich habe, erlassen. Das heißt, wenn wir von der halben Bretagne sprechen, die hätte ja einen Wert von 1.000 und sage ich mal, meine Dienste als Vollstrecker der Bank würde ich mit 500 Gold betiteln. Also das wären dann 1.500 Gold und die Hälfte der Bretagne würde ich abgeben, falls das nicht auf fruchtbarem Boden fällt, würde ich ganz gerne den Preis der Bretagne noch ein bisschen hochdrücken. Ich habe gehört, er hat sehr viel Geld und ich liebe Geld. Ich bin fasziniert von großen Geldhaufen und deswegen hätte ich ganz gerne als Verhandlungsbasis würde ich jetzt eine überzogene Summe von 4.000 in den Raum werfen auf Verhandlungsbasis. Das ist in der Tat eine leicht überzogene Summe. Ihren ersten Vorschlag, das kann ich gleich sagen, den verstehe ich auch gar nicht richtig, weil die Bank benötigt eigentlich diesen zusätzlichen Schutz nicht, den ich zugeben muss. Dann würde ich dir nicht vergüten lassen. Dann würde ich das einfach nur in den Raum stellen und anbieten und für 1.000 Dukaten die Hälfte der Bretagne. Ja, aber halbe Sachen macht die Eiserne Bank in der Tat nicht. Es geht um den gesamten Anspruch, das gesamte Herzogtum und ja, da müssen wir einen Preis für finden. Was ist das Gegenangebot zu den 4.000? Also, was natürlich mit einhergehen müsste bei jeglichem Kauf, wäre natürlich die feste Zusicherung, dass es damit ein, sozusagen, dass jegliche Gebietsansprüche auf, nicht nur auf die Britannien, sondern auf ganz Frankreich damit auch ebenso abgegolten sind. Ich meinte, die Ansprüche sind ja sowieso im Krieg verloren gewesen, aber es blieben ja Ansprüche an die Britannien übrig. Insofern, das Problem an dieser Sache ist natürlich, ich gebe euch sehr viel Geld in die Hand. Mit diesem Geld könntet ihr problemlos erneut wieder eine große Armee finanzieren, um die Britannien zurückzuerobern und dann würde ich natürlich ziemlich dumm dastehen. Das stimmt natürlich, das stimmt. Da würde ich natürlich dann ein Schreiben aufsetzen, an das ich mich mit Eid halten werde oder schwebt euch eine andere Sicherheit vor? Ja, am Ende sind solche Geschäfte natürlich immer nur Ehrengeschäfte. Ich denke auch nicht, dass ich die Stärke besitzen würde, da das Gebiet natürlich dann unter dem Schutze des französischen Königs stehen wird und dieser mir finanziell, wie er mir gezeigt hat, überlegen ist, Gold biegt Stahl, wohl war die Aussage, wie sich gezeigt hat. Das Haus Rätl hat ihren Anspruch oder seinen Anspruch, das Land zu verteidigen, gezeigt. Ich denke nicht, dass ich stark genug wäre, um das Land zurückzufordern, aber jenseits dessen würde ich halt ein Versprechen abgeben und ein eher Versprechen wäre es in dem Fall, mehr kann ich da nicht bieten. Okay, gut, dann lassen Sie uns über den Preis nochmal sprechen. Also, ich sage mal zweieinhalbtausend. Zweieinhalbtausend. Besitzt ihr denn noch Artefakte? Ja, ich besitze noch Artefakte unter anderem. Ich will, dass ich hier reinplatze, bevor der gute Sternwein anfängt zu reden. Ich musste mal gerade pausieren. Leute, ich habe gerade eben vorhin einen Krieg geführt und habe mega viel Aufwand betrieben und aus irgendeinem Grund, ich glaube, das Ereignis war irgendwie abgelaufen oder sonst irgendwas, hat sich jetzt hier aus diesem Krieg, den ich eben durchgeführt habe, einfach wieder so ein eigenes Reich gegründet und so und ich weiß, das ist mega nervig, da jetzt so einen Aufstand zu machen. Haben wir einen Safestand zurückspringen? Haben wir einen Safestand, auf den wir gerade zurückspringen können, weil das war mega aufwendig, dass halt auch während das lief kommen ja noch immer irgendwelche weiteren Events und es wäre total nett, wenn du das mal überlegen und Wägung ziehen könntest. Ich würde sagen, dass du einmal rumgehst und das mit allen besprichst. Der 1. Mai, also 25 Tage wären es dann, die wir zurückspringen könnten. Oh, das wäre perfekt, ja, ich frage mal. Dann lasse ich die Pause jetzt noch so lange drin und so die Störung. Alles gut, alles gut. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei zweieinhalbtausend? Bei Artefakten. Ja, bei Artefakten. Ja, in der Tat, es gibt Artefakte. Es gibt unter anderem eine wunderbare Schatulle, die Ihnen bekannt vorkommen müsste, die Truhe der Pendragon-Dynastie. Ja, wo war ich, kann mich erinnern, in Stand 1 in den Hallen meines Vaters. Darüber hinaus gibt es zwei Marmor-Zepter, meisterliche Schmuckstücke. Ihr könnt die Artefakte auch selbst betrachten im Übrigen, wenn ihr auf meinen Charakter geht und den Inventar schaut. Ah ja, stimmt, genau. Also, die beiden Marmor-Zepter, die bringen Bildung, jeweils plus eins. Es gibt eine Tierfigurine, die ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär und eine Krone von gut. Also, ja, es ist eine bescheidene Sammlung, weil das Artefaktgeschäft läuft nicht so und nicht gut. Wie Sie erwähnten, ja. Ich wäre mit 3001 der Artefakten. Wie schaut es denn da aus? Okay, ich würde mich auf 3000 einlassen, aber unter folgenden zwei Bedingungen. Erste Bedingung wäre, die Hälfte jetzt, die andere Hälfte würde ich in monatlichen Raten zahlen, einfach auch um keine Sicherheit zu haben. Auf jeden Fall, kann ich verstehen. Natürlich möchte ich die Bank auch nicht so sehr belasten, dass einweilige andere Finanzierungen darunter leiden könnten. Die zweite Bedingung wäre, dass Sie diesen Eid, sowohl die Britannia als auch Frankreich nicht mehr zu behelligen, öffentlich vor den Königen Europas verkünden. Ja, das finde ich, das ist ein berechtigter Punkt. Ich hätte immer noch eine Bitte, bestände die Möglichkeit, auch wenn Sie dann wahrscheinlich auch der Herzog sind und Sie ja keiner bretonischen Kultur anstammen. Das war ja eins der Wunsch meines Vaters. Können Sie mir denn versichern, dass die Grafen der Britannia unbehelligt bleiben und unter ihrer Führung ihre Kultur weiter ausführen dürfen? Ja, das ist ja ein Grundsatz der Bank. Komplette Neutralität, gerade in Glaubens- und Kulturfragen und vor allem, weil wir gar nicht in der Lage sind, so viele Besitztümer selbst zu verwalten, fällt mir auch diese Zusage sehr leicht. Sie werden sehen, dass wir nur bescheidene elf Grafschaften selber verwalten können und wir besitzen schon zwölf. Zu Ihrer Zusage gilt aber auch dann die Zusage des Königs, Ihres Lebensherren. Können Sie mir versichern, zur Not mit Rücksprache des Königs, dass auch er das Volk unbehelligt lassen wird? Ja, das will ich natürlich kurz mit ihm zurücksprechen, aber da bin ich mir relativ gewiss, dass er da keine Probleme hat. Ja? Dann müssen wir jetzt einmal kurz drüber sprechen, wie das vonstatten gehen soll. Im Endeffekt läuft es so, ihr habt den Anspruch, ihr erklärt mir den Krieg, ich kapituliere. Die Frage ist, vielleicht geht es auch anders, könnt ihr nicht, das Herzogtum ist ja Titel, den ihr nicht selbst trägt, könnt ihr nicht den Basalen an den König von Frankreich übergeben? Titel übergeben? Weil ansonsten würdet ihr natürlich Prestige verlieren bei dieser Kriegserklärung. Geht nicht, sagen meine Berater. Ich glaube, es ist auch, da ich ein Königreich gegründet habe und das ein Teil des Königreichs war, das als Dejure-Land für mich gilt. Und dann kann ich das auch, ich kann ich dann unabhängig machen, das ist jetzt die Frage. Ja, als fremder Herrscher geht nicht. Ja, dann wäre das... Ihr müsst Krieg führen, ich kann auch keine Unabhängigkeit geben, da es ein Dejure meines Reiches ist, kann ich ihm auch keine Unabhängigkeit geben. Gut, dann muss das über den Krieg laufen. Genau. Dann würde ich das kurz mit dem König besprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nichts dagegen hat. Wir können auch gerne das gemeinsam besprechen. Wir können ihn gerne dazu holen, ja. Das könnte ich arrangieren. Ja. Wenn ich einmal mögliche Nachfrage, ob ich ihn ziehen darf. Bis gleich. Ja. Er ist unterwegs. Und da haben wir ihn. Ich grüße euch, ich grüße euch. König Roland ist zugegen. Werter König, wir haben uns auf geschäftlicher Basis einigen können mit dem Hause Pendragon. Und da natürlich das auch vor allem ihr Reich betrifft, wollen wir Sie gerne informieren und fragen, ob das auf Ihre Zustimmung stößt. Und zwar würde es zu einem Kauf kommen, der Bank von Anjou, also ein Kauf der Britannien. Das heißt, die Britannien wird offiziell Teil des Königreichs Frankreichs. Dieser Kauf ist verbunden mit einer Verpflichtung, nämlich dass die Grafen, die örtlichen Grafen der Britannien ihre Kultur frei pflegen können und nicht ausgetauscht werden. Ich als zukünftiger Verwalter... Entschuldigung, dass ich hier nochmal reinplatze. Also ich habe mit den anderen gesprochen. Es hat jetzt keiner wirklich was dagegen. Möp hat sich enthalten und gab noch irgendwie zu verstehen. Also das ist auch ein bisschen so eure Entscheidung. Es geht jetzt auch nur noch eine Stunde, wenn ihr jetzt sagt so, ey, das ist der Aufwand nicht, wir dann machen was auch nicht. Welcher Krieg war das denn? Also welche Gebiete... Nein, das war das Maghreb-Königreich. Ich habe Nordafrika erobert. Und das ist jetzt das Großemirat Kaldun. Achso, warte mal, kann ich dem den Krieg erklären, aber nicht mehr für das Königreich. Das geht jetzt nicht mehr, ne? Ja, das ist halt scheiße. Naja, also entscheidet ihr das. Ich habe damit... Es ist auch in Ordnung, wenn ihr jetzt sagt, das ist zu aufwendig und so, für die Stunde lohnt das nicht mehr. Ich habe damit kein Problem. Wenn man den Möp vorgebracht hat, den würde ich auch verstehen. Gaius, deine Meinung? Ja, also von mir persönlich hätte ich kein Problem damit, dass es am Ende schön ausschaut. Den einen war natürlich, verstehe ich auch gut mit, das ist die Frage, ob es das für eine Stunde sich lohnt. Alles klar, okay, cool. Ja, nee, dann, ich finde, das ist auch ein gutes Argument von Möp, ne? Ja, gut. Ja, okay, alles klar. Tut mir leid, dass es da... Ja, nee, es ist blöd gelaufen, ja. Ich mache Pause wieder raus, ne? Okay, super, danke dir. Danke. Okay, wir waren kurz stehen gelübt, ne? Die Bedingung oder die Vereinbarung ist, dass die Grafen ihre Kultur frei ausüben können. Ich als Verwalter der Britannia hätte nichts dagegen, aber zu Recht hat derer von Pendragon noch gebeten, dass der König auch zustimmt. Im Gegenzug ist noch wichtig, dass die Familie Pendragon öffentlich beeilen wird vor allen Königen Europas, dass sie nicht mehr Frankreich angreifen werden. Weder die Britannia noch Restfrankreich. Das sind alle Vertragsinhalte, sozusagen. Das im Kern. Ansonsten, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt der Akt selbst vollstatten gehen soll, aber das sind im Prinzip alle... Ja, das ist ja hervorragend. Ich meine, ich selbst bin jetzt erst seit kurzem an der Macht und ich habe den Konflikt als Kind miterlebt, wie mein Großvater ihn führte. Und dieser große Krieg, es sind so viele Soldaten gefallen, so viele Leben wurden genommen. Ich selbst bin ein Mann des Friedens, der Diplomatie. Und ich finde, man muss nicht irgendwie rachsüchtig irgendwem hinterher schauen, sondern ich sehe das einen hervorragenden Vorschlag. Ich sehe mal wieder, die Verhandlungen und Verträge haben gegenüber Kriegen obsiegt. Ich stimme diesem Vertrag mit besten Wünschen zu. Und würde das sogar noch erweitern und sagen, dass auch wir als König Roland öffentlich verkünden, dass wir eine Versöhnung mit Camelot, dem Hause Pendragon, sehr gerne anstreben würden. Dass sämtliche schlimmen Ereignisse als in der Vergangenheit angesehen werden und eine diplomatische Zukunft für Europa gesehen werden kann. Wir sagen also sehr gerne Ja zu diesem Vorschlag und werden uns darum kümmern, dass natürlich die Kultur frei ausgelebt werden kann, so wie es meine Großväter berichtet und in den Chroniken aufgeschrieben haben, wie es schon deren Vorschläge war. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, werden wir den ersten Teil der finanziellen Fragen abwickeln und dann müsste es nochmal zu einem öffentlichen Eid kommen. Diese wohlwollenden Worte des Königs würde ich ganz gerne aufgreifen. Und eine Möglichkeit darbieten, meinen zweitältesten Sohn, Prinz Arthus, Ad Uta von Camelot, als möglichen Partner eurer Prinzessin, da sie die Erstgeborene ihrer Hauses ist und aktuell Haupterbel, wäre es ein matrilineare Heirat, um die Zwiste und mögliche Angriffe im Keim zu ersticken, indem wir ein Bündnis eingehen und diesen Handel damit auch auf politischer Ebene besiegeln. Das sind hervorragende Nachrichten. Das kommt sogar einer Idee, die wir haben, sehr gut gleich. Da werden wir in Zukunft vielleicht nochmal auf sie zukommen. Wir würden dem tatsächlich sehr gerne zustimmen. Das Verlöbnis, natürlich matrilinear, würden wir sehr gerne annehmen. Dann mögen die einstigen Streithäuser vielleicht bis zu diesem großen Krieg in Zukunft ein Vorbild für Frieden, Einigkeit und Stabilität in Europa sein. Das wäre mir eine Ehre und euch bald als Schwiegervater meines zweiten Sohnes zu sehen. Dann werden wir uns darum kümmern. Oh, bevor du es annimmst. Oh, das darfst du nicht. Bevor du es annimmst. War nicht matrilinear. Doch, es war matrilinear, aber du musst mir noch den Krieg erklären, ansonsten können wir das geschäftlich ablösen. Oh, achso, das musst du offiziell, ja. Bevor mir jemand gemeine Winkelzüge nachsagt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das kann ich aber auch machen. Das heißt, ich müsste offiziell, das geht nicht anders, oder? Das kann ich machen. Ah, stimmt, Steinwallen. Ja, genau. Ah, stimmt, Steinwallen, du kannst mich angreifen. Ich habe den Anspruch. Ich habe auch den Anspruch. Ja, das, ich glaube. Okay, gut. Also, dann kommt jetzt die Kriegserklärung. Soll ich dir die Kapitulationserklärung oder machst du das selbst? Ich kapituliere. Und ich glaube, du hast das schon bekommen von mir, oder? Oder muss die Zeit machen? Weil das sage ich, kannst du mal kurz fragen, bist du Ranger? Ja, genau. Okay, jetzt, 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 jetzt. Nee, passt schon. Okay. Ist sie angekommen an einem Tag? Okay. Wunderbar. Okay. Gut gelaufen. Ach. Dann würde ich sagen, vielleicht rufen wir die anderen zusammen. Äh, wer will. Ich meine, wir können weiterlaufen lassen. Ich würde sagen, der erste Teil des Geldes sollte jetzt... Ja, natürlich, selbstverständlich. Das dauert halt. Ich lege los. Gut. Dann würde ich die zwei, genau, mit Ranger erst mal abklären, ob Ranger, was Ranger für ein Problem hat. Genau, und danach vielleicht noch eine kurze Unterredung. Ich würde gerne noch mit dem Kaiser des Heiligen Romischen Reichs sprechen und mit Ihnen, König von Camerlod, bevor diese offiziellen Verkündungen kommen. Wir haben nämlich auch noch eine Idee, die vor kurzem entstanden ist, die wir offiziell gerne verkünden wollen. Das passt jetzt sehr gut da rein. Ist klar. Dann werden wir das machen. Und ich werde noch das Verlöbnis jetzt annehmen, nicht wahr? Ja, genau. Das Verlöbnis sehen wir an. Damit ist es besiegelt. Politisch besiegelt. Landtechnisch ist es besiegelt. Finanziell wird jetzt daran gearbeitet, dass es vonstatten geht. Damit ist dieser Teil... Wunderbar. Geschichte. Wortwörtlich. Sehr gut, sehr gut. Dann müssen wir drauf warten, dass Ranger halt antwortet, glaube ich. Warum er Pause hat. Ja, dann schauen wir doch mal, oder? Ist ja Kutscher nicht gerade losgezogen? Nee, der ist noch hier. Kutscher, kannst du... Wir können sonst auch... Wir können auch sonst in die Kanäle erst mal gehen. Wenn ja, wenn die 1500... Ich gehe mal mit in den französischen bei euch erst mal mit rein, wenn es in Ordnung ist. Ranger ist sowieso hier. Walasarus fragt, bitte. Ranger, gab es einen Grund, warum du pausiert hattest? Äh, nein. Okay, gut. Genau, können wir weitermachen. Und ist der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs für eine kurze, schnelle Unterredung da? Ja. Dann gerne in einem privaten Raum. Und vielleicht möge sich der König von Kemalov bereithalten. Ich würde ihn dann gerne vielleicht in Kürze diese Unterredung dazu holen wollen. Ja. Sehr schön. Der Kutscher, bitte den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und den König von Frankreich in private Gemächer geleiten. Jawohl. König von Frankreich. Ich will nur an dieser Stelle anmerken, Sie haben... Okay, dann verschwindet er. Dann werde ich Ihnen den Krieg erklären. Er spricht nun auch mit einem König, der ein wenig mächtiger sein kann als er. Ich will das nur anmerken. Eine Königin meine ich. Eine Königin. Das bin ich. Glaube ich. Ich will das nur anmerken. So, das war jetzt etwas mehr als die erste Hälfte, die vereinbart war. Korrekt. Da wird die zweite Hälfte ratenweise wie versprochen oder wie besprochen überwiesen, nachdem ich das Gelöbnis ausgesprochen habe. Genau. Also, genau, ratenweise. Ja, so machen wir das. Habt Dank. Die Eiserne Bank ist ein lohrreiches Haus und ja, auf weitere Geschäfte. So sehe ich es auch. Und auch eine gute Führung der Ländereien in der Bretagne. Ja, jetzt müssen wir erst mal die Grafen beruhigen. Ich hoffe, ähm, zur Not unterstütze ich gerne, aber, ähm, ja. Das kriegen wir schon hin. Alles klar. Dann bis später. Jawohl. Habt ihr nun ebenfalls einen Hof, werter Direkteur? Nein, 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 nein. Das, danach streben wir nicht. Ich wollte Ihnen nämlich den Stein nochmal anbieten. Ähm, ich hab... Ja, zur Pflasterung des Vorhofes eventuell. Oder um ihn auf Vasallen zu werfen, die einen nerven. Könnte dann zur weiteren Reliquie zweiten Grades werden. Also, ich meine, Sie sind ja jemand, der sich gut mit geistlichen Dingen auskennt. Wäre das eine Möglichkeit? Ich frage nur für einen befreundeten König. Nun ja, eine Reliquie hat unterschiedliche Wirkungsgrade. Es gibt die, eine Reliquie des ersten Grades, des zweiten und des dritten Grades. Aha. Die erste, der erste Grad ist von der jeweiligen heiligen Person selbst. Der zweite Grad umfasst all jenes, was diese Person berührt hat. Und wenn zufällig ein Stein, nun ja, ähm, diejenige Person berührt hat, in was für einem Zusammenhang auch immer, dann könnte sie als tatsächlich Reliquie des zweiten Grades gelten. Also, wer weiß, vielleicht ist ihr Stein, den Sie hier haben, einer jener Steine, den auch damals vielleicht Jesus Christus auch berührt hat. Aha. Wer war Jesus Christus eigentlich für die Religion? Natürlich das absolute Oberhaupt. Der Sohn Gottes, zugleich natürlich der Heilige Geist und Gott selbst, die heilige Dreifaltigkeit, so wie wir es kennen. Es ist nur der Katholizismus, der fehlgeleitet ist. Wir sind jedoch gute Christen. Glaubt man auch, dass Jesus auch so ein Partyhengst war? Ganz sicher. Haben Sie etwa noch nie das Neue Testament gelesen? Ich frage mich nur, wer für das letzte Abend mal einen Tisch reserviert hat, wo 13 Leute auf einer Seite sitzen können. Ja, natürlich, Jesus selbst höchstpersönlich hat angerufen in der Nachbarschaft beim Wirten des Vertrauens. Hast du mal einen Tisch für 26 Personen? Warum 26? Na, wenn 13 auf einer Seite sitzen und die andere Seite komplett leer ist. Ah, ja natürlich, das ist richtig. Nein, die damaligen Tische waren natürlich so aufgebaut. Man wollte ja auch ein Foto machen. Ja, natürlich. Was sind denn Fotos? Außerdem, wir wissen, konnte Jesus Christus aus Wasser auch Wein machen. Also das spricht schon für sich, würde ich sagen. Also das scheint aus meiner Dynastie zu kommen. Das glaube ich. Wir sollten Ahnenforschung betreiben, tatsächlich. Wer weiß, wer weiß. Wen muss ich denn dafür anhauen, für die Ahnenforschung? Ja, da sollten Sie vielleicht einen Historiker fragen. Ah, habe ich einen Historiker am Hofe bei mir? Einen Hofarzt habe ich. Ist das dasselbe? Ja, wenn er ein Doktor ist, als Doktor kann man, ja. Ein Doktor ist Doktor, okay. Ja, kein Problem. Perfekt. Alfred, hol den Doktor. Er soll meine Ahnen erforschen. Herr Direktör. Oui, oui. Ich würde gerne die Schatulle kaufen. Mein Stein, mein Stein friert es. Ja. Ähm. Ich bin übrigens, ich habe noch keine Maske auf. Es ist mir unendlich peinlich. Oh Gott, ist das... Oh! Oh! Ähm. Ich krame gerade mal herum, ob ich eine Maske finde. Ja, setzen Sie sich diese bitte auf. Das ist ja fürchterlich. Aber ich bin entsetzt. Ich auch. Es... Die Masken sind ausgegangen. Nein. Die müssen alle in meinem Keller sein. Okay. Ja. Ja. Es ist mir unangenehm, aber dann... Ich bin nämlich auch der Sohn. Deswegen bin ich... Bin ich noch nicht so... Ich weiß nicht, wo die Masken liegen. Ach, Sie sind der Sohn Ihres Vaters. Ja, ja. Sie sind so vertan bei Brin. Ja, ja. Ich bin der Sohn des Vaters. Ich bin der neue Monsieur le Direkteur. Und man... Es kam alles überraschend. Ich musste die Geschäfte übernehmen. Und man hat mich eingeführt. Aber man hat mir... Man hat mir nicht erzählt, wo die Masken liegen. Äh, man sagt bei den Helmen. Wartet mal. Wikingerhelm. Nein. Ein Wikingerhelm würde sich auch gut machen für den Direkteur der Eisernen Bank. Ja, ich weiß nicht. Meine Berater, die spinnen da ein bisschen. Warum müssen die Direkteurs der Eisernen Bank überhaupt Masken tragen? Weil niemand beeinflusst werden soll durch... Ja, durch das Aussehen von Herrn Direkteur. Sondern es ist die absolute Neutralität. Es geht nicht um Emotionen und ähnliches. Das alles soll hinter der Maske verschwinden. Die pure Neutralität. So, ich habe ein paar Angelegenheiten hier zu klären. Erbschaft und so ist so eine Sache. Ach nee, Erbschaft, Geschäftsübernahme. Oh mein Gott. Jetzt droht auch noch ein Zusammenbruch. Ihres Reichs oder von den Mauern? Oder... Hm. Ich glaube, ich kaufe mir mal Liebe. Wenn ich schon keine Maske habe. Dann wenigstens Liebe. Ich verstehe schon. Ja. Ist die Eiserne Bank eigentlich der Meinung, dass man mit Geld alles kaufen kann? Nein. Nein, nein. Auf keinen Fall. So, ich muss kurz ein paar... Ach, das ist... Ich muss meinem Sohn einen Titel geben, aber warum kann ich das nicht? Ich bin verwirrt. Naja, Sie sind ja der Sohn, haben Sie gerade gesagt. Ja, ich habe aber selbst auch noch einen Sohn. Was ist mit dem? Ah, ich sehe gerade, der Sohn ist nicht mein direkter Angestellter. Oh mein Gott. Wie klären wir denn dieses Problem jetzt? Es wird ja immer kniffliger. Ähm... Ähm... Die Dinge überschlagen sich. Wo ist denn mein Sohn? Warte mal. Der neue... Der neue... Mein Sohn ist nicht im... Hä? Ach, hier ist mein Sohn. Ich kenne das mit Kindern. Immer mal sucht man die... Mein Sohn befindet sich in Flandern? Was? Ich fasse es nicht. Okay, das ist ein Problem. Aber ich habe noch einen Bruder. Vielleicht kann der die Geschäfte übernehmen. In ein paar Dépendonsen. Das ist... Hi. Ich hätte gerne eine Audienz mit dem Steinwallen. Der gerade einen neuen Charakter hat mittlerweile. So meine ich. Ja. Monsieur le Directeur. Die Geschäftsführung hat gewechselt. Es gibt kleine... Wie hoch ist noch der Ausstand? Ja, gering. Ich melde mich dazu gleich. Ich muss Dinge hier kurz klären. Ja, okay. Alles klar. Ich bin im Diplomatie-Kanal. Nun, die Schatulle kann notfalls auch warten. Wenn sie möchten. Dann würde ich erst mal einen Krieg führen. Also das, was so ein König halt macht. So eine Königin halt macht. Das wäre liebenswürdig. Ja, sehr gerne. Ey, Frith, bring Tod und Hass über das Land. Sehr wohl, Sire. Oh, er wird schon zu rauchen. Also das, was ich noch nicht mehr machen kann. Vielen Dank. Okay. Ihr seid jetzt in Frankreich und HR. Ihr müsst auch was sagen, ihr beiden. Ich habe nicht gesehen, dass wir da sind. Ach so, ja, sorry. Jetzt lehnt es her von Religions. So. Der gute Deportemonnaie ist verstorben, wurde mir beigetragen. Und der neue Herzog Robin von der Eisernen Bank, der neue Bankvorsitzende, hat seine Geschäfte übernommen, nicht wahr? So sieht es aus. Er findet zwar seine Maske nicht, aber ich hoffe, er wird die Dinge trotzdem regeln. Meine Güte, dass ich das noch erleben darf. Mein werter Herzog Robin, schaut es euch an. Ein Rätsel begleicht stets seine Schuld. Die Vassallenbande, nachdem die Bürokratie endlich überwunden wurde, wurde wie vereinbart durchgeführt. Eure Steuern sind reduziert. Welch Anlass der Freude, nicht wahr? Ist das wahr? Großartig. Ja, nach all den Jahren. Ich weiß nicht, wie lange ist dies jetzt her, seitdem dies vereinbart war? Über 70 Jahre oder so? Ich weiß es nicht mehr. Das ist wahrlich großartig. Alles wurde erfüllt. Und natürlich habt ihr Zeit für eine kurze Unterredung für unter vier Augen. Es gibt noch etwas sehr Wichtiges. Und wir wollen auch unsere gesamten Schulden zurückzahlen. Ja, im Prinzip ja. Ich muss nur noch eine kleine verwaltungstechnische... Eine Portemonnaie muss an sein Bündnis erinnert werden mit Pimperlonien. Und sollte Pimperlonien helfen, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Ich habe es bereits versucht und ich bin gescheitert. Welches Bündnis? Du hast ein Bündnis mit Pimperlonien, an das ich dich erinnern möchte. Die Bank hat normalerweise keine Bündnisse. Wie ist das geschehen? Verbündet mit Herzog Robin von Eiserne Bank. Tatsächlich? Du bist verbündet und musst deinem Verbündeten helfen, weil ich habe versucht, ihn mit all meinen Mitteln aus der Gefangenschaft und Knechtschaft zu befreien und die Geißel der Menschheit zu erlösen. Und jetzt bist du an der Reihe. Komm hinter deinen goldenen Mauern hervor und schütze dein Bündnis und stehe zu deinem Wort. Bin ich wieder. Oh mein Gott, mein, was hat mein Sohn da gemacht, ey? Wartet mal. Nicht im Sinne des Vaters scheinbar. Das ist ja widerlich. Perversion. Es gibt keine, die Bank schließt keine Heiratsbündnisse. Ach, deswegen hat er keine Maske. Ja, hat nicht so gut funktioniert, wa? Ja, hat nicht so gut funktioniert. Der Papst ist auch nicht bereit, hier eine Scheidung einzuwilligen. Okay, daran muss gearbeitet werden. Das Problem ist, ich muss hier, ich habe hier noch dringende innenpolitische, also Verwaltungsprobleme zu lösen. Eins nach dem anderen. Ich muss jetzt erstmal noch einen Vasallen finden. Nein, einen höheren, leitenden Angestellten, wollte ich sagen. Natürlich. Die Bank muss gut verwaltet werden. Ich hätte sonst noch eine Bitte an den französischen König. Auf ein kurzes Gespräch. Das können wir tun. Würde der sehr geehrte Herzog, der Portemonnaie, der Vorsitzende der Bank, uns mitteilen, sobald er seine Geschäfte erledigt hat, dass wir unser Gespräch führen können? Durch einen Boten oder ähnliches? Wer braucht ein Gespräch? Nein, nein, ich meinte nur, die eiserne Bank soll einfach einen Boten schicken, sobald sie Zeit hat für Gespräche mit dem König von Frankreich. Achso. Und bis dahin kann der Bote gerne nochmal Camelot und Frankreich zusammenführen. Genau, das wäre jetzt die Frage, ob jetzt hier... Camelot ist bereits hier. Ja, ja, in einen eigenen Raum. Achso, ja. Das ist alles hier irgendwie verteilt gerade. Dann könnte ich ja Spanien auch wieder mitnehmen. Das ist richtig. Das ist mal so ganz grob überrissen hier. Das mache ich mal. Wurde ich gerade angesprochen? Ich bin gerade ein bisschen im Tunnelblick. Nur, dass die eiserne Bank jederzeit einen Boten schicken kann, wenn sie mit dem König von Frankreich sprechen möchte. Ja, alles klar. Mein wärter Kaiser. Ja. Wie geht's euch? Gut. Ja? Schön. Ist immer eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Diese Pimperlonia, ey. Was haben die denn da für einen blöden Krieg? Das werde ich jetzt einfach... Ich werde jetzt den Maurice hier machen. Oder wie hieß es? Der Weber Move? Der Weber Move. Auch Webern genannt. Ja, okay. Okay. So. Ja, das Problem erst mal gelöst. So, was wollen die jetzt hier? Was ist das für ein lästiger Krieg? 17.000? Hä? Was ist denn das für eine Chaos-Truppe? Die kommen mit 17.000 nicht zurecht gegen 1.800? Das müssen sie mir jetzt mal klären. Too much information. Hier ist Monsieur le Directeur. Und ich wurde in einen Krieg gerufen, den ich nicht verstehe. Ach ne, ich fürchte, ich habe es aus Versehen abgelehnt. Man hat mir... Aus Versehen? Man hat mir es nicht vorgelegt. Ehrlich? Ich habe gerade mein komplettes Geschwollnis geschwärzt genommen, um sich daran zu erinnern. Was deine Pflichten sind? Du hast es nicht mitbekommen. Naja, also... Man hat mir nicht vorge... Er hat unter dem Geldspeicher wahrscheinlich im Geld geschwommen und hat nichts gehört vor lauter Klimpern. Nein, nein. Das Problem ist, der Monsieur le Directeur ist gerade ganz frisch im Amt und ist leicht überfordert mit den überraschenden Erfordernissen. Zumindest... Also, unter anderem findet er seine eiserne Maske nicht. Was ganz schrecklich ist. Und wie auch immer. Das ist alles ein bisschen untergegangen. Was ist denn das für ein Krieg? 17.000 Mann und man kann nicht gegen 1.000 bestehen? Was ist das Problem? Ich habe... Also, ich besitze ja keine eigenen mehr. Und ich habe alle meine Verbündeten gerufen, die ich hatte. Sechs. Aber keiner ist gekommen. Ich bin gekommen. Ja, aber du bist gestorben. Ja. Wir haben es nicht geschafft. Wir waren zu schwach. Aber es ist in Ordnung. Ich fühle mich ganz wohl eigentlich im Knapp. Nein, okay. Ich meinte... Ich weiß nicht. Wir haben ja eine ungute Vergangenheit. Familiengeschichte. Ich muss kurz mal gucken. Ich meinte, das ist natürlich auch eine Peinlichkeit. Kriegseintritt anbieten. Oh mein Gott. 3.000 Mann schicken, Evo. Das Problem ist... Das wird reichen. Monsieur Literakteur ist nicht nur schüchtern, sondern er ist auch feige. Und es macht ihn komplett fertig. Nee. Er wird es nicht tun können. Du bist aber auch ein Mörder. Ich bin... Er ist auch ein Mörder. Ein Mörder und Glaubenskrieger. Du bist nur feige, weil du nicht zu deinen Bündnissen stehst. Oder andersrum. Was war zuerst da? Die Henne? Du hast versucht, dein Bündnis zu brechen, um nicht in den Krieg befördert zu werden. Du bist nicht nur feige, du bist schwach. Nenn mich wie ihr wollt. Und ich bin kurz vor dem psychischen Untergang hier. Kollaps? Ja, Kollaps war das Wort. Ich finde, ich habe schon Wortfindungsstörungen. Wie stehen sie zu Pinguinen in der Antarktis, um dass man sie grillen kann? Jetzt werden alle Probleme der Welt an mich herangetragen. Ich glaube, die wollen wirklich, dass ein Nervenzusammenbruch erleid ist. Ja. Gesbeit in der Zunge. Stirb. Ich prangere das an. Ah, was ist das von hier? Hier kann ich das schlagen. Na gut. Es bringt immerhin Kriegssteuern. Na, noch nicht. Ich bin erwachsen geworden und bin ein kaufmännisches Genie. Nice. Angeber. Rohan wird auch dir nicht antworten. Rohan braucht auch keiner. Gut. Die Sache wäre geklärt. Adios. So. Kutscher. Ich bin bereit, mit dem König zu sprechen. Die schlimmsten Dinge. Der König ist gerade noch im Gespräch mit dem Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, aber er sagte, es dauert nicht lange. Kutscher, könnten Sie eine kurze Nachricht an den König von Portugal mitteilen? Sicher doch. Es sind... Es fehlt noch eine Rückzahlung. Eine Rückzahlung. Ein Goldsäckel also. Genau, ein Goldsäckel. Alles klar. Werde ich so mitteilen. Die Zahlung sollte bald eintreffen. Wunderbar, sie ist da. Damit sind diese Schulden beglichen. Hervorragend. Okay, leichte Stressmomente. Ich hoffe, wir haben die Sache ein bisschen unter Kontrolle. Ich werde jetzt sogar noch wohltätig sein. Festmahl bringt nichts, weil wir schüchtern sind. Okay. Fraktionen scheinen auch nicht zu entstehen. Okay, die Sache ist einigermaßen wieder unter Kontrolle. Puh. Ja, ja. So eine wechselnde Geschäftsführung, das ist nicht ganz so einfach. Das kennt jeder, der schon mal eine Bank geführt hat. Ganz klar. Sieht ja gar nicht mal so gut aus. Naja, gut. Wir haben immerhin schon ein Erben. Leider ist er außerhalb des Landes. Das finde ich richtig dämlich. Ich hoffe, wir kriegen noch eine weitere, einen weiteren Sohn. Ah, eine Tochter haben wir immerhin schon erhalten. Okay. Ah, Ö ist da. Hervorragend. Damit können wir jetzt gar nicht so viel anfangen. Ah, und wir haben gesiegt in dem Krieg, an dem wir noch teilgenommen haben, um keinen Ruhm zu verlieren. Okay, der mag uns noch nicht, aber das wird bald was werden. Wir sind zwar nicht bei den grandiosen 35 Einkommen wie beim Vater, aber das kommt, weil der unglücklicherweise im falschen Bereich unterwegs war. Das ist ja eher sinnlos für uns. Aber gut, mit der Zeit wird er besser werden. Wir werden schon wieder über unsere 30 kommen. Die Truhe. Richtig, die Truhe. Geschätzte O'Linde. Ja? Ich habe zwar immer noch nicht meine Maske gefunden, aber immerhin jetzt die Schatulle. Ähm, ich muss noch ein bisschen Krieg an... Geld anhorten, wenn es genehm wäre. Oh mein Gott, ja. Ich habe leider ein wenig Krieg geführt. Aber keine Angst, ich bin noch im Positiven. Das freut sie doch als Bank bestimmt, dass ich keine Schulden habe, oder? Das ist... Ja. Ja. Sie machen das schon ganz gut. Vielen Dank, werte Bank. Vielen Dank. Ich werde mich bei Ihnen melden, sobald ich diese Unannehmlichkeiten hinter mich gebracht habe. Gut. Lassen Sie sich... Hat denn jetzt die Bank für den Königzeit? Das ist eine dringende Angelegenheit. Ja, 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 ja. Ich habe schon lange dem Kutscher gesagt, dass ich, äh... Kutscher, 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 Kutscher. Möge der Kutscher bitte, äh, die, 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 den Bankverwalter und mich in einen, äh, Raum erst mal unter uns bringen. Vier Augen, bitte. Jawohl. Dankeschön. So, ähm, mein werter, ähm, Vorsitzender der Eisernen Bank, äh, wir haben tatsächlich ein ganz besonderes diplomatisches und politisches Konstrukt gebildet. Und ich glaube, dass das auch durchaus, ähm, so hoffe ich doch sehr, auch im Sinne der Eisernen Bank ist. Und zwar erinnert ihr euch ja daran, EU, ich weiß, man könnte das auch anders aussprechen, aber die Hofsprache ist nun mal deutsch, deswegen nenne ich es EU. Und diese Grafschaft EU ist jetzt zurück in französische Hand gekommen. Und das ganz ohne einen Krieg, ganz ohne einen Konflikt. Danke auch dafür an, an Sie, dass Sie das als Ratsverwalter gemacht haben. Und ich hatte mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gesprochen. Im Sinne dieser neuen Bande der Diplomatie und der Freundschaft, dass wir solche Konflikte auch ohne Kriege lösen können, äh, haben uns entschlossen, tatsächlich zusammen, jetzt auch mit Camelot, nachdem wir uns ausgesöhnt haben, ähm, den Rat der EU zu gründen, nach dieser Grafschaft benannt. Sodass, ähm, einerseits Zollgrenzen stärker wegfallen, sodass der Handel floriert und auch weitere Einnahmequellen, auch an die eiserne Bank gehen und mehr Möglichkeiten bestehen, leichter auch Kredite überall hin vergeben werden können, sodass wirtschaftliche Möglichkeiten entstehen, die vorher gar nicht denkbar waren. Und dass, äh, ein vorderstes Ziel dieses Rates der EU der, der Frieden, die Friedenssicherung in Europa ist. Nach all diesen harten Kriegen, nach all den tausenden Verlusten, auch für die Franzosen, war das mir als Diplomat, als ehrlicher Mann ein wichtiges Anliegen. Und ich wollte gerne noch Ihre Meinung dazu hören, aus wirtschaftlicher Sicht, mit diesen Überlegungen, mit diesen wirtschaftlichen Überlegungen dieses Rates der EU. Das klingt hervorragend. Ich überdenke gerade, ob ich nicht dann auch den Namen der Bank noch entsprechend anpasse. Aber ich bin voll, ich freue mich, dass wir unsere Geschäftsfelder sogar erweitern können, auf diese Art und Weise. Großartig. Sehr gut, sehr gut. Ähm, wir können, äh, gerne noch das schnell lösen mit den, also wir haben sehr viel Gold. Ich glaube, 1900 Gold haben noch gefehlt. Es sind, sind die Geschenke noch bei 150? Ja, sind sie. Ah, eins. Ich schicke mal das Erste. Ja. Ich halte mich bereit, sobald sie es angenommen haben. Also nach meiner Berechnung sind jetzt noch, äh, jetzt noch 13 Geschenke offen. 13, dann, äh, ja, das müsste da hinkommen. Okay, dann haben wir noch 12. Haben wir noch 11. Ja. 10. Ja. Noch nicht. Jetzt. 9. Ja. 8. Ja. Na, es dauert immer noch kurz, jetzt. 7. Ja. 6. Jawoll. 5. 4. 4. Ja. 3. Ja. 2. Ja. Ja. Und endlich eins. So, wie immer, ein Rätel begleicht stets seine Schuld. Hervorragend. Das hat meine Familie seit jeher gemacht und so soll es auch in Zukunft sein. Gratulation ansonsten zu der Einigung. Finde ich hervorragend. Auch die neuen Wappen gefallen mir. Ja, haben wir uns überlegt für die Begründungsmitglieder und natürlich wird es dann bestimmt auch Beitrittsverhandlungen in Zukunft geben für den Frieden in Europa. Denn es gibt ja durchaus noch Konflikte, vor allem im Süden, in Aquitania, in Portugal, Spanien. Da ist einiges sehr ungeklärt. Aber wunderbar. Es freut mich auch, dass ihre Geschäfte so gut laufen. Ich danke auch nochmal an der Stelle für die Unterstützung meines Großvaters in dem wesentlichen Konflikt. Es ging ja um die Existenz Frankreichs und ohne die eiserne Bank wäre das wohl auf Messerschneide gewesen. Die Krone schuldet ihnen Dank und dementsprechend aber haben uns ja immer auch redlich gezeigt. So ist es. Eine Hand fäscht die andere. Ausgezeichnet. So werden wir sie auch gerne wieder zum Hofbaumeister nennen. Und dass unsere Bauten möglichst schnell erfolgen. Sehr schön. Dann haben wir das geklärt, denke ich. Dann können wir uns zurückbegeben in den französischen Hof, dass jetzt eventuell auch dann bald die Ankündigung kommt. Da würden wir noch bitten, bis die Ankündigung kommt, noch ein Stillschweigen über diesen Plan dieses Rates zu machen. Gerne. Perfekt. Dann möge der Kutschungs zurückbringen. Hervorragend, hervorragend. Chat, die Jogoland ist mir jetzt wirklich egal. Das macht auch nur Ärger. Das ist nicht unser Ansinnen. So, wunderbar. Wir sind zurück im Frankenreich. Hat sich denn unsere Kultur schon ... Wir sind ein bisschen enttäuscht, dass sich unsere Kultur nicht im Westen Frankreichs ausgebreitet hat, bei der eisernen Bank. Bis jetzt nur im Osten, wo wir daran arbeiten. Ja, das ist auch wirklich ein Ding. Ja. Unser Ratsverwalter scheint da so ein bisschen eigenmächtig gewesen zu sein. Und das möglicherweise hier und da aus den Augen verloren zu haben. Das kenne ich, das Problem. Das kenne ich. Das kenne ich auch mit meinem Ratsmarschall sehr gut. Ich werde Graf Simon hier nochmal beauftragen. Ja, hervorragend. Dankeschön. Es ist ein langfristiger Plan. Aber die Franken vereint und ich meine es durch die neuen Ideen, die dann noch verkündet werden, können auch die Franken überall vereint sein, dass es hervorkommt. So. So, so, so. Sehr schön. So, Chad, wie nennen wir denn jetzt unser Reich? Ich möchte anmerken, ich habe im Kriege dem feindlichen Herzog mein Artefakt namens Tonstein an den Kopf geworfen. Es ist nur ein Artefakt zweiten Grades. Dankeschön fürs Hinhören. Aber ich sehe gerade, Olinde ist ja schon Königin. War das vorhin auch schon der Fall? Also, ich sage mal so. Ich war schon immer Königin für manche. Verstehen Sie? Aber, nee. Das ist neu. Okay, dann habe ich ein Antrittsgeschenk für die Königin. Aha. Die Schatulle. Die Schat... Sie schenken mir die Schatulle? Natürlich. Weil die... Das ist nicht ihr... Der Stein darf doch nicht so rumliegen. Aber dieses Mal... Bin ich wirklich gerührt. Oh, 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 oh. Der Elf will nämlich in den Arm. Vorsicht, das könnte die Wirks in der Pandora sein. Nein, nein. Wir wollen doch nicht, dass der Stein vom Hof im Hof ohne Schatulle herumliegt. Was? Ich danke Ihnen vielmals. Ja. An der Stelle noch herzlichen Glückwunsch auch vom König von Frankreich für die Königsrönung von Königin Olinde von Lothringen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich werde Ihnen noch keinen Krieg erklären. Also, irgendwann vielleicht mal. Ich glaube nicht. Dazu kommen wir in Kürze tatsächlich jetzt noch. Ich hoffe, dass langsam alle soweit sind für die Verkündungen, die wir planen noch. Abgelehnt. Sehr schön. Ich möchte übrigens auch anmerken, dass auch unser Hof auch immer prächtiger wird. Und wir sind Rang 2 des prächtigsten Hofes in Frankreich. Nur Spanien ist noch vor uns. Wie stark ist denn hier Spanien unterwegs? Schauen wir uns das doch einmal an. Darf ja nicht wahr sein. Sie sind nur ganz knapp vor uns. Hm. So. So ist das. Ich habe keinen Bock, Chat, im Wappendesigner... Sollten wir auch mal beginnen, noch einige Artefakte... Darum zu fummeln. ...die mittlerweile unser sind. Auszustellen. Chat, hier steht es auch schon. Ich habe es nicht vorher verkündet. Der Kaiser selbst hat es schon getan. Da haben wir leider keine weiteren Artefakte. Na gut. Nun gut, nun gut. Und ich sehe, Portugal hat das östliche Aquitanien. Sich völlig einverleibt. Die Kutscher werden wir auch an. Die Kutscher werden wir auch an. Die Kutscher werden wir auch an. der König von Camelot Zeit hat für das Geplante, wie auch dann der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, ob beide noch irgendetwas vorher abschließen wollen. Ich sehe, der Kaiser ist in einem riesigen Krieg mit Byzanz, wenn ich das nicht aber als Verbündeter, wenn ich das richtig sehe. Soll ich es einfach nur als das geplante Artikel? Jaja, bitte nur das Geplante, genau. Okay. Dankeschön, dankeschön. Und der König von Frankreich wird sich nochmal eine Minute zurückziehen, dass er auch ordentlich vorbereitet ist für große Ankündigungen, die leicht gemacht werden. An die eiserne Bank. Ich habe die, ähm, das zu viel gezahlte Geld einmal als Clans Geschenk zurückgeschoben. Ich bin gerührt. Nein, die Bank ist nie gerührt. Vielen Dank. Ich dachte, es passt ganz gut, wenn ich so ein 150er Geschenk machen kann, dann sollte doch die Zahl gerade bleiben. Die 3000 sind ja auch viel genug, äh, ist ja auch genug Geld. Ja, hervorragend. Ähm, konntet ihr denn schon mit dem König von Frankreich sprechen? Er hat mit mir gesprochen, ja. Okay, alles klar. Dann ist die Frage an den französischen König. Wie sieht es aus? Falls er da ist. Er ist da aber offenbar mit anderen Dingen beschäftigt. Äh, äh, ich, äh. Ach so, hier, der König von Camerlott ist sogar schon hier. Ähm, der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs wäre auch verfügbar und Spanien würde sogar auch über das Besprochene reden wollen, auch wenn es mit ihnen, glaube ich, nicht besprochen wurde. Aber da muss ich als eiserne Zentralbank, äh, doch ein bisschen, obwohl, Spanien ist eigentlich Triple-A. So, der König ist wieder anwesend. Sind die Ö-Beitrittskandidat? Ja, EU-Beitrittskandidat. Äh, ja, wer sind wir schon so weit wie das Geplante? Ähm, also von mir aus, äh, ist, äh, also alle Geschäfte sind abgeschlossen, nur der Eid fehlt noch. Ähm, wer, äh, König von Camerlott, äh, ich bin offizieller EU-Beitrittskandidat. Das Heilige Römische unterstützt mein Gesuch. Und ich denke, dass Frankreich auch nichts dagegen haben wird. Jetzt müsst ihr bloß über euren Schaf springen. Also wir wollten eigentlich gerne, um ehrlich zu sein, wir hatten eigentlich extra darauf hingewiesen, erst die Ankündigung machen und die Verkündung machen und das noch nicht vorneweg nehmen. Ich habe es von alleine gesehen und habe gefragt. Ja, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches hat sich ja schon umbenannt. Ja. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, das ging ja ein bisschen zu schnell. Das stimmt. Daraufhin hat die Zentralbank sich auch umbenannt. Ach ja, in eiserne Zentralbank, die Zentralbank im Übrigen. Team eiserne Zentralbank. Sehr gut, sehr gut. Aber können wir vielleicht dann die Ankündigung machen und danach noch gerne über den Beitrittskandidaten sprechen? Mach das, ruf alles zusammen und verkünde den Frieden. Die Boden mögen... Wie kann man denn der EU beitreten? Wir haben einiges zu verkünden. Bitte eins nach dem anderen. Mögen die Boden bitte alle dazu bringen, in den Thronzahn zu kommen. Fangen wir mal damit an. Über eine Süderweiterung kann nachgesprochen werden. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Wir wollen... Wir haben viele Ankündigungen. Kornesal. Genau. Camelot beginnt mit Ankündigungen, dann... Du bist gerade weggehackt. Das haben wir uns auch mal. Während dem Reden wechseln. Also er wurde gezogen. Wir wurden gezogen, oder wie? Oder wurde er? Nee, er wurde gezogen. Eigenmächtig von den Kutschern. Wir wurden... Ja. Aber lobt die Kutscher, ne? Naja, geben jetzt mehr Rechte, oder? Genau, Kutscherlob. Ja, man wollte mehr Rechte. Die Kutscher bekommen extra... Freier Personenverkehr. Schade. Verkehr gibt's in Aquitanien genug, ich sag's euch. Wovon gibt es genug in Aquitanien? Verkehr. Freier Personenverkehr, ja. Ja? Ich würde jetzt tatsächlich gerne um die Aufmerksamkeit aller beteiligten Herrscher bitten. Zu Beginn möchte tatsächlich der Herrscher von Camelot etwas verkünden. Genau. Es gibt ein paar Verkündigungen, die jetzt gemacht werden. Um meinen Verträgen mit der Eisernen Bank der EU, sag ich mal, Rechnung zu tragen und auch mit dem französischen König, mag ich hier geloben, vor euch allen, den Herrschern Europa, dass es nie wieder zu einem Krieg zwischen Franken und britischem Volke kommen mag. Ja, genau. Solange meine Dynastie die Mächte oder die Zügel der Macht in der Hand hält in Camelot, wird es nie wieder zu einem Krieg kommen. Genau. Ich schwöre es bei Gott. Sehr schön. Dann würden wir direkt gerne weitermachen wollen, auch mit einer Ankündigung als König Roland II. von Frankreich. Als Diplomat tatsächlich, wie wir eine Ausbildung genossen haben, als ein ehrlicher und nachsichtiger Mann. Fanden wir es sehr gut, dass Camelot schon auf uns zukam. Das Haus Pan Dragon nach einem so harten Krieg für ganz, ja, für so viele tausende Männer, die gestorben sind. Wir wollten dies alles hinter uns lassen und wollten eine diplomatische Zukunft haben. Wir sind somit auch auf das Haus Camelot mit zugegangen. haben sogar die Bande mit einer Heirat besiegelt, sodass es nie wieder einen Konflikt mit Camelot gibt. Das war auch möglich durch vor allem die Eiserne Bank, die durch clevere und geschickte Verhandlungen, die Britannien, die so ein ewiges Streitthema war, in das Frankenreich holen konnte, wie es mittlerweile heißt, nachdem die Franken zu einer Kultur zusammen vereint wurden, nämlich dem Hochfränkischen und wir geloben ebenfalls gute Beziehungen mit Camelot für alle Zeiten und unter all den Kriegen, die es zuletzt gab, in England, im Frankenreich, aber auch Spanien und überall in Europa, kamen wir, kam ich vor allem auf eine Idee zusammen mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ursprünglich und das alles begann, und da würde ich die Herrscher bitten, einen kleinen Blick nach Nordfrankreich zu richten und ein bisschen näher in Richtung eurer Karten zu schauen. Das alles begann durch eine Grafschaft namens EU. Diese Grafschaft, nein, wir sprechen sie EU aus, der Hochdeutsch ist die Amtssprache im Frankenreich, im neugesprochenen Hochfränkischen Reich, deswegen sagen wir EU und diese Grafschaft war lange Zeit Teil des Heiligen Römischen Reichs, ja, durch unglückliche Umstände schon vor einigen Jahren zum Heiligen Römischen Reich gekommen. Ein Streitpunkt, allerdings ein Streitpunkt, der das erste Mal in der Geschichte neben der Klärung der Britannienfrage müssen wir natürlich auch sagen, ohne einen Krieg oder einen Konflikt friedfertig gelöst werden konnte, indem durch Verhandlungen, Diplomatie und Bürokratie diese Grafschaft tatsächlich durch auch unseren Ratsverwalter, den werten Herzog Robin Deportemonnaie ins Frankenreich zurückgeholt werden konnten. Monsieur le Direkteur, bitte. Ja. Entschuldigt, was hattet ihr gesagt? Monsieur le Direkteur, bitte. Monsieur le Direkteur, selbstverständlich. Selbstverständlich, entschuldigt. Und aufgrund dieses Ereignisses kam uns die Idee, dass es doch Sinn macht, für mehr Frieden und Stabilität in Europa einzutreten und deswegen hat das Frankenreich, das Heilige Römische Reich und dann auch noch Camelot beschlossen, den Rat der EU oder von EU im Sinne dieser Grafschaft zu gründen, dessen Hauptziel der Frieden und die Sicherung des Friedens in Europa sein soll für die Zukunft, die Stabilität, aber auch wirtschaftliche Erleichterungen im Sinne der Eisernen Bank und weiterer Händler, sodass Zollgrenzen wegfallen und ein Handel möglich ist sowie ein kultureller Austausch der verschiedenen Kulturen. Das war auch uns ein wichtiges Anliegen, nachdem die gesamte fränkische Kultur damit zusammenkommen kann und wir freuen uns sehr, dass diese EU nun hier vor aller Welt verkündet werden kann. Wir sind natürlich gerne bereit, über Beitrittsverhandlungen zu sprechen. Uns ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten keine Kriege untereinander führen, sondern Konflikte diplomatisch und friedfertig abhandeln und dass wir uns eben für den Frieden in Europa einsetzen. Und dafür haben wir uns auch entschlossen, die Flaggen unserer Nationen derartig einheitlich zu ändern und das sind jetzt aktuell die Flaggen der drei Gründungsmitglieder, die mit drei goldenen Sternen auf blauem Hintergrund versehen wurden. Ich schlage vor, dass dieser Vertrag beim Beisein des Papstes in Rom ratifiziert wird. Das unterstützen wir gerne. Das sind die römischen Verträge dann. Solange er noch lebt, viel Zeit haben wir nicht mehr. Richtig. Aber das schafft er noch. Die letzte Unterschrift sollte der Papst der Heilige Vater doch schaffen. Dann werden die römischen Verträge hiermit offiziell geschlossen und wir werden dann sicherlich sehr gerne in Verhandlungen gehen mit Beitrittskandidaten. Wir hörten schon natürlich, dass Spanien ein erster EU-Beitrittskandidat wäre, mit dem ein Beitritt verhandelt werden kann. Auch Portugal hat es, glaube ich, Interesse bekundigt. Ich bin offiziell eingeladen worden vom Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Sehr gut. Also für mich als Engländer klingt das uninteressant. Historischer Fokus. Ich glaube, Ungarn und Polen haben auch aktuell noch anderes zu tun. Zum Glück ist Großbritannien noch nicht da. Die Iren könnten sich dann noch mindestens selber entscheiden. Ich möchte als Monsieur le Direkteur noch eine kleine Ergänzung machen oder eine Ankündigung. Die Umbenennung in Eisene Zentralbank der EU oder der Ö wie manche Franzosen noch sagen, die ist nicht ohne Grund geschehen, denn wir sehen uns nicht mehr in erster Linie als diejenigen, die Geld verdienen wollen für die eigene Tasche, sondern wir stehen für Preisstabilität in der EU und aus diesem Grund ist das unsere neue Aufgabe. Insofern werden wir jeden Beitrittskandidaten intensiv prüfen, inwieweit er zu unserer Wirtschaftsordnung passen wird. Aber ich habe immer noch das Triple-A-Rating. Eine wunderbare Idee. In der Tat, der Kaiser Rodríguez ist ein Beitrittskandidat der ersten Güte. Klasse. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Haben wir das richtig vernommen, dass auch Portugal Interesse an einem Beitritt hat? Ja, natürlich. Das wären ja die ergänzenden Verträge von Lissabon. Ich habe gerade abgelenkt aufgrund der Ankündigung der Eisernen Bank und versuchte mir gerade vorzustellen, mit welchen Maßnahmen sie denn gedenkt Währungsstabilität in diesem Raum schaffen. Ob vielleicht da nicht sogar die Absicht dahinter steckt, durch eine Niedrigzinspolitik einem kleinen Mann das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Das wäre ja Wucher. Niedrige Zinsen sind für den kleinen Mann was Gutes. in 900 oder 800 paar gequetschte Jahre noch mal drüber reden. Natürlich. Auch das Königreich Portugal begrüßt die Schaffung einer Freihandelszone insbesondere, damit wir endlich auch mal ein bisschen Seefahrt betreiben können und ein bisschen Handel betreiben können. Sehr gut. Sehr gut. Gibt es noch andere Ankündigungen von weiteren Herrschern? Das Königreich Portugal möchte sich übrigens für sämtliche Immobilienspekulationen der anderen Staaten zur Verfügung stellen. Reitschneigerung ist immer gut, wenn man das Zeug hat. Ich möchte an meine Kutscher-Kollegen verkünden, dass wir innerhalb dieser Ö oder EU jetzt eine Briefkastenfirma anbauen wollen. Ich wollte eigentlich von meinen Bodengängen kann ich so Aktien anbieten. Wir liefern weltweit Waren innerhalb vom nächsten Tag. wir bieten auch Streaming-Dienste an, da kann man Bilder relativ zügig an andere Leute übermitteln. Gibt es eigentlich auch Subventionen für die Kutscher-Gilde? Darüber müssen wir bestimmt sprechen. Eins nach dem anderen. Frage, ich wollte mich bei dem Herrn Steinwein um einen Job bewerben. Ich bin jetzt genug durch die Gegend gefahren. Irgendwann will man ja auch mal einen richtigen Job. Richtig, man will ja auch mal was sicheres. Sicheres Einkommen würde ich schon bevorzugen. Jeder Angestellte ist willkommen. Dann müssten wir noch mal sprechen im Nachtgang. Tatsächlich, Entschuldigung Freunde, aber ich erwarte tatsächlich von Gyni, jetzt machen wir trotzdem noch zum Ende eine Entschuldigung an mein Königreich für das, was er getan hat. Und ich will so ein bisschen Reue in der Stimme hören, damit ich gut schlafen kann heute Nacht. Hätte ich sowieso noch um ein Gespräch gebeten nach der Veranstaltung, aber ich sage es auch gerne noch mal in Cora Publico sozusagen. Es tut mir leid, ich bin einfach nur verpeilt gewesen heute und habe einfach unfassbar viel missgebaut und ich glaube, das hat man an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt. Das ist jetzt aber meine menschliche Seite und also jetzt nicht die Roleplay-Seite. Achso, ich wollte das aus der Roleplay-Seite hören. Also ich möchte jetzt erstmal noch so real life sagen, Teddy, es tut mir einfach nur wahnsinnig leid. Ich war mega verpeilt und ich habe einfach missgebaut. Also sorry. Alles gut. Ich hatte echt so ein bisschen so Angst, ja, dass ich dir da irgendwie den Spielspaß kaputt gemacht habe jetzt und da fühle ich mich öffnisch schlecht und ja, sorry dafür. Aber ich will eigentlich jetzt trotzdem, damit du das alles rettest, im Roleplay, zu Kreuze kriechen bitte. Jetzt. Ja, also wir sind ja maßvoll zufrieden und großzügig und großzügig wäre natürlich dir, also nochmal in diesem Sinne, entschuldigt sich das Königreich Portugal für den völkerrechtswidrigen Angriff auf Aquitanien und die damit verbundenen Länder und möchte sich dementsprechend natürlich auch nochmal, ja, also dafür entschuldigen und auch versuchen, einen Vermittlungsausschuss dieser europäischen Institutionen ansonsten anzurufen, um hier nochmal gütliche Verhältnisse herzustellen. Jetzt bin ich sogar gar nicht mehr traurig darüber, dass ich die letzten zehn Jahre damit verbracht habe, zu versuchen, deine ganze Dynastie zu töten und es immer fehlgeschlagen ist. Ja, meine Frau, meine Frau hast du ziemlich übel erwischt, die sieht nicht mehr so gut aus. Ja, aber deine Kinder auch, aber jetzt bin ich auch gar nicht traurig, dass es nicht geklappt hat. Ich danke dir dafür. Feiner zu. Ich würde auch vorschlagen, dass vielleicht der Königshof in Lothringen vielleicht ja auch passend dazu einen europäischen Gerichtshof in die Wege leitet. Was sind Gerichte? Ich wollte übrigens gerade die Schweiz gerade unabhängig machen, damit sie aus der EU ist, aber sie gehört zu meinem Reich, ich kriege sie nicht raus. Also Lothringen ist eher Getränkehof, würde ich sagen. Schweizer, dass ihr eigentlich die Jure zu uns gehört. Ja, ja, ich sage da einfach, da machen wir nicht mit, das ist das Einzige. Aber eine Frage, sind die Briten auch in der EU? Nein. Englern hat sich ganz klar dagegen bekannt. Ich wollte auch noch ganz, ganz kurz ein Wort an Teddy richten. Können wir über Christen und Briten sprechen? Die Iren sind immer noch zum Glück noch unabhängig. Und sie sind sogar in Dänemark. Ich wollte ganz, ganz kurz auch noch ein Wort an Teddy richten. Teddy, nimmst du jetzt auch zum allerersten Mal wirklich eine Anfrage an mich gestellt hast? Hast du sie angenommen? Ich glaube, dass ich mich getraut abzulehnen. Ich war zwar kurz verwundert, aber ich habe mir dann einfach gesagt, ich mache es, um dir zu zeigen, dass ich dir immer ein guter Nachbar sein wollte. Ja, ja, ja. Danke. Danke. Mein zweijähriger dankt. Ach, herrlich. Ich glaube, das ist ein, außer jemand hat noch was beizutragen. Wir haben es 23.05 Uhr. Es ist, glaube ich, ein, ja, ein unerwartetes Ende dieses Events. Schönes Ende. Ich glaube nicht, dass das, also ich hätte es nicht gedacht, dass das da rauskommen wird. Dennoch ein wirklich schönes Ende, ja. Es ist eine schöne Idee. Ich denke, Gaius hatte sie, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Oder zumindest ist es im Austausch zwischen Gaius und Nexus entstanden. Richtig geil. Und von mir erstmal ein Riesendank an alle, die mitgemacht haben. Auch an die vielleicht, die noch nicht so erfahren sind und vielleicht teilweise auch streckenweise extrem überfordert waren mit der Situation. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich finde, das Event ist besser geworden, als ich es mir erträumt habe quasi. Riesig cool, ganz, ganz cool ein Rollplay gesehen. Vor allem vom Ranger. Auch Steinmann hat hier eine ganz schön geile Rolle gespielt mit der Bank. natürlich hätte es auch vielleicht schon früher sein können, dass du damit anfangen können. Aber naja. Im Endeffekt. Schwierig mit dem Geld, dass wir alles hinbekommen. Haben wir alles hinbekommen. Eins der großen Highlights, glaube ich, die ich hier mit hatte, war einmal der Kreuzzug, wo man dann wirklich mit mehreren Leuten dann mal ein gemeinsames Ziel verfolgt hatte. Und das jetzt mit der EU am Ende ist auf jeden Fall auch noch ein Highlight. Und natürlich der misslungene Versuch der Eroberung Frankreichs. Aber das ist natürlich eine Trauer. Eine Trauer. Das war eine coole Aktion. Also es war ein Versuch wert, oder? Das fand ich auch sehr cool, dass du es gemacht hast. Ich nehme auch tatsächlich die Schuld auf mich. Ich glaube, mit mir hättest du es geschafft. Ja, aber ich bin auch ganz schön blauäugig reingerannt und ganz viele taktisch, strategische Fehler gemacht. Der Pole war zur Zeit in einem eigenen Bürgerkrieg und so weiter. Ach Gott. Da habe ich aber auch einen Abschluss mit dem Heiligen Römischen Reich getroffen tatsächlich und mit denen schnell geredet und die haben gemeint, ja, sie kümmern sich um den Polen in einem eigenen Krieg offiziell und das war ganz... Aber sie sind bei mir schon abgefangen worden, weil ich in einem Krieg war auch und ich habe sie gerufen. Sie sind nie zu dir gekommen. Ich würde um die detaillierte Nachbesprechung gehen, die wir jetzt ja sicherlich auch noch gerne machen, so ein bisschen über alles zu reden, was ja auch heute noch passiert ist. Würde ich auch gerne noch mal sagen, dass ich wirklich so unfassbar positiv überrascht bin, wie toll dieses Event geworden ist. Das hätte ich mir auch wirklich, als ich die Idee grundsätzlich dazu hatte, nicht im Entferntesten hätte vorstellen können mit so vielen tollen Leuten, sowas Großartiges zu schaffen, auch technisch. Es lief super, lief jetzt alles wirklich fast vollständig runden. Ein paar kleine Probleme gab es, aber an sich das Roleplay war wirklich einfach nur herrlich. Das kann ich auch noch zurückgeben, also was da alles entstanden ist für Geschichten. Und das fand ich auch jetzt mal das Schöne, um das mal auch abzusetzen von anderen Multiplayer-Runden, zum Beispiel mit Crusader Kings oder anderen. Wir hatten kein klares Ziel vor Augen und dennoch musste man nie irgendwas stellen, ich sag mal von Seiten der Organisation, dass jetzt irgendwas Spannendes passiert. Es ist immer durch die Spieler, durch euch alle, irgendeine spannende, interessante Story am Laufen gewesen, mal mehr, mal weniger, mal da, mal oben. Man hat nicht alles mitbekommen, aber es gab überall spannende Wege und am Ende, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie so ein bisschen auch jetzt im Roleplay zu diesem Weg führen, aber es hat einfach gepasst, zum Beispiel bei mir, jetzt mein Charakter, ist wirklich ein Diplomat rangekommen, nachdem der andere, der Hinterliste gestorben ist, der nachsichtig und ehrlich ist. Das mit der EU hat einfach so gut gepasst, dass das jetzt auch mit der neuen Spielmechanik, darauf möchte ich ja mal hinweisen, es ist ja durch das DLC und den Patch erst möglich gewesen, dieses Dejure-Territorium durch den Ratsverwalter zu übernehmen und da hat diese Idee, glaube ich, super gut gepasst, nachdem dann dieser Krieg so schauderhaft die schlimmen Seiten gezeigt hat, dass wir es dann machen konnten und ich glaube, ich spreche für Strategie Ecke und für mich, dass wir so begeistert von diesem Event sind, dass es sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir solch ein Event planen und organisieren werden, sowohl zum Thema Game of Cords, Staffel 2, um das mal an der Stelle anzudeuten, wie auch immer, in welchen Details, das wird sich dann natürlich noch zeigen, aber auch Victoria 3 ist ja ein sehr spannender Titel, der dieses Jahr kommt, wo es dann weniger, denke ich, um Roleplay geht, aber dadurch umso stärker um das Thema Diplomatie und Strategie in einer Multiplayer-Runde und ich glaube, das sind sehr schöne Aussichten, die wir da haben und ich möchte auch nochmal ein großes Lob an unsere Kutscher und Boten versenden, an Luke, Ernie, Balassarius und Platonius, die wirklich, also mit diesem System, ich habe überall nur überschwängliches Lob gesehen von allen Zuschauern, von allen Seiten für dieses System und da bin ich auch sehr stolz darauf, das ist glaube ich wirklich nochmal was Innovatives in so einer Multiplayer-Runde auch mit ganz vielen Streamerinnen und Streamern und ich hoffe sehr, ja, dass das dann in Zukunft auch noch genauso gut und vielleicht noch besser sein wird, dass es natürlich Teil von zukünftigen Projekten sein wird, einen großen Dank an Strategie-Ecke, der das mit mir zusammen super in einem wunderbaren Team organisiert hat, in tausenden Stunden Arbeit wahrscheinlich, wenn man es jetzt ein bisschen übertreibt, wobei, äh, äh, nicht Millionen, vielleicht Millionen, wer weiß, ähm, und dann eben auch der Dank an, ähm, die ganzen Kutscher und Boten, die ich erwähnt habe und natürlich ein großer Dank auch an euch allen, an alle Teilnehmer, an alle Streamerinnen und Streamer jetzt von euch, die hier mit dabei waren, die mit dabei sind, ähm, einfach nur super, dass es so ein geiles Projekt wurde, vielen Dank dafür. Danke auch, danke für die Einladung. Der Dank geht zurück, ja. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Gut gemacht. Äh, danke für die Einladung und, ähm, vielleicht ein ganz kleiner Hinweis, wenn der jetzt gestattet ist, ähm, falls jemand jetzt, äh, Bock hat, weiter noch im Multiplayer Crusader Kings zu spielen, also nicht jetzt, jetzt, ähm, ähm, aber Mörb und ich haben ja noch eine, ähm, also haben eine langfristige Multiplayer-Runde, die jeden, äh, jeden zweiten Sonntag stattfindet. Ähm. Kommenden Sonntag geht's weiter, 18 bis 23 Uhr immer und da kann man sich auch noch jederzeit anmelden, wenn man Lust hat. Da ist Mörb dabei, da ist Nexus auch dabei, da ist Strategie-Ecke dabei, da ist Gaius dabei, ähm, also da sind viele von den Leuten, die auch heute hier mitgespielt haben, sind da schon dabei. Falls ihr Lust habt, da mitzumachen, das geht jetzt an alle anderen, die, äh, in dieser Runde dabei waren, dann, äh, ja, schreibt mich gerne an, Jules Brot und Videospiele, äh, und dann können wir darüber sprechen und das mal klären. Ähm, Abschließend würde ich noch ganz gerne sagen, dass wir natürlich auch in der EU eine Religionsfreiheit haben und der, ähm, der Reformgedanke von Kupelius, äh, gerne diskutiert wird in weiter Breite. Das will ich auch nicht. da werden wir, da kommen wir nicht zusammen, ich bin religiöser Eiferer. Na, das will ich wohl hoffen, dass das vorgesetzt wird. Das ist aber eine super Überleitung, äh, liebe Leute, äh, für mich, der Weckermorgen um 6 Uhr in der Früh, dementsprechend werde ich mich jetzt auch gleich zurückziehen und der Nachbesprechung und den Detailbesprechungen jetzt da dann fernbleiben. Ich möchte mich an der Stelle natürlich aber herzlichst bedanken für die Einladung, fürs Mitspiel, fürs Organisieren. Äh, im Endeffekt, Gaius hat alles, beziehungsweise Gaius und Strategie erkehrt, das jetzt, da haben beides, äh, das sehr gut zusammengefasst. Herzlichen Dank noch einmal, ich wünsche euch viel Spaß noch, danke an die ganzen Zuseherinnen, auch, die dabei waren. Ich hoffe, alle haben Spaß gehabt. Und bitte vergesst es nicht, kommt es zur guten Seite, kommt es zur wahren Religion eines Tages, wie die auch immer gestaltet sein soll. Habt es viel Spaß noch, schönen Abend euch noch und noch einmal danke fürs Dabeisein lassen. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao. Macht's gut zusammen. Vielen Dank für die Einladung, war schön. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Çok gut. Untertitelung des ZDF, 2020